Geheimversteckgarage. Wie sehr gerät US-Präsident Joe Biden nach dem Fund geheimer Regierungsdokumente unter Druck? Eine Einordnung von Außenpolitik-Experte Roland Adrowitzer. Blanke Pisten. Wird Skiurlaub in Österreich in Zukunft noch möglich sein? Und wie nachhaltig ist der Wintertourismus überhaupt? Darüber diskutieren Klimaaktivistin Katharina Roggenhofer und der Generalsekretär der österreichischen Hoteliervereinigung, Markus Kratzer, live im Studio. Söldner für den Sieg. Die Wagner-Gruppe kämpft für Russland im Ukraine-Krieg. Welche Rolle sie dabei spielt, erklärt Politikwissenschaftler Andreas Heinemann-Grüder. Babiš for Comeback. In Tschechien finden heute und morgen Präsidentenwahlen statt. Wir sprechen mit unserem Korrespondenten Ernst Gellex in Prag über die aussichtsreichsten Kandidatinnen. Guten Morgen und herzlich willkommen bei UF3 aktuell. Schön, dass Sie hier sind. Ich freue mich, Sie wieder durch den Vormittag zu führen und Sie mit meinen Kolleginnen und Kollegen mit den aktuellen Nachrichten des Tages zu versorgen. Mit uns kommen Sie auch heute wieder bestens informiert durch den Vormittag und den frühen Nachmittag. Das Parlament am Wiener Ring ist wieder eröffnet und im Rahmen der Eröffnung kommt jetzt erneut Kritik an Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka von der ÖVP. Stein des Anstoßes ist wieder das goldene Klavier, das Sobotka im Parlament hat aufstellen lassen. Die Miete dafür kostet 3000 Euro im Monat. Sobotkas erste Stellvertreterin Doris Bures von der SPÖ kritisiert das und Sobotkas Amtsführung allgemein im ZIB2-Interview scharf. Die Parlamentseröffnung ist feierlich ohne Störungen über die Bühne gegangen. Doch im ZIB2-Interview lässt Doris Bures von der SPÖ ihrem Unmut über den Nationalratspräsidenten freien Lauf. Wissen Sie, ich glaube genau das ist ja der Fehler in den letzten Jahren auch gewesen, dass im Parlament der Präsident sehr willkürliche und eigenmächtige Entscheidungen getroffen hat. Als Symbol der Kritik steht das um 3000 Euro im Monat angemietete goldene Klavier im Mittelpunkt. Das Symbol dieses vergoldeten Klaviers ist ja auch deshalb so ein negatives, weil es so zeigt ein wenig die Empathielosigkeit gegenüber Menschen, die in Zeiten der Teuerung es schwer haben, alle Monate über die Runden zu kommen. Also es war der falsche Weg, der hier eingeschlagen wurde. Die Diskussion der Abwahlmöglichkeit des Parlamentspräsidenten will Boris aber nicht führen. Eine Lex Sobotka sei nicht erforderlich angesichts aller untadeliger Präsidenten in der Zweiten Republik. Mehrere Monate lang ist es auf der langen Bank gelegen, weil sich die Koalition nicht einigen konnte. Jetzt hat die Regierung eine Reform des Korruptionsstrafrechts vorgestellt. Angekündigt worden ist sie schon vor zweieinhalb Jahren infolge der Ibiza-Affäre. Erstaunlicherweise war es bisher ja nicht verboten, ein politisches Mandat zu kaufen. Das wird sich jetzt ätnern. Und für Amtsträger wird Bestechlichkeit weiter gefasst. Da haben wir es wieder, das Ibiza-Video. Nun wirkt es Jahre später über ein vorgestelltes Antikorruptionsgesetz in die österreichische Gesetzgebung hinein. Die Korruption ist Gift für unsere Demokratie. Korruption bedeutet nämlich, dass Menschen, die Macht und Geld haben, sich auf eine missbräuchliche Weise gewisse Vorteile verschaffen können. Denn als Spitzenkandidat der FPÖ für die Nationalratswahl 2017 hat Heinz-Christian Strache vorsorglich unerlaubte Versprechungen gemacht. Und zwar was die Vergabe von Staatsaufträgen betrifft. Das ist bisher nur Amtsträgern verboten, künftig auch jenen, die Amtsträger werden wollen. Auch den Verkauf eines Nationalratsmandats soll es gegeben haben. Ukrainische Oligarchen hätten laut Berichten Millionenbeträge bezahlt, um einen Mittelsmann in die Reihen der FPÖ ins Parlament zu bekommen. Ermittelt wurde nicht, der Kauf ist nicht strafbar. Das soll sich jetzt für Landtagsmandate, Nationalratsmandate und EU-Mandate ändern. Solch ein Gesetz gibt es dann nur in Österreich. Mit dieser Verschärfung des Korruptionsstrafrechts schließen wir hier eine Lücke und wir schaffen das strengste Antikorruptionsgesetz der Welt. Der Bundespräsident hat noch im Oktober, Stichwort, das darf doch alles nicht wahr sein, den Verlust des Vertrauens in die Demokratie beklagt und solch ein Gesetz gefordert. Bei der Parlamentseröffnung gibt es sich zufrieden. Die Ministerinnen Edstadler und Sadic haben ein interessantes kleines Paket von sechs Punkten vorgestellt. Ich glaube, das sind wichtige Schritte auf dem Weg im Kampf gegen die verschiedenen Arten von Korruption. Die SPÖ beklagt, dass FPÖ-Korruption verboten, aber ÖVP-Korruption nicht angetastet werde. Die FPÖ glaubt, das neue Gesetz würde nur die ÖVP treffen und die Neos meinen, Ibiza wäre auch mit diesem Gesetz weiterhin möglich. In der Causa rund um Geheimakten, die in einem früheren Büro von Joe Biden aufgetaucht sind, hat US-Justizminister Garland jetzt einen unabhängigen Sonderermittler eingesetzt. Es geht um vertrauliche Dokumente aus der Zeit, in der Biden der Vize von Barack Obama war und die Bidens Anwälte jetzt selbsttätig zurückgegeben haben. Bidens unmittelbarer Vorgänger, Donald Trump, ist in einen ähnlichen Fall verwickelt. Bei ihm wurden zuvor 10.000 Geheimdokumente gefunden. Bei Trump war allerdings eine Hausdurchsuchung dafür notwendig. Neben diesem Sportwagen einer Corvette, die Joe Biden im Wahlkampf stolz präsentiert, haben seine Anwälte in der Garage seines Privathauses auch Geheimdokumente aus seiner Zeit als Vizepräsident gefunden, wie Biden nun selbst bestätigt. Meine Corvette ist in einer abgesperrten Garage, nicht auf offener Straße. Die Leute wissen, dass ich Geheimdokumente ernst nehme. Schon vor zwei Monaten sind in Bidens ehemaligem Privatbüro in Washington Geheimakte gefunden worden. Diese seien dem Nationalarchiv übergeben worden. Man habe das Justizministerium informiert, heißt es aus dem Weißen Haus. Die Republikaner sind empört. An zwei Orten wurden Geheimdokumente gefunden. Und erst jetzt nach der Kongresswahl kommt das an die Öffentlichkeit, sagt der Sprecher des Repräsentantenhauses. Der Justizminister ernennt nun einen Sonderermittler, wie er mitteilt. Robert Herr, einen ehemaligen, noch von Präsident Trump nominierten Staatsanwalt. Man sei zuversichtlich, dass eine Prüfung ergeben werde, dass die Dokumente versehentlich verlegt wurden, sagt eine Sprecherin des Weißen Hauses. Und bei mir im OF3 Aktuell-Studio begrüße ich jetzt Politikkenner Roland Adrowitzer. Schönen guten Tag. Morgen. Du wirst uns heute mit deinen Analysen durch den Vormittag und den frühen Nachmittag begleiten. Schön, dass du hier bist. Ich versuche es. Ja, also es sind jetzt wieder sozusagen Geheimdokumente aufgetaucht bei Joe Biden. Um was für Dokumente handelt es sich denn da? Was es genau ist, das weiß man nicht. Aber sie unterliegen einer gewissen Geheimhaltungsstufe. Sie hätten nicht privat aufbewahrt werden dürfen, weder in diesem versperrten Aktenschrank noch in der Garage mit dem wunderschönen Auto mit der Corvette. Es ist peinlich für Joe Biden. Es ist sehr peinlich, weil genau jetzt liefert er Donald Trump und den Republikanern Munition, auch wenn sich die beiden Fälle weit unterscheiden. Trump hat das ja monatelang bestritten. Er hat monatelang versucht, die Herausgabe dieser Dokumente zu verhindern. Hingegen die Anwälte, Biden sind ja von sich aus auf das Nationalarchiv und auf das Justizministerium zugegangen und haben gesagt, ja, wir haben diese Dokumente gefunden. Dennoch, natürlich, wir wissen, wir kennen das politische Spiel, wir kennen die Polarisierung des politischen Lebens in den Vereinigten Staaten. Das ist Wasser auf die Mühlen der Republikaner. Sofort auch eben die Forderung nach diesem Sonderermittler, den es jetzt ja auch gibt. Und sofort haben die Trump-Leute gesagt, wo bleibt hier die FBI-Ratsherr bei Joe Biden? Was sie alles bei mir gemacht haben, ist das jetzt die gleiche Hexenjagd. Trump hat gleich gesagt, er soll einen Sonderermittler ernennen. Jetzt noch einmal nachgefragt, weil wir jetzt eben immer hören, Geheimdokumente, aber was kann denn da drinnen stehen? Ungefähr oder was könnten das für Dokumente sein? Also die Regierungstätigkeit in den Vereinigten Staaten ist so breit gestreut. Es können Dokumente über Militäreinsätze sein. Sie stammen aus der Zeit, wo Barack Obama Präsident war, wo Joe Biden Vizepräsident war. Auf alle Fälle unterliegen sie einer Geheimhaltungsstufe, die verbietet, dass sie privat aufgehoben werden. Was genau drin steht, das wird... Prisant müssen sie wohl sein. Prisant müssen sie sein. Das waren sie vermutlich auch, oder mit ziemlicher Sicherheit auch jene Dokumente, die im Mar-a-Lago bei Donald Trump gefunden worden sind. Aber mehr die Signifikanz dieser ganzen Geschichte liegt mehr in der Peinlichkeit. Biden steht, die das auch nicht gut da sind, versucht das Ganze hier scherzhaft, eben mit dem Auto zu sagen. Sie waren ja eh, das Auto steht in einer versperrten Garage und die Dokumente sind ja nicht auf der Straße gestanden. Er hat vielleicht geglaubt, das ist witzig, aber unser legendärer Ex-Chef, Gerd Bach, hat immer gesagt, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Jetzt haben wir heute gehört, dass es einen Sonderermittler geben soll. Aber was kann der denn wirklich tun? Also diese Ernennung des Sonderermittlers Robert Hur durch Merrick Garland, den Justizminister, den von Joe Biden eingesetzten Justizminister, hat vor allem den Grund, jeden Anschein der Parteilichkeit zuzustreuen. Dass man auch sagt, noch einmal, obwohl die Fälle ja juristisch vermutlich ganz anders gelagert sind, hat der Justizminister keinen Moment gezögert, diesen wirklich unabhängigen Sonderstaatsanwalt, der völlig unbeeinflusst ermitteln kann, zu ernennen. Der, das haben wir auch im Beitrag gehört, der war ein von Trump nominierter Bezirksstraatsanwalt in Maryland. Er ist zur Zeit Partner einer angesehenen Anwaltskanzlei in Washington. Als ein untadeliger Jurist, dem man in keiner Weise nachsagen könnte, dass er mit den beiden Lager irgendwie in Verbindung steht. Er soll unbeeinflusst, das hat er auch angekündigt, fair und unbeeinflusst, soll er die Vorwürfe aufklären, wenn dann was dran ist. Und strafrechtlich, sollte es überhaupt dazu kommen, könnte ein Präsident ja ohnehin erst nach seiner Amtszeit belangt werden, weil das ja nicht möglich ist, einen amtierenden Präsidenten anzuklagen. Das ist ein Richtsatzschuldiger, das ist nicht zu erwarten, dass es dazu kommt. Es ist eine symbolische Geste des Justizministers und natürlich insgesamt der beiden Administration, dass hier ein unabhängiger Sonderstaatsanwalt, Sonderermittler ernannt wird. Apropos ehemaliger Präsident Donald Trump, bei ihm sind ja 10.000 Geheimdokumente gefunden worden und er könnte möglicherweise jetzt auch vor Gericht landen. Wie wahrscheinlich ist das denn? Das ist immer wieder die Frage, tut man sich das an, weil man ihm ja dann damit wieder die Munition gibt, dass er sagt, es ist eine Hexenjagd gegen mich, er will ja immer noch, er will ja noch einmal antreten. Was auch besonders peinlich ist, dass es gerade jetzt passiert für Joe Biden. Biden wollte vermutlich in den nächsten Wochen seine Wiederkandidatur ankündigen. Seine Umfragewerte waren zuletzt gut. Das wird sich jetzt möglicherweise ändern. Das wird sich möglicherweise ändern. Die Inflation in den Vereinigten Staaten sinkt wieder, Wirtschaftsdaten sind positiv. Er hat ja eigentlich gehofft, dass er jetzt mit positiven Schlagzellen ins neue Jahr geht. Und jetzt diese peinliche Affäre, auch wenn vermutlich nicht viel dran ist, Trump feigst natürlich. Er sagt, bei mir habt ihr ja das Theater gemacht, aber er ist ja auch nicht besser. Da gibt es immer wieder die Vorwürfe dieses Deep States, also die rechten Verschwörungstheorien, dass er da ein tiefer Staat im Gange ist, bis hin zu den Verwicklungen von Joe Bidens Sohn in der Ukraine, der ja Geschäftsbeziehungen in der Ukraine gehabt hat. Das alles wird natürlich jetzt genüsslich von den Republikanern, von den Trump-Leuten aufgekocht. Das ist peinlich für Joe Biden, überhaupt keine Frage. Und er hätte sich wohl den Staat in dieses neue Jahr anders vorgestellt. Interessant, jedenfalls Geheimdokumente beim ehemaligen Präsidenten, jetzt wieder auch bei Joe Biden. Die Frage, die sich vielleicht viele stellen, was kommt dann noch? Vielleicht morgen, übermorgen dann wieder neue Dokumente oder was könnte da noch im Busch sein? Ich weiß nicht, wie viele Garagen der Biden noch hat. Nein, ich glaube, dass das wohl in diesem, bei Biden dürfte es das wohl in diesem Ausmaß gewesen sein. Man versteht es nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt bewusst Geheimdokumente mitnehme und sie in einer Garage verstaue. Also wie es dazu kommen konnte. In Trumps Fällen, Trump ist es ganz anders gelagert gewesen. Das waren ja, die sind offensichtlich in ungesicherten Kisten und Schuhbläden da in Mar-a-Lago herumgelegen. Dort war es wenigstens in einem Fall in einem Markenschrank. Die Geschichte mit der Garage ist wirklich, wirklich peinlich für Biden. Aber noch einmal, wenigstens haben die beiden Leute von sich aus, als sie das gemerkt haben, das war schon im November, von sich aus den Kontakt zum Nationalarchiv und zum Justizministerium gesucht, was nichts daran ändert. Der politische Schaden ist angerichtet, es ist peinlich und gibt natürlich Trump die von ihm so dringend benötigte Munition zum Zurückfeuern. Vielleicht wird der Herr Sonderermittler zur Aufklärung beitragen. Vielen Dank vorerst, Roland. Und wir bleiben auch thematisch gleich in den USA. Dort gibt es nämlich gegen den Abgeordneten George Santos Rücktrittsaufrufe. Sein zusammengedichteter Lebenslauf ist selbst manchem seiner Parteikollegen, den Republikanern, zu viel. Santos hat da etwa Universitäten oder berufliche Stationen angegeben, mit denen er in Wirklichkeit nie zu tun gehabt hat. Darüber hinaus wird ihm vorgeworfen, Gelder für seinen Wahlkampf missbräuchlich verwendet zu haben. George Santos, neues Mitglied des Repräsentantenhauses, hat jetzt Gegner in beiden Parteien, weil er nicht nur über seine Ausbildung und seine Berufserfahrung gelogen hat. Als ich bei Citigroup begonnen habe, sagten sie, ich bin wirklich klug. Sondern auch behauptete Jude zu sein, seine Mutter bei den Anschlägen des 11. September verloren zu haben und aus einer Familie zu kommen, die vor den Nazis fliehen musste. Verfolgung ist uns nicht fremd. Mein Großvater ist aus der Ukraine nach Belgien geflohen und 1940 weiter nach Brasilien. Zu viele Lügen für die Parteispitze seines Wahlbezirkes im Bundesstaat New York. Sie nennt ihn eine Schande, einen notorischen Lügner, einen internationalen Witz. Man fühle sich durch ihn nicht mehr vertreten. Im Namen der Republikaner des Bezirks Nassau fordere ich seinen sofortigen Rücktritt. Er sei nicht verurteilt, so die Parteispitze. Entscheiden müssen die Wähler in zwei Jahren, also nach Ende seiner Amtszeit. Man ist unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen ist. Auch Santos selbst will nicht zurücktreten. Trotz aller Lügen, es ist die Mathematik, die gegen einen Rückzug spricht. Zu knapp ist die Mehrheit der Republikaner, als dass sie auch nur auf einen einzigen Sitz verzichten könnten. Zum Krieg in der Ukraine jetzt. Der tobt gerade vor allem um die Stadt Soledar im Donbass, also im Osten des Landes, ganz in der Nähe der ebenso heftig umkämpften Stadt Bachmut. Der Kreml spricht von militärischen Erfolgen in Soledar. Die Ukraine hingegen widerspricht und will durchhalten. Klar ist, die Verluste sind hoch. Die Zerstörung ist groß. Luftaufnahmen über die Kämpfe um Soledar, 10 Kilometer nördlich von Bachmut. Wie enorm die Zerstörungen sind, zeigen diese Satellitenbilder. Fällt Soledar in russische Hand, droht die Umfassung von Bachmut, wo die Ukrainer bereits seit Monaten standhalten. Auch hier sind die Verluste auf beiden Seiten hoch, doch überprüfbare Angaben fehlen. Sie macht auch General Serhik Ribonos nicht. Er kämpfte bereits 2014 gegen die Russen, musste sich aber einer Operation unterziehen. Wie wichtig ist Bachmut militärisch? In der Propaganda möchten die Russen Bachmut als ihren Super-Super-Sieg darstellen. Daher wollen sie die Stadt erobern. Zweitens wäre das ein Sprungbrett für weitere russische Angriffe in Richtung Saporischie und Kramatorsk. Damit würden bestimmte Einheiten der ukrainischen Streitkräfte und ihr Umfeld bedroht. Doch Bachmut hat mittlerweile eine große symbolische Bedeutung bekommen. Bei Bachmut geht es nicht nur um die Herrschaft über ein Territorium, sondern auch um die Kampfmoral der russischen und unserer Streitkräfte. Das ist ein ziemlich einflussreicher Faktor, was diese Stadt betrifft. Ungeachtet der Verluste. Bachmut hat keine kriegsentscheidende Bedeutung. Viel wichtiger ist die Frage, wie er für den Frühling besser gerüstet sein wird. Möglich ist eine neue russische Offensive, die nicht nur nach Darstellung der Ukraine sehr wahrscheinlich ist. In der Ukraine wird also heftig weitergekämpft. Roland Adrovica heute hier bei uns zur Analyse. Andererseits ist es auch so, dass jetzt immer mehr westliche Staaten auch schweres Kriegsgerät in die Ukraine schicken, also Panzer und sonstige Waffen. Welchen Einfluss kann das denn auf den weiteren Kriegsverlauf haben? Also die Ukraine, die sich ja heldenhaft wehrt, was man ja niemals vor fast einem Jahr vermutet hätte, dass sie sich so lange und so erfolgreich wehrt, braucht natürlich ganz dringend modernstes Kriegsgerät, um einen weiteren Vorstoß der Russen zu verhindern. Vor allem brauchen sie Panzer, sie brauchen Schützenpanzer, aber auch richtige Kampfpanzer. Und da hat der Westen, hat die NATO bisher gezögert damit, damit man nicht vielleicht doch unmittelbar Kriegspartei wird. Aber das weicht jetzt auf, diese Front der Ablehnung. Es gibt einige Staaten, die bereit sind, moderne Kampfpanzer zu liefern. Von Tschechien zum Beispiel, Finnland ist jetzt auch dabei, der Druck wird auf Deutschland immer größer, diese Marderpanzer zu liefern. Olaf Scholz, der deutsche Bundeskanzler, hat sich da bisher sehr reserviert gezeigt, aus verständlichen Gründen, da nicht zu tief involviert zu werden. Er hat immer gesagt, nicht im Alleingang, gemeinsam mit anderen NATO-Partnern könnte man darüber reden. Klar ist, ohne modernstes westliches Kriegsgerät wird auf Dauer die Ukraine bei aller Heldenhaftigkeit nicht standhalten können. Die Schlacht um diese beiden verhältnismäßig unbedeutenden Städte ist ja vor allem jetzt auch ganz wichtig für die Russen, wieder an der Propagandafront zu punkten. In den letzten Monaten haben sie wirklich nur Niederlagen erlitten, demütigende Peinlichkeiten und jetzt könnten sie, wenn sie Solidar und Bachmut da einnehmen, endlich wieder einmal einen Sieg verkünden. Daher ist das von so hoher symbolischer Bedeutung. Weitet sich dieser Krieg jetzt aber vielleicht schleichend auch auf weitere Länder aus? Das ist die Befürchtung, die nicht ganz von der Hand zu weisen ist, dass die Eskalation ist. Andererseits, die NATO ist ja bereits so stark involviert, zumindest mit Lieferung von Kriegsmaterial, mit Lieferung von vor allem Information. Die Ukraine könnte sich ja niemals so wehren, wenn sie nicht ständig von den Amerikanern, von den Briten, von den Nachrichtendiensten bestens informiert wären würden. Was sich auf russischer Seite tut, die russische Armee, das ist ganz klar, das kann man nach einem Jahr Krieg sagen, ist bei weitem nicht so stark, wie man immer geglaubt hat, wie es vermutlich auch Wladimir Putin selbst geglaubt hat oder wie viele Russen es geglaubt haben. In Wahrheit ist es eine demütigende Vorgangsweise und demütigend für die so großartige, angeblich so großartige Nachfolgerin der Roten Armee, wie sich dieser Kriegsverlauf da in der Ukraine erzeugt. Daher ist die Ausweitung, insofern, dass man jetzt glaubt, dass andere Länder vielleicht attackiert würden, das schließe ich aus. Aber die Frage ist natürlich, wie Russland jetzt darauf reagiert und wie es dort denn mit der Nachschubsituation ausschaut, was Waffen betrifft. Russland reagiert natürlich vor allem rhetorisch empört, vor allem immer wieder mit WDF, der frühere Präsident und Premierminister und mittlerweile einer der großen Scharfmacher Putins, fantasiert von Atomwaffeneinsätzen und gewisse Scharfmacher, die vor allem im russischen Staatsfernsehen immer wieder auftreten, fordern Atompräventivschläge auf Frankreich, weil sich die Franzosen da jetzt wieder eingemengt hätten. Das ist natürlich auch Rhetorik. Ich glaube, das sollte man bei aller beunruhigenden Rhetorik vielleicht auch es nicht überbewerten. Russland muss die Produktion jetzt steigern. Russland kann es nur hoffen, versucht jetzt auch die Front zu begradigen, um Nachschub an die Front zu bringen. Nicht nur Menschenmaterial. Die bei der letzten Mobilmachung rekrutierten Soldaten müssen ja jetzt ausgebildet werden. Die sind wahrscheinlich bald ausgebildet. Und alles erwartet ja eine russische Großoffensive für den Frühjahr oder für den Sommer. Und genauso eben auch Munition. Die westliche Analysen haben ergeben, dass die Russen einen Großteil ihrer Artillerie, Munition und Raketen verfeuert haben in diesen elf Monaten. Die Rüstungsproduktion in Russland läuft auf Hochturm, geschmälert durch die westlichen Sanktionen, auch beschädigt durch die westlichen Sanktionen wegen der Technologie, die da jetzt fehlt. Aber klar, dieses Riesenreich ist unerschöpflich in seinen Ressourcen. Es wird Waffenlieferungen, Nachlieferungen wohl geben. Es wird Nachlieferungen geben. Die Russen kaufen Kampfdrohnen im Iran. Sie beziehen Waffen aus Nordkorea. Die Frage ist immer wieder, wie sehr mischt sich China ein, auch in Form von Waffenlieferungen bis jetzt, sehr zurückhaltend, wie man gesehen hat. Aber es dauert alles darauf hin, dass dieser Krieg wohl noch leider lange dauert. Gleichzeitig ist es ja so, dass die USA tausende modernste US-Kampfpanzer auch an die NATO-Verbündeten in Europa liefert. Ist das dann quasi so eine Art Austausch? Ja, klar. Die NATO-Staaten geben älteres, nicht mehr benötigtes Material an die Ukraine weiter, werden dann mit modernstem Gerät versorgt. Teilweise versorgen ja die Vereinigten Staaten die Ukraine auch direkt, etwa mit dem Patriot-Abwehrsystem. Das hat ja, als Volodymyr Zelenskyy bei Präsident Biden war, hat man das vereinbart. Die Ukraine haben bereits diese Heimar-Raketenwerfer, von denen sie zu wenig haben, aus ihrer Sicht. Sie würden gern von allem immer mehr haben, um diesen Abwehrkampf fortsetzen zu können und um möglicherweise diesen Krieg zu gewinnen. Ja, es ist ein Stellvertreterkrieg, das ist klar, der mittlerweile stattfindet, in der Ukraine stattfindet. Das russische Narrativ lautet, ja, wir müssen uns gegen die NATO, gegen den Vereinten Westen wehren, aber wer hat angefangen? Also, niemand hat Russland attackiert, bei allen möglichen politischen Fehlern, die passiert sind. Es gibt nur einen Kriegstreiber, einen Kriegsschuldigen und der heißt Wladimir Putin. Und der Krieg ist wohl auch noch lange nicht zu Ende. Vielen Dank. Fürchte ich auch, ja. Vielen Dank, Roland, für diese wieder sehr interessante Analyse. Ja, und im Krieg Russlands gegen die Ukraine zeigt sich auch einmal mehr, wie sehr Russland mittlerweile zu einem diktatorischen Willkürstaat geworden ist. Rekrutierung von Soldaten und die Freilassung aus dem Gefängnis wird privater Gewalt überlassen. Ausgeübt von der berüchtigten Söldner-Truppe Wagner, die in den Kämpfen gegen die Ukraine mitmischt. Und geführt von einem Putin-Vertrauten, der die Macht über Leben und Tod von Menschen bekommen hat, ohne sich dabei an die Gesetze halten zu müssen. Solidar ist heiß umkämpft, auch bezüglich Propaganda. Ukrainische Soldaten halten die Stadt angeblich weiterhin unter Kontrolle. Die Wagner-Gruppe brüstet sich jedoch, damit sie eingenommen zu haben. Dieses Foto ihres Gründers Yevgenin Brigoschin inmitten seiner Männer in der lokalen Salzmine und seine Botschaften sollen als Beweise dienen. Brigoschin, früher als Putins Koch bekannt, ist nun Oberbefehlshaber von geschätzten 50.000 Söldnern. Er gilt als äußerst brutal. Dieser Töre soll er grauenvoll hinrichten lassen und auch seine Rekrutierungsmethoden in Gefängnissen sind umstritten. Das ist eine wirklich mächtige Armee, die zu einem guten Teil aus verurteilten Straftätern besteht. Sie unterliegt keinen Gesetzen und handelt rein nach Absprache zwischen Putin und Brigoschin. Brigoschin verteidigt und lobt die ehemaligen Gefangenen an der Front. Sie haben Russland beschützt. Sie verdienen von der Gesellschaft daher den höchsten Respekt. Viele davon werden nach ihren Einsätzen auch tatsächlich begnadigt. Brigoschin strebt offenbar ein hohes Amt im Kreml an. Mit mutmaßlichen Erfolgen wie in Solidar versucht er sich dafür zu qualifizieren. Doch bei der russischen Armee macht er sich damit keine Freunde. Und im ORF3 Aktuell-Studio begrüße ich jetzt dazu via Skype Politikwissenschaftler Dr. Andreas Heinemann-Grüder. Schönen guten Tag. Guten Morgen. Ja, Dr. Heinemann-Grüder, in der Ukraine kämpfen derzeit nicht nur ukrainische und russische Soldaten. Die sogenannten Wagner-Söldner haben jetzt nach eigenen Angaben die ostukrainische Stadt Soledad erobert. Kiew bestreitet das. Was steckt denn da dahinter? Die Wagner-Gruppe soll kompensieren für die Verluste, die Russland seit August letzten Jahres erlitten hat. Wir treten hier in eine neue Phase des Kriegsgeschehens, nämlich dass anstelle des Einsatzes von Distanzwaffen, mit denen also die Infrastruktur der Ukraine angegriffen worden ist, es jetzt um Häuserkämpfe geht. Das heißt, um den Kampf um Städte wie Barmuth und Solidar. Und die Verantwortung darüber wird jetzt an diese paramilitärische, private Söldnerarmee Wagner übergeben. Wer sind denn diese Wagner-Söldner überhaupt? Die Wagner-Söldner sind zum Teil ältere Kämpfer, die schon an den beiden Tschetschenienkriegen teilgenommen haben. Die Gruppe ist entstanden 2014, als es um den Separatismus im Donbass in der Ukraine ging. Sie sind eine von den vielen, sagen wir mal, irregulären bewaffneten Gruppen, die Russland geschaffen hat, um diesen Separatismus zu fordern. Sie haben dann später in Syrien gekämpft, auch in Libyen, in Mali jetzt in der Zentralafrikanischen Republik. Das sind ehemalige Spezialkräfte, Luftlandetruppen vom Militärgeheimdienst, dem russischen GRU, aber jetzt eben auch seit Sommer letzten Jahres rekrutierte Strafgefangene, die sozusagen im Gegenzug dafür, dass sie kämpfen, Strafnachlass bekommen oder nicht mehr in den Straflagern sein müssen. Und für welches Ziel kämpfen diese Soldaten? Wagner ist von Anfang an eine kommerzielle Militärfirma gewesen, die vor allen Dingen die Profitinteressen von dem Unternehmer Prigojin bedienen soll. Insofern ist Plündern, Ausbeuten von Bodenschätzen immer Teil der Kampflogik von Wagner gewesen, auch in Syrien, in Afrika und so jetzt auch in Solidar, wo sie eine der Salzminen unter Kontrolle bekommen wollen. Sie sind bestimmt auch nationalpatriotisch eingestellt. Der Kommandeur Utkin ist bekennender Nazi, hat auch entsprechende Ruhnen eintätowiert auf seinem Körper. Also zumindest ein Teil der Wagner-Gruppe ist eigentlich eher Anhänger der Nazi-Ideologie, die sie ja vermeintlich auf der ukrainischen Seite bekämpfen sollen. Das ist paradox. Und um welches weitere Ziel geht es Ihnen da? Es kann ja wohl nicht nur die Plünderung im Vordergrund stehen, oder? Es geht letztlich darum, den Einfluss dieser Gruppe auch im politischen System Russlands zu stärken. Das heißt, auch mehr Einfluss auf die Politik des Nationalen Sicherheitsrates zu bekommen, vielleicht auch mehr Aufträge noch zu bekommen. Es ist so eine Vermischung aus politischen, militärischen und wirtschaftlichen Interessen. Manche sagen Prigogin, dem Eigentümer von Wagner auch nach, dass er politische Ambitionen hat. Das halte ich für eher unwahrscheinlich, dass er die durchsetzen kann. Aber es ist Ausdruck dessen, dass eine Art von Parallelstaat entstanden ist. Also ein Doppelstaat. Es gibt sozusagen die regulären Sicherheitsorgane und dann gibt es irreguläre. Und deren Einfluss nimmt im russischen politischen System zu. Sie sind Ausdruck einer Radikalisierung und sie sind Ausdruck dessen, dass Putin quasi Gefangener seiner deklarierten Ziele ist und mit der Gruppe Wagner jetzt seine ursprünglichen Ziele doch noch erreichen will. Weil Sie jetzt Putin ansprechen, in welcher Verbindung stehen denn die Söldner mit der russischen Spitze? Auf der einen Seite sind sie abhängig von der Logistik, von den nachrichtendienstlichen Erkenntnissen, von der Bewaffnung, von der Bereitstellung von Munitionen. Das heißt, all das ist nicht selber generiert, sondern das wird vom russischen Generalstab, von der russischen Armee bereitgestellt. Insofern sind sie einerseits Durchführungsorgan. Auf der anderen Seite sind sie auch Konkurrent, weswegen also auch das Militär immer wieder sozusagen die Eingemächtigkeiten der Gruppe Wagner kritisiert hat, auch schon in Syrien, weil sie dann auch die Siege sich selbst zuschreiben und das dem Prestige der Armee schadet. Also es ist kein spannungsfreies Verhältnis, sondern zum Teil eben auch Konkurrenz. Weil Sie jetzt auch die Waffen angesprochen haben, immer mehr westliche Staaten wollen ja jetzt schweres Kriegsgerät in die Ukraine liefern. Welchen Einfluss kann das denn auf den weiteren Kriegsverlauf haben? Ja, also die schweren Waffen sind natürlich dazu da, den Nachschub der russischen Seite zu treffen. Sie sollen auch dazu dienen, immer die Lufteingriffe oder den Schutz vor den Lufteingriffen der Russen zu stärken, vor allen Dingen aber auch die russische Logistik im Hinterland treffen zu können. Die schweren Waffen werden für diesen Häuserkampf eine sehr geringe Bedeutung haben, weil da werden eher Handfeuerwaffen zum Einsatz kommen, gepanzerte Transportfahrzeuge, vielleicht auch Hubschrauber, aber der Städtekampf unterscheidet sich von diesen schweren Waffen, mit denen man die Russen sozusagen in ihrem Nachschub und in ihrer Luftangriffsfähigkeit treffen will. Aber wie gefährlich können denn etwa diese Panzer- und Waffenlieferungen sein für eine mögliche weitere Eskalation des Ukraine-Kriegs in Richtung eines Kriegs der NATO gegen Russland? Dieses Argument wird schon seit geraumer Zeit vorgetragen. Letztlich geht es darum, die Ukraine zu ertüchtigen, zu ermächtigen, so viel wie möglich von dem eroberten Gebiet zurückzubekommen, um sie in eine Verhandlungsposition zu bringen, bei der sie nicht kapitulieren muss. Also insofern sind die schweren Waffen eigentlich auch eine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, nämlich um Russland in eine Ecke zu drängen, wo sie letztlich auch politische Kompromisse machen müssen. Insofern die Gefahr einer Eskalation hin zu einem Atomkrieg halte ich mittlerweile für gering, auch wenn Putin mehrfach mit dem Atomkrieg und Eskalation diesbezüglich gedroht hat. Aber ich glaube, die sind sich angesichts der Stärke der Ukraine auch bewusst, was die Kosten einer Eskalation mit der NATO wären, der werden sie aus dem Wege gehen. Aber gehen Sie davon aus, dass Putin zu politischen Kompromissen bereit sein wird? Wenn es letztlich darum geht, dass sein eigenes politisches Überleben in Russland von Kompromissen abhängig ist, dann wird er Kompromisse machen. Also auf der einen Seite sieht man eine gewisse Kamikaze-Politik, also dass er sich so weit sozusagen auch zur Geisel seiner eigenen Rhetorik gemacht hat. Auf der anderen Seite, wenn er von der Frage steht, gibt es jetzt erhebliche Unzufriedenheit in Russland, und zwar von Militärs, aber auch von Gouverneuren, von Unternehmern, von Wirtschaftsvertretern, die sagen, dieser Krieg wird dauerhaft zu kostspielig, auch von der Bevölkerung, vielleicht von Soldaten, Müttern, von Ehefrauen, dass der soziale Druck hochnimmt, dann wird er Kompromisse machen müssen und dann wird er irgendwas als Sieg verkaufen müssen. Ich vermute mal, die vier annektierten Gebiete, das wird sein derzeitiges Maximalziegel sein, und ich agiere fein, die vier Gebiete, die sie offiziell haben, wenn sie da Kontrolle drüber haben, dann wird das ein Kriegsziel erreicht. Lisa Marie Presley ist tot. Das einzige Kind von Elvis Presley ist im Alter von 54 Jahren unerwartet gestorben. Medien hatten zuvor berichtet, dass die Musikerin gestern früh leblos in ihrem Haus aufgefunden worden ist. Davor soll sie einen Herzstillstand erlitten haben. Kurze Zeit später ist sie dann in einem Krankenhaus in Los Angeles gestorben. Lisa Marie Presley wird 1968 als erstes und einziges Kind von Elvis und Priscilla Presley geboren. Schon früh in ihrem Leben sorgt sie für Schlagzeilen. Am bekanntesten ist wohl ihre anderthalbjährige Ehe mit dem King of Pop Michael Jackson. Insgesamt viermal war Presley in ihrem Leben verheiratet. Als Tochter des King of Rock'n'Roll versucht sie sich auch an einer Musikkarriere und veröffentlicht insgesamt drei Musikalben. Ihren letzten öffentlichen Auftritt hat Presley vergangenen Dienstag am Rande der Golden Globes. Gemeinsam mit ihrer 77-jährigen Mutter Priscilla sitzt sie am Tisch von Oswin Butler, der für die Darstellung ihres Vaters Elvis den Golden Globe für den besten Schauspieler gewinnt. Lisa Marie Presley hinterlässt drei Töchter. In Afghanistan hat es in den vergangenen zehn Tagen zwei Anschläge gegeben, Anfang Jänner am Militärflughafen in Kabul. Und diese Woche hat es einen Selbstmordanschlag vor dem Außenministerium gegeben. Die Taliban machen auch dafür den IS verantwortlich. Bevor ich gleich mit einer Sozialanthropologin über die aktuelle Lage dort spreche, hier ein Überblick von Teresa Kulowitsch. Zwei Anschläge, Dutzende Tote und Verletzte. So die traurige Bilanz der vergangenen zwei Wochen in Afghanistan. Anfang Jänner eine Explosion am Militärflughafen in Kabul. Am Mittwoch sprengt sich ein Selbstmordattentäter vor dem Außenministerium in Kabul in die Luft. Zu letzterem Anschlag bekennt sich die Terrorgruppe Islamischer Staat. Die im Land regierenden Taliban machen den IS aber auch für den ersten Anschlag verantwortlich. Beide radikal-islamische Gruppen sind verfeindet. Es kommt immer wieder zu Spannungen und Kämpfen. Angespannt ist die Lage im Land derzeit ohnehin. Afghanistan steckt in einer humanitären Krise. 6,6 Millionen Menschen sind von extremem Hunger bedroht. Obwohl die Taliban bei ihrer Machtübernahme im August 2021 versprochen hatten, moderner und offener sein zu wollen, schränken sie seither systematisch die Rechte von Frauen ein. Zuletzt wurden Frauen von Universitäten ausgeschlossen. Auch jene, die für NGOs arbeiten, mussten ihre Tätigkeit aufgeben. Und bei mir im ORF3 aktuell Studio begrüße ich jetzt dazu Sozialanthropologin Gabriele Razuli-Paletschek. Schönen guten Tag. Ebenfalls guten Tag. Ja, wie gefährlich und unsicher ist denn die Lage derzeit gerade in Afghanistan? Also die Situation hat sich natürlich in einzelnen Landesteilen dramatisch verschlechtert. Das betrifft nicht nur die genannten Anschläge, sondern vor allem in den Regionen, wo Angehörige der schiitischen Minderheit leben. Etwa in bestimmten Stadtteilen von Kabul ist es auch im letzten Jahr mehrfach zu Anschlägen auf schiitische Moscheen, Bildungseinrichtungen gekommen. Ebenso in einzelnen Regionen wie dem Banschirtal, wo es ja einen lange Zeit bestehenden Widerstand gegen die Taliban gegeben hat und die dortige Bevölkerung ja schon gegen das Taliban-Regime in den 90er Jahren gekämpft hatte und auch in anderen Minderheitengebieten, etwa in Nordost-Afghanistan habe ich gehört, ich habe ja dort Verwandte angeheiratete, dass die der usbekischen Minderheit angehören, dass es dort immer wieder zu Übergriffen kommt auf Männer, Frauen, Aktivistinnen, die für NGOs gearbeitet haben. Wieso sind denn diese beiden Islamistengruppen überhaupt so verfeindet? Ich glaube, einer der Hauptgründe ist, dass der IS jetzt quasi in Afghanistan einen der wenigen Stützpunkte noch hat, während sie ja im Irak und Syrien stark zurückgedrängt worden sind in den letzten Jahren und sie versuchen sozusagen durch möglichst spektakuläre Attentate Anhänger zu gewinnen. Und es ist schon länger aus, dass ich ein Buch über den islamischen Staat Chorazan, das ist die Bezeichnung für den Ableger in Afghanistan, der ja auch teilweise in Pakistan versucht Fuß zu fassen, dass die über logistisch sehr effiziente Mittel verfügen, von einzelnen Golfstaaten finanziell unterstützt werden und daher versuchen sozusagen Anhänger, die sich ursprünglich den Taliban angeschlossen haben und vielleicht nicht zufrieden sind, auf ihre Seite zu ziehen. Und dazu kommt, dass es auch andere Splittergruppen gibt, die in Afghanistan und in Pakistan immer wieder aktiv waren, wie etwa die Islamische Bewegung Usbekistans, die offensichtlich auch zum Teil Bündnisse mit dem IS eingegangen sind. Also mehrere Konfliktpotenziale jedenfalls. Die Taliban sind jedenfalls seit August 2021 wieder an der Macht und seitdem sind die Rechte vor allem von Frauen auch stark beschnitten worden. Es gibt Beobachterinnen und Beobachter, die sagen, dass man Frauen unsichtbar für die Gesellschaft machen will und im Dezember sind Frauen beispielsweise von den Universitäten verbannt worden und sie dürfen ja jetzt auch nicht für NGOs arbeiten. Was bedeutet das denn jetzt nicht? Es ist eigentlich ein sukzessiver Prozess des Unsichtbarmachens. Also es hat begonnen mit der Frage der Bildung von Frauen, der Berufstätigkeit und viele afghanische Frauen haben ja die fast 20 Jahre westlicher Präsenz genützt, um Bildung nachzuholen, um im öffentlichen Raum aktiv zu werden. Sei es als Richterinnen, als Journalistinnen, als Menschenrechtsaktivistinnen. Viele haben bei NGOs gearbeitet. Afghaninnen wurden insgesamt aus der Politik verdrängt. Also es gab Mitte des vorigen Jahres eine sogenannte große Ratsversammlung, bei der nur Männer anwesend waren, während bei früheren Ratsversammlungen es eine Quote gegeben hat. Frauen sind inzwischen aus allen öffentlichen Ämtern quasi entfernt worden. Also es gibt auch kein Frauenministerium mehr. Die afghanische unabhängige Menschenrechtsorganisation ist aufgelöst worden. Dafür ist ein Ministerium für Dugend, wie es es während der ersten Taliban-Herrschaft gegeben hat, wieder eingeführt worden. Das heißt, viele afghanische Frauen, insbesondere jene, die prominent in der Öffentlichkeit waren, so sie das Land nicht verlassen konnten, sind jetzt im Untergrund. Es gibt immer wieder Frauendemonstrationen, aber auch die afghanischen Medien sind insgesamt unter starker Kuratel der Taliban. Das heißt, es darf nicht über diese Demonstrationen berichtet werden. Viele Journalistinnen haben ihre Jobs verloren. Und das Gravierendste ist jetzt, dass viele Frauen ja inzwischen für ihre Haushalte, die allein Erwerbstätigen gewesen sind, entweder weil die Männer psychische oder physische Erkrankungen haben, verstorben sind. Es gibt ja viele Kriegswitwen. Und wenn jetzt diese Frauen nicht mehr tätig sein können, dann dürfen, dann hat das dramatische Konsequenzen für die Familien. Und es ist ja vorher im Beitrag schon angeklungen, dass nicht nur sechs Millionen vom Hunger bedroht sind, sondern mehr als die Hälfte der afghanischen Bevölkerung und darunter vor allem natürlich Frauen und Kinder von humanitärer Hilfe abhängig sind, was jetzt natürlich eine große Krise auslöst, weil als Antwort auf das Berufsverbot für NGOs maßgeblich in Afghanistan tätige NGOs wie Save the Children, beispielsweise Care oder den Norwegian Refugee Council als Protest ihre Aktivitäten eingestellt haben, weil sie berechtigterweise sagen, zu den besonders Bedürftigen gehören eben genau diese Frauen und es gibt über zwei Millionen intern Vertriebene, wovon ebenfalls ein großer Teil Frauen und Kinder sind. Aber Sie sagen, Sie haben Ihren Betrieb eingestellt, aber andererseits haben Sie ja jetzt auch Ihre Mitarbeiterinnen verloren, nicht? Und die können ohne weibliche Mitarbeiter, weil es ja eine sehr traditionelle Gesellschaft ist, also vor allem im ländlichen Raum und durch die Taliban noch verschärft, wo diese Geschlechtertrennung ganz massiv institutionalisiert worden ist und mit Strafen belegt wird, die können diese Frauen nicht mehr erreichen. Also es ist dramatisch für die Bevölkerung Afghanistans und die Menschen haben auch keine Kraft mehr nach vier Jahrzehnten Krieg und Bürgerkrieg sich dagegen zu wehren, glaube ich. Die kämpfen im Moment ums Überleben. Sie sagen ja, einerseits betrifft es natürlich die Familien, die Frauen, die jetzt nicht mehr erwerbstätig sein können und nicht mehr Geld nach Hause bringen können, aber was bedeutet das denn, dass diese Frauen jetzt nicht mehr arbeiten dürfen für die Wirtschaft an sich? Also für die Wirtschaft bedeutet es natürlich auch einen starken Einfluss, wobei man sagen muss, die afghanische Wirtschaft ist seit dem Ende der ausländischen NGOs und Regierungstruppen und so weiter ohnehin schon ziemlich beschädigt worden. Dazu kam eine fast dreijährige Dürreperiode und wenn jetzt das Einkommen der Haushalte fehlt, dann führt das natürlich auch dazu und die Inflation ist auch relativ hoch, dass weniger konsumiert werden kann, weil der Großteil des Einkommens ja für die Ernährung ausgegeben werden muss. Also ungefähr 90 Prozent der Haushalte gibt das Geld, das wenige Geld, das sie haben, nur aus, um überhaupt Nahrungsmittel zu kaufen. Viele verlieren ihre Wohnungen, haben keinen Stromanschluss mehr, weil sie sich die Stromrechnung nicht leisten können. Es hat aber auch massive psychische Konsequenzen. Viele Mädchen sind inzwischen sehr frustriert, dass sie nicht mehr ihre Ausbildung machen können. Es wurden ihnen ja auch Möglichkeiten sozusagen suggeriert, die jetzt genommen worden sind und die Selbstmordrate und hier beziehe ich mich auf eine Zahl, es gibt keine aktuellen Zahlen, aus der Zeit vor den Taliban war sie schon relativ hoch, weil Afghanistan insgesamt natürlich trotz der Modernisierung, die stattgefunden hat, eine sehr konservative Gesellschaft ist. Also ein bis zwei Frauen und junge Mädchen bringen sich täglich um, wobei das ein Tabuthema ist und die Zahl wahrscheinlich noch viel höher ist. Jetzt ist anzunehmen in dieser Situation, ich habe eine Studie gelesen, wo Frauen über den Impact Mitte des vorigen Jahres befragt worden sind, der Taliban-Maßnahmen, also wo es ja noch mehr Möglichkeiten eigentlich gegeben hat, dass viele dieser Frauen wirklich gesagt haben, also sie sind am Boden zerstört, ihre Töchter können nicht mehr in die Schule gehen, die sitzen nur mehr herum. Das führt auch dazu, weil ja die ökonomische Situation auch schwierig ist, zu Coping-Strategien, die sehr kontraproduktiv sind. Das heißt, junge Mädchen in armen Familien werden viel früher verheiratet, als das in den letzten Jahren der Fall war. Es kommt oft zu erzwungenen Heiraten beispielsweise, auch die Brüder sind oft frustriert, dass ihre Töchter nicht mehr in die Schule gehen, weil was erreicht worden ist nach 2001 ist, dass Bildung für die Kinder auch im ländlichen Raum eigentlich als etwas Positives betrachtet worden ist. Und so wächst eigentlich im Moment eine Generation heran, die keine Perspektiven hat, was dazu führt, dass viele eigentlich natürlich fliehen wollen. Aus ökonomischen Gründen zum Teil, aber eben auch aus dieser Perspektivenlosigkeit, aus dieser Frustration, aus der Gewalt, weil auch Gewalt gegen Frauen natürlich zugenommen hat und es keine Einrichtungen gibt, an die sich die Frauen wenden können. Auch das ist etwas, was nach 2001 implementiert worden ist, nur rudimentär tatsächlich umgesetzt, dass Frauenrechte implementiert worden sind, Einrichtungen, die sich um den Schutz der Frauen gekümmert haben, Richterinnen, die jetzt nicht mehr tätig sein können. Also die Frauen haben auch nichts mehr neben den NGOs, die ihnen helfen können, wo sie tätig sein können oder innerhalb der eigenen afghanischen Gesellschaft irgendwelche Institutionen, die sie unterstützen würden. Also es ist den Frauen immer mehr Recht genommen worden, die Jungen dürfen sich nicht mehr weiterbilden. Andererseits ist es so, dass viele Taliban-Führer auch ihre Kinder und auch Töchter ins Ausland schicken, in Schulen dort. Ist das nicht scheinheilig? Ja, wobei man auch sagen muss, also es scheint hier unterschiedliche Strömungen innerhalb der Taliban zu geben. Also während Kabul ja das offizielle Machtzentrum ist und die dortigen Minister partiell und auch auf der regionalen Ebene in den Provinzen vielleicht den Frauen mehr Rechte zugestehen würden, vor allem was die Bildung angeht, ist es im Endeffekt der oberste Führer der Taliban, der in Kandahar sitzt, der entscheidet. Also es scheint im Moment auch so eine Rivalität zwischen Kandahar und Kabul zu geben und zwischen den unterschiedlichen Fraktionen innerhalb der Taliban. Weil natürlich gibt es Taliban, die vorher in Katar im Exil gelebt haben, deren Kinder Schulen besucht haben, westlich orientierte Schulen, die ein anderes Bild haben um diesen erzkonservativen Klerikern, die Afghanistan sozusagen in eine mittelalterliche, unter Anführungsstrichen, gesellschaftliche Situation zurückführen wollen. Eine Frage habe ich jetzt noch, haben die Taliban denn überhaupt einen Rückhalt in der Gesellschaft, in der Bevölkerung? Also ich glaube, das ist jetzt auch eine sehr komplexe Frage, weil die Taliban zum größten Teil Pastunen sind. Und auch das ist ein Kritikpunkt, die UNO und andere, die versucht haben zu vermitteln. Und die Taliban wurden ja kaum anerkannt, mit ganz wenigen Ausnahmen. Das heißt, die UN spricht von der sogenannten de facto Autorität in Afghanistan. Es ist keine All-Inclusive-Regierung, die die Minderheiten berücksichtigt. Frauen sind natürlich auch nicht vertreten. Das heißt, es geht eigentlich darum, dass ein System, was den Rückhalt anbelangt, wie gesagt, die pastunische Mehrheit, die jetzt wieder praktisch die gesamte politische Macht in Händen hält, die ist natürlich eher zufrieden als die Minderheiten, die Tatschiken als der nächstgrößten Gruppe, die vorher sozusagen politisch eine große Rolle gespielt haben. Oder andere Minderheiten, wie die Turkvölker im Norden Afghanistans, die sich nicht mehr repräsentiert fühlen. Also sehr komplexe Strukturen und leider auch dramatische Zustände, gerade was die Frauenrechte betrifft. Vielen herzlichen Dank für Ihren interessanten Einblick und den Besuch bei uns im UF3 Aktuell Studio. Ich danke auch. Dankeschön. Wir kommen wieder zurück nach Österreich. In Österreich bei uns erlebt jede dritte Frau ab dem Alter von 15 Jahren Gewalt. Vergangenes Jahr wurden hierzulande 28 Frauen ermordet. Der österreichische Frauenring und die autonomen österreichischen Frauenhäuser haben zu diesem Thema heute eine Pressekonferenz gegeben. Die Vorsitzende des Frauenrings, Claudia Frieden, hat dabei die Politik zum Handeln aufgefordert. Wie ist das Jahr 2022 geendet? Mit Gewalttaten gegen Frauen. Seit Jahresbeginn müssen wir leider feststellen, ich glaube fast täglich feststellen, dass Gewalttaten im häuslichen und im öffentlichen Bereich stattfinden. Leider Gottes hat auch schon bereits im Jahr 2023 der erste Femizid stattgefunden. Wobei die Umstände zu diesem Mord immer noch mysteriös sind. Wir würden aber sagen, ich würde sagen nicht mysteriös, sondern eigentlich skandalös, weil der mutmaßliche Täter amtsbekannt war und niemand es notwendig befunden hat, ihn wegzusperren. Eines der Opfer war eine junge Mutter und eine junge Mutter, die vielleicht noch leben hätte können, wenn auch die Behörden früher gehandelt hätten. Ja, wir haben in den Neujahrsreden aber nichts gehört und zwar kein Bedauern mit den Opfern und ihren hinterbliebenen Kindern. Wir haben aber auch nichts gehört von den Spitzen unseres Staates, dass wir doch in Österreich ein großes Problem mit Männergewalt haben. Und vor allem, wir haben auch nichts gehört, dass diese Männergewalt nicht toleriert wird. Und das ist etwas, was wir ganz dringend brauchen, was wir hoffen und wünschen würden, dass wirklich hier auch von der Staatsspitze hier einmal auch kommuniziert wird, dass wir Probleme haben in unserem Land und dass diese Probleme wirklich auch nicht toleriert werden. Und vor allem auch, dass die Regierung genau dieses Problem als oberste Priorität setzen wird, weil es ist nämlich nicht egal, ob, wie gesagt, immer eine große Anzahl von Frauen umgebracht wird, eine große Anzahl von Frauen Gewalt ausgeübt wird. Also das heißt, hier würden wir uns wirklich auch mehr Engagement von Seiten der Regierung wünschen. Und natürlich braucht man auch die notwendigen Mitteln dazu. Und es gibt ja auch ein gutes Mittel, wie man Gewalt verhindern kann, welche Schritte notwendig sind. Und dieses Mittel ist ganz einfach die Istanbul-Konvention. Wir haben aber auch nichts gehört, was zu tun ist, um eine Frauenpolitik zu gewährleisten, die jetzt gerade dringend gebraucht wird. Wir brauchen nämlich eine Frauenpolitik, die nicht für elitäre Frauenpolitik macht, sondern für den größten Teil der Frauen in Österreich. Für die Frauen, die neben ihrer meist bezahlten Arbeit ihre unbezahlte Arbeit leisten müssen, um ihr Leben finanzieren zu können und für die Gesellschaft unbezahlt eine Leistung erbringen müssen, um ihre Kinder zu versorgen, um ihre nahen Angehörigen zu pflegen. Wir brauchen aber auch eine Frauenpolitik, die es nicht zulässt, dass Frauen nach einem Arbeitsleben in der Armut landen, die es aber auch nicht zulässt, dass sie im Trennungsfall schikaniert und mit ihren Kindern in die Armut getrieben werden. Wir brauchen eine Frauenpolitik, die allen Frauen die gleichen Voraussetzungen schafft, ökonomisch unabhängig zu leben und damit aber auch eine wichtige Voraussetzung für ein Leben frei von Gewalt schafft. Wir brauchen eine Frauenpolitik, die Frauen schützt und unterstützt. Vor allem, weil die ökonomische Situation von Frauen immer stärker in die Schieflage gerät. Ja, was geschieht aber ganz aktuell? Ganz aktuell mit dem Auslaufen der geblockten Altersteilzeit wird in erster Linie Frauen, die jetzt ab dem Jahr 2024 bald fünf Jahre länger im Arbeitsleben bleiben müssen, die letzte Chance genommen, früher gut abgesichert den Arbeitsmarkt verlassen zu können und nicht vor der Pension arbeitslos zu werden. Auf dem Rücken älterer Arbeitnehmerinnen meint die Regierung, den Arbeitskräftemangel beheben zu können. Es sind aber besonders die Frauen, die diese Variante gewählt haben, weil sie auch vielfach ihrer Kinder bei der Betreuung der Enkel unterstützen, die dann berufstätig sein können und neue Angehörige pflegen, weil auch diese Betreuung noch immer an den Frauen hängen bleibt. Eben, weil die Jungen die Rahmenbedingungen nicht vorfinden. Was geschieht noch aktuell? Die Unternehmen wünschen, dass schwangere Frauen und Jugendliche bis zu zehn Stunden am Tag arbeiten sollen, um den Arbeitskräftemangel zu beheben. Der Schutz, der eigentlich für sie als gedacht ist oder erkämpft worden ist, ist ihnen dabei offensichtlich egal. Und was geschieht aktuell nicht? Junge Frauen in den Arbeitsmarkt zu holen, sie gut zu bilden und auf ein Arbeitsleben vorzubereiten. Gerade Corona hat junge Frauen zurückgedrängt. Der Frauenring hat hier sehr gute Vorschläge bereits gemacht. Was geschieht nicht? Der Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr als Schlüssel zur Berufstätigkeit von Frauen wird nicht umgesetzt. Auch hier haben wir bereits im Jahr 2022 eine Petition gestartet, die von tausenden Menschen unterschrieben worden ist, die dann auch den Weg in das Parlament gefunden hat. Aber es hat, leider Gottes, gibt es hier auch keinen Erfolg zu verzeichnen. Das heißt, also, ja, die Regierung ist hier nach wie vor sehr säumig. Was geschieht aber nicht? Mehr Tempo im Kampf gegen Frauen- und Kinderarmut, zum Beispiel, und das werden Sie auch heute noch hören, die rasche Einführung einer Unterhaltsgarantie. Was geschieht nicht? Eine echte Pensionsreform und keine Kosmetik in Form des automatischen Pensionssplitting. Was geschieht nicht? Die gesellschaftliche und finanzielle Anerkennung der Sorgearbeit. Eine Gesellschaft, die von Frauen verlangt, unbezahlt zu arbeiten, muss diese Arbeit aber auch als soziale Absicherung anerkennen. Und was geschieht nicht? Ein seriöser Kampf gegen die Teuerungswelle, um Wohnen, Essen und Heizen zu können. Soweit Claudia Frieben, die Vorsitzende des Frauenrings, Roland Atrowitzer, nach wie vor bei uns zur Analyse hier im ORF 3 Aktuell-Studio. Ja, die Vorsitzende des Frauenrings sieht einmal mehr die Politik gefordert. Tut sie zu wenig? Auch nach ihrer Ansicht, ja, natürlich könnte mehr getan werden. Es kann aber auch nicht alles die Politik lösen. Sehr viele dieser Forderungen sind natürlich berechtigt. Diese Gewaltfrage, das ist eine ganz komplexe Geschichte. Am Anfang hat sie ja von diesem schrecklichen Frauenmord gesprochen, dieser Tatverdächtige, der ja vermutlich zwei Menschen ermordet hat. Wir sprechen von einem Obdachlosen in Wien. Das war quasi der erste Mord an einer Frau in Wien heuer. Nicht nur an einer Frau, sondern auch an einem Mann. Ich habe den Mann gut gekannt. Er war ein Tarokpartner von mir. Ein ganz wunderbarer, sanfter, fürsorglicher Mensch, der auf die gleiche brutale Weise wie diese Frau ermordet worden ist. Von einem Mann, wo man da natürlich recht hat, wo man nicht versteht, dass dieser Mann frei herumlaufen durfte. Er war als Gewalttäter bekannt. Er hat in Deutschland mehr als 20 Gewaltdelikte vermutlich gesetzt. Hat man jetzt mit ihren A-Spuren in Datenbanken nachvollziehen können? Er war ein Obdachloser. Es war wahrscheinlich schwierig, in seiner Habhaft zu werden. Kurz vor der Tat hat er seine Lebensgefährtin offensichtlich schwer misshandelt. Und es ist wirklich nicht verständlich, dass so ein Mensch frei herumlaufen darf und dann zwei Menschen innerhalb von drei Tagen umbringt. Einen harmlosen Pensionisten und eine junge Mutter noch dazu, wo die Kinder im Haus gewesen sind. Wirkliche Horrorgeschichten. Man mag sich das gar nicht vorstellen. Mein Freund Henrich Burggasser, wie er da gefesselt und schwerst misshandelt. Das war der Apotheker. Das war der Apotheker, ja. Und der dann genauso aus nichtigen Gründen ermordet wurde. Offensichtlich hat er nicht einmal wirklich etwas geraubt aus diesen Wohnungen, sondern sich dort betrunken offensichtlich an beiden Tatorten. Eine ganz grauenvolle Geschichte. Und dass das jetzt auch noch diese junge Frau noch getroffen hat, noch doppelt tragisch. Natürlich ist immer die große Frage, ob solche Taten überhaupt verhindert werden können. Das ist natürlich jetzt eine Extremfrage. Es wird nie keine Gewalt geben. Sogar totalitäre Gesellschaften haben mit den schärfsten Straftrogenen, sowohl die Sowjetunion als auch Nazi-Deutschland oder China oder Nordkorea, du kannst Gewalt nie ganz verhindern, du kannst nicht vor jedes Haus einen Polizisten stellen. Das ist schon klar. Aber man kann natürlich ein gesellschaftliches Klima versuchen zu schaffen, dass das erschwert. Aber die ideale Gesellschaft und den idealen Menschen, die gibt es halt nicht. Es heißt ja auch immer wieder, dass Gewalt jetzt gerade an Frauen, vor allem auch im Bekannten, im Familienkreis stattfindet. Und da gibt es natürlich auch bei uns einige Angebote für Frauen, wohin sie sich wenden können. Ja, sehr verständlich. Ja, die meisten Fälle der Gewalt finden im Familienkreis statt. Man darf auch nicht, es hat ja keinen Sinn, sich diese Diskussion zu tabuisieren, außer Acht lassen, dass es auch in Familien mit Migrationshintergrund vorkommt. Das war ja auch immer wieder die Diskussion, wenn auch die Mehrzahltäter eindeutig österreichische Staatsbürgerschaft haben. Aber auch diese Diskussion darf nicht tabuisiert werden, dass man da auch mit den Migrationsvereinen, mit den Vereinigungen, mit den Verbänden da in Kontakt tritt. Aber das geschieht natürlich ohnehin. Aber Gott sei Dank gibt es diese Frauenhäuser und nur der Appell an alle. Hilfe holen, bevor etwas passiert. Bevor es zu spät ist, noch hinzuschauen, hinzuhören, was in der Nachbarwohnung passiert, nicht wegzuschauen, sowohl an Kindern oder noch schlimmer, Gewalt an Frauen. Vielen Dank, Roland. Fünf Jahre lang war der 140 Jahre alte Bau von Theophil Hansen saniert worden, um mehr als 400 Millionen Euro. Jetzt ist das Parlament am Wiener Ring wieder eröffnet. Dabei war gestern viel von einem Neustart die Rede, dass die Übersiedlung ins sanierte Haus auch zu einem neuen Stil in diesem Haus führen sollte und die Politik wieder Vertrauen gewinnt. Tatsächlich ist das Image des Parlaments in Umfragen so schlecht wie noch nie in der Zweiten Republik. Am Rande erklingt er zum ersten Mal. Jener goldverzierte Flügel, der nun auf Wunsch von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka im frisch renovierten Parlament steht. 23 Karat Gold schmücken den Flügel. Ähnlich pompös ist auch der Festakt zur Einweihung des neuen alten Parlaments. Die Wiener Sängerknaben singen, die Philharmoniker spielen. Und hochrangige Gäste aus dem In- und Ausland sind gekommen. Der ehemalige Präsident des Deutschen Bundestages, Wolfgang Schäuble, mahnt die Abgeordneten, populistische Vereinfachungen zu vermeiden. Während die Volksvertreter drinnen feiern, protestieren draußen Kinderorganisationen und Klimaschützer. Sie fordern mehr Beachtung im Hohen Haus für ihre Anliegen. Den meisten Passanten wird im Parlament zu viel gestritten. Die Menschen und Politiker würden natürlich auch gut dazu beitragen, wenn sich die auch ein bisschen renovieren würden und sich nach den Regeln halten. Ich denke mir, es geht um die besten Ideen und nicht nur, dass man schaut, dass man selber am besten dasteht. Ja, mein Wunsch wäre es schon, dass eben persönliche Angriffe unterbleiben und dass ordentlich gearbeitet wird. Hausherr Wolfgang Sobotka selbst schlägt durchaus selbstkritische Töne an. Unsere Demokratie wird getragen von wechselseitigem Respekt. Lassen wir uns von dieser Wirkung des Hauses in unserem politischen Agieren leiten und begleiten. Viel wird gesprochen über Respekt und Streit im Parlament. Ich möchte wirklich eine Lanze brechen dafür, dass Debatte in einer Demokratie, und das nennen manche Streit, notwendig ist. Weil es braucht Widerspruch. Manchmal gehen halt die Emotionen mit jemandem durch, aber auch das ist Teil einer lebhaften Diskussion. Also ich denke, wir haben das ganz gut im Griff. Freunden muss man dafür nicht sein, aber selbstverständlich ist ein respektvoller Umgang, der auch der Demokratie und dem Haus würdig ist, zentral für diese Auseinandersetzung. Das Gemäuer jedenfalls erstrahlt in neuem Glanz. Um die 400 Millionen Euro hat die Sanierung gekostet und fünf Jahre gedauert. Am auffälligsten ist die neue Glaskuppel über dem Nationalratssaal. Eine Sanierung von Grundauf war schon deshalb nötig, weil das Parlamentsgebäude viel erlebt hat. 1883 wird sein Bau fertiggestellt. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs wird vor dem Parlament die Republik ausgerufen. Nach dem Zweiten Weltkrieg muss es saniert werden, nachdem Bombeneinschläge das Parlament schwer beschädigt haben. Als das Hohe Haus anschließend wiedereröffnet wird, tanzen die Menschen davor, vor Freude sogar Walzer. Solche Freudentänze vor dem Parlament sind ausgeblieben. Oskar Deutsch ist als Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien wiedergewählt worden. Seit 2012 ist Deutsch mittlerweile im Amt. Der Wirkungsbereich der Israelitischen Kultusgemeinde Wien umfasst nicht nur die Bundeshauptstadt, sondern auch Niederösterreich, die Steiermark, das Burgenland und Kärnten. Und ich begrüße den neuen alten Präsidenten jetzt im ORF3 aktuell Studio via Skype. Schönen guten Tag, Herr Deutsch. Schönen guten Tag. Herr Deutsch, welcher großen Anliegen wollen Sie sich denn in Ihrer neuen Periode als Präsident annehmen? Die Herausforderungen unserer Gemeindemitglieder sind die gleichen Herausforderungen, die der österreichischen Gesellschaft. Inflation betrifft uns alle und ich möchte unsere Gemeinde durch diese schwierigen, ausfordernden Zeiten einfach gut durchbringen und speziell den Leuten helfen, denen es bei uns nicht so gut geht. Ja, die Teuerung, die trifft ja derzeit alle, eben auch die jüdische Gemeinde, wie Sie sagen. Aber warum die denn besonders? Ja, nicht besonders. Wir sind ein Teil der österreichischen Gesellschaft und das ist ein Abbild. Wir sind keine große Gemeinde, wir sind 8.000 Leute. Aber es ist auch bei uns die Armen, die Leute, die bis jetzt arm waren, denen geht es auch nicht besser. Und die Mittelschicht oder einige Leute, viele Leute der Mittelschicht, denen geht es auch schlechter. Also sehe ich die Kultusgemeinde da mitzuhelfen, dass es den Leuten halbwegs gut gehen soll. Und wie können Sie das konkret tun? Wir haben das bereits im Jahr 2022 begonnen, zwei Beispiele. Wir haben am Schulbeginn eine Schulaktion gemacht, wo wir Leuten oder Kindern, deren Eltern sich ein Schulstartpaket, Kugelscheiber oder was man alles braucht, nicht leisten kann, haben wir unterstützt, haben wir Geld gegeben, haben wir Gutscheine verteilt. Wir haben zu Chanukka, den Mindestpensionisten der Kultusgemeinde, 100 Euro gegeben pro Person. Und Ähnliches planen wir auch im Jahre 2023. Das klingt sehr gut. Etwas, das uns alle auch betrifft, ist natürlich auch der Krieg in der Ukraine. Viele Menschen flüchten von dort zu uns. Und Ihre Gemeinde, die jüdische Gemeinde, hat 1.000 Flüchtlinge bei sich aufgenommen. Einige sind auch Mitglieder geworden. Was geschieht denn jetzt mit denen? Das entscheiden sie selber. Man muss sich vorstellen, in erster Linie sind hier Frauen, Mütter mit ihren Kindern. Und viele von ihnen haben ihre Ehegatten, ihre Väter noch in der Ukraine. Viele von ihnen wissen nicht, ob ihre Wohnungen, die sie haben, nicht zerbombt wurden usw. Und das müssen die entscheiden, können und wollen die zurück in die Ukraine. Oder, wie schon immerhin 200 Leute haben bereits die Mitgliedschaft in der Kultusgemeinde erhalten, wollen die anderen hierbleiben. Mich würde es sehr freuen. Das heißt, es ist noch nicht sicher, einige wollen sicher hierbleiben und andere möglicherweise, wenn sich die Lage verändert, wieder zurück in ihre Heimat. Ja, ich glaube, dass die das selber nicht wissen. Ich kann das auch wirklich nicht einschätzen. Ich kann auch nicht einschätzen, wenn Putin weiter bombardiert, ob nicht weitere jüdische und nicht jüdische Flüchtlinge, da wollen wir ja keinen Unterschied machen, nach Europa kommen werden. Also das Ganze ist ja noch nicht gegessen. Das ist ja alles noch, und das alle 600 Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt, das ist leider noch nicht zu Ende. Leider noch nicht zu Ende. Immer wieder, und das ist auch nicht sehr schön, gibt es bei uns in Österreich Antisemitismusvorfälle. Jetzt meine Frage an Sie, haben Sie schon Daten diesbezüglich, wie es im vergangenen Jahr ausgeschaut hat, ob das mehr geworden sind oder doch vielleicht weniger? Nein, also Antisemitismus steigt überall. In Österreich, in ganz Europa und eigentlich in der ganzen Welt. Wir haben Daten für das erste Halbjahr 2022. Da ist der Antisemitismus ein bisschen runtergegangen. Da sind weniger Vorfälle uns gemeldet worden. Wie das im gesamten Jahr ist, weiß ich nicht. Aber wichtig ist, dass man hier in Österreich, aber überall versteht, dass Antisemitismus ein No-Go ist. Und dass es nur möglich ist, dieses Krebsgeschwür von Antisemitismus zu bekämpfen, indem nicht nur die Politik, sondern die gesamte Zivilgesellschaft, Juden, Nichtjuden, alle dagegen aufstehen und Zivilcourage zeigen. Und wenn zum Beispiel in der Straßenbahn jemand sich antisemitisch äußert, würde es mich sehr freuen, und das wäre eben so, ich sage Zivilcourage, freuen, wenn einer dagegen aufsteht und sagt, nein, das ist in Österreich verpönt. Und in diese Richtung müssen wir alle arbeiten. Also interpretiere ich Sie richtig, nicht wegschauen, sondern hinschauen und etwas tun dagegen. Genau so ist es. Und dann können wir den Antisemitismus einschränken. Besiegen werden wir ihn nie. Dann sage ich vielen herzlichen Dank, Herr Präsident Deutsch, für dieses Interview bei uns in UF3 aktuell. Dankeschön. Danke Ihnen. Mehr als 2000 Menschen mit Behinderung nehmen eine persönliche Assistenz in Anspruch, also einen Helfer oder eine Helferin für das Privatleben. Dadurch können sie alleine wohnen und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Doch diese Gruppe schlägt jetzt Alarm, denn Assistentinnen und Assistenten sind nur mehr sehr schwer zu finden. Im Haus der Geschichte will Elisabeth Magdlener ihre Zukunft besprechen. Es geht um ein weiteres Projekt, an dem sie mitarbeiten wird. Ohne persönliche Assistenz wäre das nicht möglich. Da kann ich nichts machen. Ich kann nicht auf die Uni gehen. Ich kann nicht aus dem Bett aufstehen. Ich kann auf der Uni meine Vorträge nicht halten. Ich kann nichts machen ohne Assistenz. Doch es wird immer schwieriger, Assistentinnen und Assistenten zu finden. Mit der Förderung, die sie bekommt, kann sie nicht viel bezahlen und auch die arbeitsrechtliche Absicherung fehlt. Man findet einfach niemanden mehr. Ich kriege Absagen nach Absagen wegen dem Vertrag und wegen der Bezahlung. Und ich kann nicht hingehen und sagen, ich zahle nicht mehr. Das hat auch zufolge, dass ich immer wieder alleine bleiben muss. Und das ist auch gefährlich, weil wenn ich einen Krampfunfall kriege, was mache ich dann? Die Regierung hat Verbesserungen bei der persönlichen Assistenz versprochen. Im Frühling soll ein Pilotprojekt in drei Bundesländern vor Adelberg, Tirol und Salzburg starten. Es sei genug Geld da, sodass auch die anderen Bundesländer einsteigen können, heißt es aus dem Sozialministerium. Man sei derzeit im Austausch. Elisabeth Magdlener wohnt in Wien. Sie muss hoffen, dass jetzt sehr schnell etwas verbessert wird. Denn normalerweise hat sie sieben Assistentinnen. Ab Februar nur noch zwei. Wie soll ich im Februar aus dem Bett kommen? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es wirklich noch nicht. Zu den umstrittenen Klimaprotesten der Gruppe Letzte Generation hat Wolfgang Geier in Politik Live in der UF3-Sendung gestern mit seinen Gästen diskutiert. Zu Beginn fragt Wolfgang Geier die Klimaaktivistin Karoline Turner, warum die Aktionen der Gruppe die Emotionen denn so hochgehen lassen. Wir sind nur ein Alarm und wir wecken die Menschen auf. Und aufwecken tut weh. Also niemand mag seinen Wecker in der Früh. Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal den Feueralarm in Ihrem Haus gehört haben. Das tut weh in den Ohren. Aber es ist ganz wichtig, damit man dann reagiert. Andreas Kohl, was glauben Sie, warum gehen die Emotionen so hoch? Warum trifft das offensichtlich so einen Nerv? Im guten Wien, im ablehnenden Wien zustimmen. Ich glaube, dass das Anliegen Klimaschutz von 90 Prozent der Bevölkerung in unterschiedlichem Ausmaß aber dennoch geteilt wird. Was die Menschen nervt, ist die gesetzwidrige Anwendung von Gewalt gegen Sachen und Menschen. Ich kenne aber auch sehr viele Menschen und ich verstehe auch diejenigen sehr gut, die es sehr aufregt, dass seit Jahrzehnten einfach zu wenig Klimaschutzmaßnahmen gemacht werden. Also es gibt viele Aufregungen auf unterschiedlichen Seiten. Und ich denke, es ist jetzt höchste Zeit, das Zeitfenster, in dem wir noch handeln können, schließlich immer dramatischer. Einfach zu handeln. Wir als CEOs for Future versuchen bewusst auch mit Jugendlichen und Jugendorganisationen zu reden. Ich glaube, es braucht viel mehr Zusammenarbeit, weil ansonsten gebe ich Herrn Kohl recht, dass die Protestaktionen wahrscheinlich da wie dort heftiger werden. Also viel Aufregung von unterschiedlichen Seiten, Thomas Hofer. Herr Geyer, ich versuche eine Antwort auf Ihre Frage, eine relativ kurze. Ich glaube ganz einfach, warum regt es auf? Weil es den Alltag vieler Menschen betrifft und einschränkt. Punkt. Das ist es. Eine Störung. Das ist ja wohl auch intendiert. Die Art und Weise der Aktionen ist genau etwas, worauf das abzielt. Und deswegen, glaube ich, regt es mehr auf als, und das war jetzt auch nicht unemotional, als permanente Demonstrationen am Wiener Ring, die wir auch gesehen haben während Corona oder andere Aktionen. Damals haben wir diskutiert, soll man nicht die Demonstrationen in den Wiener Prater verlagern? Dagegen haben sich die damaligen Organisatoren und Organisatorinnen der Demonstrationen gewährt, weil sie gesagt haben, na dann regt es überhaupt keinen mehr auf. Also es ist die Frage, wie nahe kommen sie unter Anfängszeichen den Menschen. Das ist der Grund, warum es mehr aufregt als anderes davor. Aber Ärger ist ein wunderbares Mittel aufzuwachen. Die Menschen ärgern sich, die gehen in ihre Arbeit und schimpfen über uns. Und die gehen nach Hause und schimpfen über uns. Aber inzwischen ist das Bewusstsein in der Bevölkerung, wie schlimm die Situation wirklich ist mit dem Klima, schon so weit verbreitet in der Bevölkerung, dass sie immer auf jemanden stoßen werden, der sagt, ja die Methoden, die die machen, die sind blöd. Aber das Anliegen, das die haben, das ist definitiv gerechtfertigt. Ist da andere Gruppen, die zum Beispiel für Freiheit im Iran demonstrieren oder wenn die Gewerkschaft eine Demonstration macht, wenn die auch solche Methoden anwenden wie sie, dann bricht unser öffentliches Leben zusammen. Aber die Methode, die man wählt, muss immer in Relation zu dem sein, zu dem moralischen Dilemma, in dem eine Bevölkerung steht. Nein, das ist zu wenig. Wir müssen da im Gesetz entsprechen. Die Methoden, das ist der ganz große Unterschied. Und hier haben Sie mir direkt die offene Flanke Ihrer Argumentation geboten. Das Anliegen mag noch so groß sein. Und ich unterschätze den Klimaschutz nicht. Und ich bin persönlich sehr dafür, dass Klimaschutz betrieben wird. Aber der Zweck heiligt nicht die Mittel. Was Sie, Herr Geier, angedeutet haben, da könnte jeder kommen sozusagen. Wir können nicht zurück in die Zeit, wo das Recht nicht gegolten hat, sondern man glaubte für ein gerechtfertigtes Anliegen, Gewalt anwenden zu können, außerhalb des Rechts. Sie können Proteste machen. Ich glaube, man kann sehr viele Proteste machen. Wir sind eine 100% gewaltfreie Beredung. Man kann Proteste machen, so viel wie man will. Das machen wir. Es gibt eine Rechtsordnung. Die Geduld der Menschen ist groß. Und solange es im Rahmen der Rechtsordnung ist, sind Sie vollkommen gerecht. Haben Sie schon einmal überlegt, sich wo anzukleben? Also ich persönlich bin seit 20 Jahren immer wieder auf unterschiedlichen Klimademonstrationen gewesen. Es wurde nicht so viel darüber berichtet und nicht so viel darüber geredet. Und ich kann mich erinnern, vor wenigen Jahren, als die Fridays for Future sich am Freitag quasi gestreikt haben, war das ein großer Skandal. Warum machen Sie es nicht am Wochenende? Am Wochenende wäre es niemandem aufgefallen. Also das ist schon ein Dilemma. Und ich sage auch offen, wir als CEOs for Future teilen die Anliegen der Klimaschützerinnen. Wir haben andere Methoden, aber wir teilen die Anliegen. Und wir verstehen schon auch, und ich kann es auch persönlich nachvollziehen, auch die Verzweiflung darüber, dass Maßnahmen nicht gesetzt werden. Und die Verzweiflung irgendwie halt zu suchen, wie kann ich Aufmerksamkeit erzeugen. Ich kenne das auch aus Bürgerinitiativen, aus unterschiedlichem Engagement, dass es natürlich immer auch eine Gratwanderung ist, wie schaffe ich es, Aufmerksamkeit zu erregen. Um welchen Preis dann? Wenn ich merke, mein Thema, bitte? Um welchen Preis auch? Mein Thema kommt nicht durch. Auf der anderen Seite kann das natürlich auch immer dazu führen, dass man sich nicht bei allen beliebt macht. Aber ich finde ehrlich gesagt, ohne die Klimaproteste würden wir heute auch nicht da sitzen. Wenn man sich die Situation anschaut, in Deutschland, ebenso in Österreich, sind Grüne mit in der Regierungsverantwortung. Jetzt entstehen genau an diesen Orten auch solche Protestbewegungen. Ist das jetzt ein Beleg dafür, dass da politisch zu wenig weitergeht? Es ist ein Beleg dafür, also ich sitze nicht in meiner ehemaligen Funktion da, sondern für eine Wirtschaftsinitiative. Aber es ist schon ein Beleg dafür, dass in den letzten Jahrzehnten einfach viel versäumt wurde. Gerade auch aus wirtschaftlicher Sicht, weil die Dekarbonisierung der Wirtschaft, des Energiesystems, der Wirtschaft, der Industrie, passiert ja nicht von heute auf morgen. Und für Wirtschaft ist es auch wichtig, Planungshorizonte zu haben. Aber gerade jetzt, wo Grüne in der Regierungsverantwortung werden... Es ist natürlich auch nicht nichts passiert und es passiert jetzt auch nicht nichts, also erneuerbaren Ausbaugesetz. Aber es geht zu langsam offensichtlich. Die Pfade Österreich hat gegenüber 1990 bis 2020 kein einziges Gramm CO2 eingespart. Wenn man einzelne Maßnahmen setzt, dann geht dieser Pfad halt auch nicht so schnell nach unten. Und die Protestgruppen müssen wissen, dass da die Gesetze im Parlament gemacht werden und nicht auf der Straße. Und ich finde, dass die Demokratie, lassen Sie mir noch den Schlusssatz sagen, ich finde, dass die Demokratie ein sehr kostbares Gut ist, dass derzeit von zwei Seiten, von zwei Richtungen unter lebensgefährlichem Druck steht. Das ist von oben herunter die Aggression von Putin, der die Rechtsordnung und die demokratische Ordnung international durch ein Gesetz des Stärkeren ablösen möchte und von unten herauf durch Gruppen, die sich nicht mehr in den demokratischen Prozess einfügen. Das muss sein. Im demokratischen Prozess entscheidend tut der Gesetzgeber. Wenn man, selbst wenn Sie Erfolg hätten und zum Beispiel die Forderungen, die sich haben, also zumindest die zwei Hauptforderungen, sind aus meiner Sicht deutlich moderate. Also ein Fracking und Bohrverbot, ja, okay, in Österreich, das... Fracking ist das Heraussprengen von Gasreserven im Boden. Gut, das wird ja nicht einmal gemacht jetzt in Österreich. Und das zweite ist Tempo 100 auf Autobahnen. Gut, das wäre ein sehr emotionales Thema. Aber selbst wenn, oder gesetzt den Fall, Sie würden sich jetzt in sechs Wochen durchsetzen, die Regierung würde das machen, macht sie nicht aus politischen Gründen natürlich, weil es ein viel zu heikles Thema ist, auch für ÖVP-Zielgruppen konkret, da haben Sie schon recht. Nur, sagen Sie mal, was würde passieren, wenn Sie sich durchsetzen in sechs Wochen? Was würde passieren? Es würden sich zig andere Gruppierungen genau gleicher oder noch heftigerer Methoden bedienen. Und das allein ist schon ein Grund, warum das nicht passiert. Und deswegen muss man sozusagen diese Methoden hinterfragen. Und die Emotionalisierung, die Polarisierung, das ist, glaube ich, ein generelles Problem, was der Herr Kohl angesprochen hat. Natürlich ist es ein Wahlkampfthema in Niederösterreich. Das wird auch in anderen Wahlkämpfen noch eine heftige Auseinandersetzung geben. Natürlich ist diese Form des Protests etwas, was polarisiert, wo sich natürlich Parteien, wie jetzt in Niederösterreich, wie auch die FPÖ in Wien, draufsetzen und sagen, so, und jetzt eskalieren wir noch weiter, jetzt polarisieren wir noch weiter. Was bleibt denn letztendlich? Da ist die Frage, und da ist die Frage, Herr Geyrich kommt zum Schluss, da ist die Frage, erreichen Sie das Ziel, das Sie erreichen wollen, wirklich? Sie haben das vorher ausgeführt mit Hirnstrukturen etc. Ich würde das bezweifeln, ob Sie das bei einer Mehrheit der Bevölkerung, und das, glaube ich, ist ja das Ziel, oder muss das Ziel sein, eine Verhaltensänderung anzuschreiben. Das ist für uns alle, glaube ich, ein gemeinsames Ziel. Da glaube ich, dass diese Methode nicht die geeignetste ist, um das wirklich zu erreichen, was Sie eigentlich wollen. Die Grünen sind selbst aus einer Protestbewegung gekommen. Zeigt das Aufkommen solcher jetzt Gruppen, muss man sagen, wir haben gehört, es sind einige Dutzend Leute, aber zeigt das Defizite der bestehenden Politik auf? Noch einmal, ich sitze als Vertreterin einer Wirtschaftsfansierer, Oswald Lutscher, heute hier da. Ich möchte auch mit meinem Hintergrund in der Politik, ist für mich das Thema, wie schaffen wir es in einer Demokratie, die Klimaziele umzusetzen, nämlich in der Geschwindigkeit, in der es notwendig ist, und die Entscheidungen in einer Geschwindigkeit zu treffen, in der sie notwendig sind. Wie geht das mit unseren demokratischen Prozessen zusammen? Ich versuche es mit meiner Frage andersrum. Das wollte ich sagen, ist für mich auch, weil hier auch immer wieder schon das Wort Demokratiegefährdung wegen der Proteste gefallen ist, aber ich finde auch, die zu wenigen Klimaschutzmaßnahmen sind irgendwann demokratiegefährdend, weil, wie gesagt, das Zeitfenster sich schließt, der Handlungsdruck größer wird, Maßnahmen schneller gesetzt, Projekte vielleicht auch schneller umgesetzt werden müssen. Und ich selbst komme aus einer Bürgerinitiative, ich habe mich persönlich sehr intensiv damit beschäftigt, wie geht man jetzt um, damit Bürgerinnen zu beteiligen, weil man muss die Gesellschaft auch mitnehmen. Aber natürlich gibt es auch Bürgerinitiativen gegen Windräder oder Photovoltaikanlagen zum Beispiel. Wie geht man damit um? Und wie schaffen wir diese Entscheidungen zu treffen? Ich glaube, das ist eine ernsthafte Frage, wo ich auch, ich glaube, wir haben eine Entscheidungskrise auch, ehrlicherweise. In der Politik. Wir schaffen die, als Gesellschaft, die Entscheidungen, die wir brauchen, um uns aus dieser Krise heraus zu managen, schnell genug zu treffen. Wir als CEOs for Future versuchen, einen Beitrag zu leisten, indem wir auch wirtschaftliche Chancen aufzeigen. Darüber wird, finde ich, viel zu wenig gesprochen. Aber ich glaube, was grundlegend fehlt, ist ein gesamtgesellschaftliches Commitment, dass Klimaschutz und Energiewende ein gesamtgesellschaftliches, überparteiliches Anliegen ist. Und auch, dass es umgesetzt wird. Weil, das kann ich aus meinem Bürgerinitiativen Hintergrund sagen, wenn ich nicht verstehe, warum da jetzt irgendetwas gebaut wird, bin ich weniger bereit, das in Kauf zu nehmen, als wenn man jemand erklärt, okay. Aber das führt uns jetzt weg von dieser Frage, wie wir mit den Protesten umgehen, Frau Brunner. Soll man diese Anliegen, die diese radikalen Gruppen haben, Eingemeinden sozusagen einbinden in die Prozesse, die wir haben? Oder wie sollen wir damit umgehen? Also ich finde, was in jedem Fall fehlt, ist, dass gerade Jugendliche auch zu wenig gehört werden. Das kann ich auch aus unserem Jugenddialog, den wir bei CEOs for Future führen. Das haben Sie jetzt schon ein paar Mal erwähnt, wenn ich das anfügen darf. Aber im öffentlichen Diskurs ist es zu wenig. Und bei den Bürgerinnenreden bin ich ja ehrlicherweise auch skeptisch. Ich habe jetzt Ihre Organisation gemeint. Die haben Sie uns jetzt schon... Weil das gab es ja hin und wieder auch schon mal, also im Zuge des letzten Klimaschutzgesetzes gab es das auch jetzt vor kurzem. Und oft ist es dann so, dass halt die Umsetzung, Sie haben es ja auch angesprochen, nicht dementsprechend fehlt. Und ich finde schon, dass Regierungen, Parlamente Verantwortung übernehmen müssen für das, was... Jetzt haben sich etwa 50 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hinter diese Proteste gestellt, Herr Kohl. Macht Sie das nachdenklich oder... Das macht mich nachdenklich über die Wissenschaftler. Ich meine, meine Wissenschaftsgläubigkeit hat abgenommen, obwohl ich selber aus der Wissenschaft komme. Was während der Pandemie an wissenschaftlichen Prognosen von verschiedenen Seiten gekommen und nicht gekommen ist, hat mich darin bestärkt, dass man sich die Experten sehr genau anschauen muss. Und dass das auch nicht die vier Evangelisten sind, die hier auftreten. Ich glaube auch, dass die Experten, es sind ja sehr viele, die man kannte am Praterstern, da sind eben Grünaktivisten, die die Wissenschaft... Da werden sich jetzt einige dagegen verwehren, ich sage das im Sinne der Nichtanwesenden. Ja, wahrscheinlich, aber... Ich bin mir ziemlich sicher. So, was ich da gesehen habe, sind das Menschen, deren Engagement für den Umweltschutz ich kenne. Das ist durchaus positiv zu werten, ja. Aber das besagt nicht, dass die Wissenschaft als solche eine gewisse Lösung vorschlägt. Und ich finde es naiv, darf ich Ihnen sagen... Also bei Corona, Corona war ein neues Problem, das war für die Wissenschaft ein neues Problem. Aber das Klimaproblem ist nicht neu. Bleiben wir beim Klima, lassen wir Corona klassen. Darf ich dabei bleiben? Es ist naiv zu glauben, dass 25, 250 oder 2500 Experten vom Himmel fallen und eine gute und richtige Lösung für alle Probleme finden und die in den demokratischen Prozess eingebaut werden können. Das widerspricht sich. Und wir müssten also auch... Ich stimme Ihnen überein, dass es einen gesamtgesellschaftlichen Konsens in Fragen des Klima- und Umweltschutzes braucht. Nur wenn ich die Regierungserklärung dieser Regierung lese, dann sehe ich dort einen gesamtgesellschaftlichen Konsens. Es wird dem nicht widersprochen. Wir sind bei den Wissenschaftlern aufgebrochen. Ich glaube, Thomas Hofer wollte dazu was sagen. Und dass es schwierig ist, Gesetze zu machen, die diese Anliegen umsetzen und die Wirtschaft, die Sie ja kennen, die wirtschaftlichen Interessen berücksichtigen, die Möglichkeiten, die Konkurrenzsituationen. Das ist alles sehr komplex. Und da kann man mit einem Experten reden, kann man Ratschläge, aber keine Entscheidungen. Soweit eine kurze Zusammenfassung der Sendung Politik live von gestern Abend. Vergangenes Jahr sind bei uns so viele Photovoltaikanlagen errichtet worden wie noch nie. Damit kann zu Spitzenzeiten so viel Energie produziert werden wie in den bis zu fünf größten Donaukraftwerken des Landes. Geht der Ausbau in dieser Tonart weiter, käme man den gesteckten Zielen sehr nahe, sagen Expertinnen und Experten. Mehr Tempo braucht es dafür deutlich bei den Windrädern. Im Westen unseres Landes steht noch kein einziges Windrad. Bis ein Windrad zu seiner ersten Drehung ansetzt, braucht es im Schnitt sechs Jahre. Denn am Weg dorthin bläst Gegenwind, Haken im Fördersystem, lange Genehmigungsverfahren und auch der Bau braucht Zeit. Die Reform der Umweltverträglichkeitsprüfung und das sogenannte Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz sollen jetzt Genehmigungen flotter machen. Das ist die politische Ankündigung. Kann es gelingen? Der Hebel, den wir brauchen, der ist noch enorm. Das heißt nicht, dass das automatisch passieren wird. Das ist nicht etwas, was garantiert passieren wird. Das wird nur mit großer Anstrengung gelingen. Zusätzliches Dilemma, egal ob Windkraft oder Photovoltaik. Für beides ist das Material knapp und teuer. Derzeit gibt es gerade bei Photovoltaikanlagen lange Lieferzeiten. Das ist einerseits noch immer Covid-bedingt mit den Lieferketten, dass es hier Probleme gibt. Und auf der anderen Seite auch kriegsbedingt. Und schließlich fehlt Personal. Vor allem Elektrotechniker und Mechatroniker sind schwer zu finden. Es sind derzeit gute 11.300 offene Stellen, die klimarelevante Berufsanforderungen haben, sind mehr als 10 Prozent der offenen Stellen. Wir brauchen Heizungstechnikerinnen, die Gasthermen dann auch tatsächlich ausbauen und das erneuerbare Heizsystem einbauen. Die Regierung will zusammen mit Sozialpartnern und AMS auf Aus- und Weiterbildung setzen und dafür Geld in die Hand nehmen. Rückenwind für die Erneuerbaren. Der neue Schweizer Bundespräsident Alain Berset ist in Wien. Am frühen Nachmittag wird es eine Pressekonferenz geben. Die sehen Sie dann bei meinem Kollegen Rainer Reitzhammer. Und wir wollen jetzt kurz über die Bedeutung dieses Besuchs reden. Roland Adrowitzer nach wie vor hier bei uns im UF3 Aktuellstudio zur Analyse. Ja, was bedeutet es denn, dass jetzt dieser Schweizer Bundespräsident, der neue, zu uns auf Besuch kommt? Man muss wissen, das weißt du natürlich, die Schweiz hat ja keinen gewählten Bundespräsidenten, so wie Österreich oder die Bundesrepublik Deutschland. In der Schweiz ist immer ein Jahr lang einer der sieben Bundesräte, Bundesrätinnen, quasi die Minister, auch für ein Jahr lang Staatsoberhaupt alle besetzt. Ein Westschweizer Sozialdemokrat ist in diesem Jahr an der Reihe und traditionell findet der erste Auslandsbesuch eines Schweizer Bundespräsidenten in Wien statt. Nun ist es so, dass es heißt, dass es auch um den Ukraine-Krieg wohl gehen wird. Die Schweiz hat sich ja da politisch klar auf die Seite der Ukraine gestellt und hat etwa auch eine gemeinsame Wiederaufbaukonferenz veranstaltet. Was könnte denn diesbezüglich Österreich für eine Rolle spielen? Innenpolitisch in der Schweiz nicht unumstritten, weil die Schweizer Konservativen dagegen sind, dass sie sich in der Schweiz da so eintrittlich positioniert hat. Aber in der Mehrheit ist die Schweizer Regierung ganz klar an der Seite auch der Ukraine, so wie Österreich, zwei neutrale Staaten. Die Schweiz ist jetzt auch für zwei Jahre Mitglied im UNO-Sicherheitsrat, als nicht ständiges Mitglied dabei, hat jetzt auch eine gewichtige Stimme. Und was da die beiden neutralen Staaten, die letzten beiden, die da in Zentraleuropa übrig geblieben sind, da gibt es sicher einiges zu besprechen. Es gibt ja im Gefolge des Ukraine-Krieges hat sich ja in den neutralen Staaten einiges getan. Es gibt jetzt nur mehr drei Inseln in der EU, jetzt drei Inseln, die neutral sind. Das ist Irland, Zypern und Malta und die ehemalige Insel der seligen Österreich. Die Schweiz ist nicht EU-Mitglied, aber in sehr vielen Fragen ganz eng an die EU gekoppelt, Schengen und so weiter. Und auch die Schweiz hat eine wesentlich wehrhaftere Neutralität als die Österreich hat. Die Schweiz hat eine starke Armee, die Schweiz hat eine sehr massive Luftverteidigung, also eine ganz anders definierte Neutralität als Österreich. Nun ist es so, dass viele auch sagen, dass die Beziehungen der Schweiz zur EU an der Kippe stehen, weil die Schweiz ja im Mai 2021 auch die Verhandlungen über ein Rahmenabkommen beendet haben. Wie wird es denn da diesbezüglich weitergehen? Das Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU ist ein sehr schwieriges. Ich war damals wieder einmal noch auf ein paar Monate in Brüssel stationiert, genau wie das gewesen ist. Das Hauptproblem ist, dass sich die Schweiz innenpolitisch nicht in der Lage sieht, diese weitreichenden EU-Forderungen etwa zur Arbeitnehmerfreizügigkeit zu übernehmen, obwohl es die Schweiz am Schengen-Raum und so teilnimmt. Aber eben wie der EU-Binnenmarkt verlangt ja diese völlige Arbeitnehmerfreizügigkeit. Und das sagt die Schweiz, das können wir aus innenpolitischen Gründen nicht machen. Also das Verhältnis der EU zur Schweiz ist ein mehr als heikles. Das wird sich jetzt wahrscheinlich durch diesen Besuch auch nicht wirklich entspannen. Nein, das wird sich nicht wirklich entspannen, wobei Österreich immer ein Fürsprecher da gewesen ist. Das war auch bei den Verhandlungen in Brüssel. Damals war die Verfassungsministerin Edt Stadler in Brüssel und hat sich da für die Schweiz ins Zeug gelegt. Aber es gab und gibt immer wieder Versuche, für die Schweiz eine goldene Brücke zu bauen. Aber noch einmal, die Schweiz könnte ja auch schon wegen ihrer Kantonstruktur niemals EU-Mitglied werden, weil nach der Schweizer Verfassung ja praktisch jedes Thema einer Volksabstimmung unterzogen werden muss. Und das wäre mit dem EU-Recht, das in allen Ländern übernommen werden muss, nicht möglich. Es ist ein heikles Thema. Die Schweiz ist ein ganz wichtiger Wirtschaftspartner der EU. Die Schweiz hat wesentlich mehr internationale, multinationale Konzerne, als es zum Beispiel Österreich hat, die alle in der EU tätig sind. Und daher ist die Teilnahme am Binnenmarkt und eben auch die Teilnahme am Schengen-Raum für die Schweiz essentiell. Aber es hat eben eine logistische Grenze, die die Schweizer aus, wie gesagt, innenpolitischen Gründen nicht überschreiten können. Aber irgendwie rafft man sich schon zusammen. Dann sage ich vielen Dank für diese auch wieder sehr interessante Analyse. Sie sehen ORF3 aktuell an diesem Freitag, dem 13. Jänner. Und das erwartet Sie heute noch in unserer Sendung. Grüne Pisten machen dem heimischen Wintertourismus zu schaffen. Bei mir im Studio diskutieren gleich die Mitinitiatorin von Fridays for Future, Katharina Rogenhofer, und der Generalsekretär der österreichischen Hoteliervereinigung, Markus Grazer. Außerdem schauen wir ins Ausland. Und die berüchtigte Söldnertruppe Wagner will angeblich die umkämpfte ukrainische Stadt Soledar eingenommen haben. Für welches Ziel kämpft Wagner eigentlich? Dazu ist bei mir der Politikwissenschaftler Andreas Heinemann-Grüder zu Gast. Und in Tschechien beginnt heute die Wahl eines neuen Staatsoberhaupts. Wer hat die besten Chancen auf dieses Amt? Wir schalten dazu live zu unserem Korrespondenten Ernst Gelex. Und jetzt kommen wir zu einer guten Nachricht. Der Gaspreis sinkt. Die schlechte Nachricht gibt es aber auch gleich dazu. Nicht für die privaten Haushalte. Denn bis die niedrigeren Börsenpreise für Erdgas auch auf der Rechnung der privaten Verbraucher ankommen, werden noch einige Monate vergehen. Volle Speicher und der bisher warme Winter sorgen für weniger Nachfrage und damit für günstigere Gaspreise. Doch so billig wie vor dem Ukraine-Krieg wird Energie wohl nie wieder werden. Wo wird der Strom in den nächsten Jahren denn herkommen? Und wie wird Energie produziert? Was wird sie kosten? Johannes Schwitzer-Fürnsinn und Hans Raberl berichten für das Wirtschaftsmagazin ECO. Mauerbach im Wiener Wald in Niederösterreich. Eine Gemeinde mit 3.700 Bürgerinnen und Bürgern, die dieselben Probleme haben wie die Bewohner in allen anderen österreichischen Ortschaften auch. Hohe Energiepreise belasten seit mehr als einem Jahr Haushalte und Unternehmern. Auswege gibt es bisher nur wenige. Vor allem beim Heizen sind die meisten von teuren, fossilen Energieträgern abhängig. Mauerbach heizt zum Großteil mit Gas, ganz wenige noch mit Öl. Aber wir merken auch immer mehr die Umstellung auf Wärmepumpen. Also ich glaube, auch hier ist es angekommen, dass hier Klimaschutz notwendig ist. Immer mehr Förderanträge kommen auf die Gemeinde für Wärmepumpen oder für Alternativenergien. Die Gemeinde hat in den letzten Monaten bei ihren eigenen Gebäuden Photovoltaikanlagen montiert. Auch bei privaten Wohnhäusern sieht man jetzt öfters Solar am Dach. Doch das Potenzial für den Ausbau der erneuerbaren Energie ist im Ort noch lange nicht ausgeschöpft. Was Mauerbach im Kleinen beschäftigt, beschäftigt die Regierung im Großen. Im streng bewachten Schlosshotel Mauerbach, nur wenige hundert Meter vom Gemeindeamt entfernt, hat man sich zur Klausur getroffen. Wichtigstes Thema, Österreichs Energieversorgung auf neue Beine zu stellen. Je schneller wir beim Ausbau der erneuerbaren Energien vorankommen, umso schneller werden wir unabhängig. Umso sicherer ist die Energieversorgung und umso besser schützen wir auch das Klima. Energieversorgung möglichst ohne russisches Gas und noch dazu nachhaltig. Darum geht es schon seit Ausbruch des Ukraine-Krieges. Haushalte, Unternehmen und Regierungen sind seither unter Dauerdruck. Die Unsicherheit um die russischen Gaslieferungen haben die Energie insgesamt massiv verteuert. Der Gaspreis hat im vergangenen Sommer einen neuen Rekord erreicht, nachdem Russland seine Gaslieferungen immer weiter verringert hatte. Immer vollere Speicher und viel Flüssiggas, das mit Tankschiffen nach Europa kommt, haben dazu geführt, dass der Preis schon im Herbst gesunken ist. Inzwischen liegt er mit 74 Euro wieder auf dem Niveau vor dem Krieg. Auch um die Energiereserven der meisten europäischen Länder ist es besser bestellt als zuletzt befürchtet. Johannes Schmidt, Nachhaltigkeitsforscher an der Universität für Bodenkultur, hat die strategische Gasreserve Österreichs analysiert und gibt Entwarnung. Für diesen Winter erwartet man eigentlich, dass bis März für Österreich keine Gasmangellage auftreten wird. Selbst für den Fall, dass Russland vollständig das Gas sozusagen abdrehen sollte. Wenn es doch noch ein sehr, sehr kalter Winter jetzt daherkommt, könnte es nochmal ein bisschen knapper werden. Aber die strategische Gasreserve, die die Bundesregierung auch angelegt hat, die scheint sicher zu sein in dem Sinne, dass man sie nicht angreifen muss. Aktuell sind die Gasspeicher mit 85 Terawattstunden fast voll. Zwar gehört nur knapp die Hälfte österreichischen Versorgern oder der Republik, aber selbst ohne russisches Gas und bei widrigsten Wetterbedingungen würden im Frühling noch 26 Terawattstunden Gas übrig bleiben. Klar ist einmal erstens, dass die Gaspreise deutlich zurückgegangen sind. Zweitens, dass der Winter im Prinzip gerettet ist. Da kann kaum mehr was passieren, versorgungstechnisch. Klar ist aber auch, dass die Gaspreise und damit verbunden die Strompreise immer noch auf historisch sehr, sehr hohen Niveaus liegen und dass sie sehr viel höher sind als in vielen Märkten, mit denen wir im Wettbewerb stehen. Das heißt, es gibt hier politisch noch jede Menge zu tun, die Energiepreise müssen, um das Leben für die Menschen leistbar zu halten und um für die Industrie hier gute Bedingungen bieten zu können, noch einmal deutlich zurückgehen. Nicht nur Haushalte und Unternehmen, auch die Aktivisten der Klimabewegung erwarten sich Lösungen. Ein Spagat für die Regierungspartner, die Erwartungen der sehr unterschiedlichen Interessensgruppen unter einen Hut zu bringen. Das Paket, das die Regierung nach ihrer Klausur präsentiert, sieht dann so aus. Photovoltaikanlagen sollen heuer mit 600 Millionen Euro gefördert werden. Die Produktion von Biogas aus Abfällen wird massiv ausgeweitet. Eine schnellere Genehmigung von Anlagen soll durch eine Reform der Umweltverträglichkeitsprüfung, UVP, erreicht werden. Zurück im Gemeindeamt Mauerbach, einen Steinwurf entfernt von der Regierungsklausur, werden beim Bürgermeister schon längst lokale Bewerber für nachhaltige Energieprojekte vorstellig. Viele Haushalte wollen sich zusammenschließen und gemeinsam größere Solaranlagen bauen, um sich unabhängiger zu machen. Als Baubehörde muss der Bürgermeister die Einreichungen genehmigen. Die neuen Förderungen und Erleichterungen der Regierung werden das Interesse zusätzlich verstärken. Wir haben sogar schon Anfragen einzelnen Grundstücksbesitzer, wo größere Photovoltaikanlagen hinkommen sollten. Und da sind wir derzeit einmal am Prüfen, ob das überhaupt naturschutzrechtlich möglich ist. Aber ich glaube schon, dass es Sinn macht, freie Flächen, speziell in Sonnenausrichtung, hier zu nutzen, um eben für die gesamte Ortschaft Energiegemeinschaften bilden zu können. So schön die neue, nachhaltige Energiezukunft auch werden mag, bis all die neuen Projekte umgesetzt sind, werden noch Jahre vergehen. Haushalte und Betriebe müssen bis dahin weiter wurschteln. Vor allem für produzierende Betriebe sind dabei verlässliche und kalkulierbare Energiekosten unabdingbar. Das Medizintechnikunternehmen Biegler in Mauerbach beschäftigt 40 Mitarbeiter. Maschinen und günstige Energie sind für die Produktion grundlegend. An die totale grüne Energieunabhängigkeit glaubt die Chefin noch nicht so recht. Das klingt zwar sehr, sehr gut, aber dass man komplett unabhängig ist, das wird es nicht spielen. Auch wenn wir uns für die Zukunft andenken, vielleicht eine Photovoltaikanlage anzuschaffen, die haben wir noch nicht. Das können wir machen, das kann die Situation zwar verbessern, wird aber nicht daran ändern, dass wir trotzdem auf Fremdenergie angewiesen sein werden. Energie, die noch immer zu großen Teilen aus Russland kommt, auch wenn die Abhängigkeit im vergangenen Jahr massiv abgenommen hat. Hier bei der Energiebehörde E-Control war eine der Schaltzentralen der Gaskrise. Nun ist es deutlich ruhiger geworden, erzählt Energieexpertin Carola Milgram, die bei vielen Krisentreffen dabei war. Gleichzeitig warnt sie, die sinkenden Preise und vollen Speicher dürften nicht dazu führen, dass wir uns zu sehr in Sicherheit wiegen. Also alle Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass die Gaspreise auf dem Niveau, was wir jetzt haben, 70, 80 Euro pro Megawattstunde, auch in den nächsten zwei, drei Jahren noch bleiben werden. Und das ist immer noch ein höherer Gaspreis, vier bis fünfmal höher als das, was wir vor der Krise gesehen haben. Der Anreiz zum Einsparen ist also nach wie vor auch da. Und alle Einsparungsmaßnahmen sollten auch weitergeführt werden. Und falls wir das auch nicht machen, machen wir auch genau den gleichen Fehler, den wir vor der Krise gemacht haben. Nämlich, dass wir zu sehr auf das günstige Gas setzen und dass wir zu wenig einsparen. Im vergangenen Jahr haben Österreichs Betriebe und Haushalte schon recht viel Energie eingespart. Seit August wurden 17 Prozent weniger Gas verbraucht. Sieht man sich die einzelnen Monate aber genauer an und rechnet die milden Temperaturen über den Herbst mit ein, sind es tatsächlich nur mehr neuneinhalb Prozent. Das Sparen geht weiter, solange jedenfalls bis die nachhaltige Energieproduktion die Zulieferungen von außen ersetzen kann. Die Regierung hat einige Weichen in Richtung dieser Energiewende gestellt. Viele weitere Schritte müssen aber noch folgen, findet auch der Wirtschaftsforscher. Ganz zentral ist, dass man es schafft, schneller die Projekte umzusetzen. Und das hängt nicht nur bei den rechtlichen Genehmigungen und bei der Ausweisung von Flächen. Das hängt auch mittlerweile ganz entscheidend daran, ob man die Module bekommt für die Photovoltaik, ob man die Windräder produziert bekommt und ob man sie montiert bekommt. Das heißt, wir brauchen, damit die Energiewende klappt, auch eine Rieseninitiative zur Ausbildung von Fachkräften, die die Energiewende auch umsetzt. Sonst bleibt das viele Geld, das da jetzt zur Verfügung gestellt wird und bleiben die Ziele unerreichbar. Noch heizt Mauerbach mit Gas, wie so viele andere Orte in Österreich auch. Doch die Energiewende, sie ist auf den Weg gebracht. Österreich ist ein Tourismusland. Vor allem der Wintertourismus hat eine große Rolle bei uns. Doch genau die Skigebiete sind es, die immer öfter in Kritik geraten, weil sie sehr viel Energie benötigen. Angesichts des Klimawandels ist der Skitourismus für viele Klimaaktivistinnen und Aktivisten nicht mehr zeitgemäß. Wir sprechen gleich darüber mit der ehemaligen Leiterin des Klimaschutzvolksbegehrens und dem Generalsekretär der österreichischen Hoteliervereinigung. Davor ein kurzer Überblick von Ronny Tafferner. Es sind Bilder, die polarisieren. Diese Woche kleben sich KlimaaktivistInnen der sogenannten letzten Generation auf Straßen in Wien fest und blockieren den Frühverkehr. Diese Aktionen seien notwendig, um auf die Dringlichkeit der Klimakrise hinzuweisen, sagen die AktivistInnen. Wir wollen Menschen aufrütteln wie der Feueralarm auf einer brennenden Erde. Und es ist eine Schande, dass es notwendig ist, so weit zu gehen, dass es notwendig ist, dass sich Lehrlinge, ÄrztInnen gemeinsam an die Straßen kleben, damit diese Bevölkerung endlich aufwacht und realisiert, in was für eine unvorstellbare Katastrophe wir hier schlittern. Und auch diese Bilder polarisieren. Künstlich geschaffene Schneeteppiche, die sich über eine grüne Landschaft rollen. Die Rekordtemperaturen Anfang Jänner zwingen manche Skigebiete sogar dazu, ihre Skilifte für Wanderinnen und Wanderer zu öffnen, weil der Schnee fehlt. Und damit müssten Skigebiete auch in Zukunft rechnen, so die Expertin. Der Wintertourismus in Österreich wird sich jederzeit verändern. Wenn man von den Klimamodellen ausgeht, müssen wir uns darauf einstellen, dass die Reduktion der Schneetage im Ausmaß von mehreren Wochen bis zur Mitte dieses Jahrhunderts stattfinden wird. BetreiberInnen von Skigebieten bemühen sich in den vergangenen Tagen darauf hinzuweisen, dass Skifahren im Vergleich zu Flugreisen ins Ausland viel weniger CO2-Emissionen verursacht. Allerdings zeigt auch eine Studie des Umweltbundesamts, rund die Hälfte der Emissionen eines Skiurlaubs entstehen bei der An- und Abreise. Fest steht, wenn der Klimawandel weiter voranschreitet, wird Skifahren in Österreich in immer weniger Skigebieten möglich sein. Daher eint KlimaaktivistInnen und TourismusvertreterInnen dann doch ein Ziel, den Klimawandel zu stoppen. Und zum Thema begrüße ich jetzt die Klimaaktivistin und Autorin Katharina Rogenhofer, Mitbegründerin von Fridays for Future und ehemalige Sprecherin des Klimavolksbegehrens. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Und ich begrüße sehr herzlich den Generalsekretär der österreichischen Hoteliervereinigung, Dr. Markus Kratzer. Auch Ihnen herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung. Ja, Frau Rogenhofer, Sie haben vor etwa zwei Jahren getwittert und das habe ich gefunden. Stellt euch mal vor, die Klimakrise würde ähnlich viel Aufmerksamkeit bekommen wie der Skitourismus. Jetzt scheint es ja so, als hätten die Klimaaktivisten sogar noch mehr Aufmerksamkeit. Sind Sie jetzt zufrieden? Also auf jeden Fall gehört das Thema auf die Tagesordnung, weil so wie wir bei Corona gesehen haben, so wie wir bei anderen Krisen sehen, gibt es da eine Krise, wo die Gesellschaft sich ändern muss, wo aber auch vor allem PolitikerInnen und Gesetze sich ändern müssen. Und man hat während Corona gesehen, dass die Aufmerksamkeit extrem runtergegangen ist. Und jetzt braucht es, glaube ich, den gesellschaftlichen Druck, wie wir es bei Fridays for Future gesehen haben, damit auf anderen Ebenen eben zum Beispiel gesetzlich was vorangeht. Und da braucht es echt Aufmerksamkeit, da braucht es Medien, da braucht es Menschen, die auf die Straße gehen, Menschen, die das einfordern. Und deswegen ist es natürlich ein wichtiger erster Schritt. Jetzt haben wir gerade gesehen, der Skitourismus steht jetzt auch immer mehr in der Kritik. Wie stehen Sie da dazu? Natürlich ist es auf der einen Seite sehr traurig. Ich war selber in Vorarlberg und da sieht man die weißen Bänder auf der grünen Wiese und man denkt sich, wo sind wir gelandet? In welchem dystopischen Film, wo wir auf einmal irgendwie beschneien müssen und dann nur noch so weiße Bänder runterhaben. Und ein bisschen finde ich es auch zynisch, weil eben viele Leute so hart Energie einsparen und dann pulvern wir quasi die Energie dann auf der anderen Seite wieder raus in Form von Kunstschnee. Aber was ich mir denke, ist eigentlich viel mehr, wie können wir überhaupt noch in Zukunft Tourismus machen? Und das ist großteils abhängig von der Politik. Weil wenn wir nichts ändern, dann steuern wir in Österreich bis zum Ende des Jahrhunderts auf eine Erwärmung von 5 Grad zu. Bei 5 Grad gibt es in den meisten Skigebieten gar keinen Schnee mehr und da müssen wir uns wahrscheinlich über andere Probleme wie Ernährungssicherheit und so weiter und so fort Gedanken machen. Das heißt, auf der obersten Ebene, auf Ebene der Politik, muss da was passieren, damit Skifahren überhaupt noch irgendwie möglich ist und im besten Fall aber auch in anderer Form Tourismus betrieben werden kann. Eben die Anreise war ein Thema, dass das anders gestaltet werden kann. Herr Dr. Kratzer, wenn Sie das jetzt hören, haben Sie da vielleicht auch ein schlechtes Gewissen, weil natürlich durch den Tourismus sehr viel Energie auch verbraucht wird, was da gerade vor allem auch in den Skigebieten passiert. Schlechtes Gewissen, glaube ich, brauchen wir im Tourismus jetzt nicht per se zu haben. Da muss man auch die Fakten sprechen lassen. Der österreichische Tourismus verbraucht 1,5, 1,6 Prozent der Energie in Österreich und schafft damit 7,5 Prozent Wertschöpfung. Das heißt, der Tourismus ist ja mit ein Verursacher des Klimawandels weltweit. Reisen und Mobilität ist ein großer Faktor für CO2-Emissionen. Das müssen wir wissen. Aber gleichzeitig müssen wir auch wissen, dass gerade der österreichische Tourismus schon sehr lange versucht, sehr nachhaltig zu agieren. Versucht, mit vielen Maßnahmen energieeffizienter zu arbeiten, Energie einzusparen oder sogar unabhängig oder energieautark zu werden. Da gibt es sehr viele Projekte. Das heißt, wir sind genauso betroffener. Genauso haben wir das Anliegen einer Zukunft in Österreich, in der man arbeiten, leben und nach vorne schauen kann. Und der Tourismus soll hier ein wichtiger Baustein hier in Zukunft sein. Und ja, wir sind in einer Transformation und müssen uns hier auf diese Gegebenheiten einstecken. Faktum ist natürlich, gerade in den Skigebieten müssen Hotels gebaut werden, es müssen Pisten gemacht werden, es müssen Böden versiegelt werden. Das ist natürlich alles nicht sehr umweltfreundlich. Da muss man auch sehen, der Wintertourismus, wenn man beim Skitourismus bleiben hat, hat vor 40, 50, 60 Jahren anders ausgeschaut, als er heute ist und wird in 40, 50 Jahren völlig anders ausschauen, als er heute ist. Das heißt, wir sind mit diesen Prozessen auch darauf zu reagieren, wie sich die Umwelt verändert, sind gewohnt, uns hier anzupassen. Und völlig klar ist, dass ein neues Erschließen von Skigebieten, große neue Hotelprojekte eigentlich nicht mehr an der Tagesordnung stehen. Es gibt Qualitätsverbesserungen, es gibt Weiterentwicklung in Hotels, vielleicht breiter vom Angebot zu werden und auch das hinrechnend zu tragen, dass vielleicht Skifahren in vielen Regionen nicht mehr möglich ist. Und das ist die Herausforderung für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Trotzdem fragen sich natürlich viele auch immer wieder, ist es nötig, diese Schneekanonen? Kann man nicht auf das natürliche Wetter quasi warten? Muss es eine Sitzheizung geben in Liften? Wie stehen Sie da dazu? Ist das überhaupt nicht mehr zeitgemäß? Also ich glaube schon, dass gerade eben diese langfristige Perspektive, heutzutage müssen viele Gebiete eben beschneien. Wir haben keinen Schnee mehr, gerade um Weihnachten herum. Und da ist die Frage, wie entwickeln wir uns langfristig weiter? Und gerade der Tourismus, wenn man eben darüber redet, Skigebiete auch zusammenzulegen, es war irgendwann mal im Gespräch, irgendwelche Gipfel abzusprengen oder so, das ist eine Umweltkatastrophe im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube, da muss man schauen, wie können wir zusammen einen Weg gehen, der schon noch, natürlich, ich will auch Urlaub machen in Österreich, ich gehe super gern wandern etc. Aber da müssen wir schauen, wie können wir einen Tourismus der Zukunft gestalten, der eben nicht so viel Energie verbraucht, der nicht alles außen beheizen muss, der nicht viele Klimaanlagen braucht und der nicht so viel Fläche verbraucht. Und ich glaube, da gibt es schon einen Weg. Also es gibt ja auch KlimawissenschaftlerInnen, die mit dem Tourismus zusammenarbeiten. Aber so wie es jetzt ist, kann es auf keinen Fall weitergehen. Wenn die Stromversorgung in den Skigebieten oder für die Skigebiete aus erneuerbarer Energie kommen würde, könnten Sie dem dann etwas abgewinnen? Ja und nein, natürlich ist es ein Fortschritt, aber das, was die Wissenschaft zeigt, ist, dass wir zumindest 40 Prozent unserer Energie auch einsparen müssen. Wir können nicht quasi eins zu eins ersetzen und dann pulvern wir natürlich noch immer, was weiß ich, mit Schneekanonen heizen draußen, haben Heizschwammel draußen stehen. Das muss sich ändern, diese Überenergie, die wir verbrauchen, nämlich diese Luxusenergie, die müssen wir auch einsparen, damit wir überhaupt alles ersetzen können mit Erneuerbaren. Und da kluge Einsparungen zu finden, ist einerseits Sache der Politik, aber sicher auch in jedem einzelnen Betrieb wichtig zu schauen, wo kann ich denn Reduktionen an Energieverbrauch haben. Wo könnten Sie sich das vorstellen, gerade was die Hotels auch betrifft? Da gibt es wirklich sehr, sehr viele Maßnahmen, wo wir auch schon sehr intensiv daran die letzten Jahre die Hotellerie begleiten. Wir haben 2019 unseren ganzen Kongress unter das Thema Nachhaltigkeit gestellt und seitdem mit einer Initiative Zeichensätzen, Best Practices mit Kooperationen mit Firmen und so weiter auf mehrere Säulen fokussiert. Das eine ist natürlich, das Beste ist die Energie, die ich nicht verbrauche. Das heißt Energieeinsparungen, Energie reduzieren. Das andere ist natürlich, von fossilen Brennstoffen nach nachhaltiger Energiequellen umzustellen und gleichzeitig energieeffizienter in den Betrieben zu werden. Das geht um Einsparungsmaßnahmen, da geht es um Steuerungs-, Energiemonitoringssystemen in den Betrieben und da geht es um eine Vielzahl von Themen, Wasserverbrauch zu reduzieren und ähnliche Themen. Wir haben stark den Puls in Richtung Plastikvermeidung. Wir haben jetzt ein Projekt mit dem Klimaministerium zum Thema Klimateller, das heißt nachhaltiges Speiseangebot, vegane Speiseangebote, Verzicht auf Fleisch, auf der Speisekarte und ähnliche Themen. Das heißt die Palette und die Maßnahmen sind da sehr vielfältig, sehr viele kleine Bausteine. Die großen Hebel, und das muss man auch, ich glaube die Diskussion über Heizschwammerl, über Beschneiung, das ist eine, eine sehr emotionale, aber das sind nicht die großen Hebel. Die großen Hebel ist die Mobilität, das Anreisen in Österreich oder auch der private Verkehr, Großindustriebetriebe, wo Energie verbraucht wird und ich glaube wir müssen den Fokus auch auf große Hebeln legen, bevor wir uns in Diskussionen dort verstricken, wo wir eigentlich fast keinen Hebel haben, um was zu bewegen in Österreich. Weil Sie das jetzt ansprechen und wir haben es ja zuerst auch in dem Beitrag gehört, dass es so ist, dass der meiste Energieverbrauch eigentlich bei der Anreise passiert. Da gibt es eben diese Studie des Bundesumweltamts, die Emissionen kommen zu, die Hälfte der Emissionen entstehen bei der An- und Abreise, 18% beim Skibetrieb selbst und 32% bei der Beherbergung. Aber müsste es dann nicht eigentlich so sein, dass Sie viel mehr zum Beispiel für Zugreisen werben müssten? Ja, da gibt es auch viele Aktionen, bis hin günstigere Nächtigung, wenn ich mit Zug anreise. Da gibt es auch Piloten, da gibt es viele Betriebe, die das auch wirklich umsetzen und machen. Das Thema ist ganz einfach, dass hier noch das Angebot fehlt. Wir müssen da einfach noch weiter ausbauen, vor allem diese letzte Meile zwischen entlegenen Tälern, zwischen Hotels und so weiter vom Bahnhof her, die Menschen hier dementsprechend zu transportieren. Und ich glaube, das ist, glaube ich, wirklich die Megaaufgabe in Österreich, ein Mobilitätskonzert ähnlich wie in der Schweiz zum Beispiel zu schaffen, wo ich noch stärker auf Bahn setze oder auch dann mit anderen Mobilitätsangeboten in Regionen, Elektrobus und anderen Angeboten hier die Menschen shutteln kann. Aus Ihrer Erfahrung, auch als Klimaaktivistin, ist so etwas realistisch, dass man die Menschen wirklich dazu bringt, nicht mehr mit dem Auto zu fahren, nicht mehr mit dem Flugzeug zu kommen, sondern zu Fuß zu gehen, mit der Bahn zu fahren? Ich glaube, es ist dann unrealistisch, wenn ich wirklich nur ganz kleine Anreize setze, wo die großen Hebel liegen. Und da habe ich das Gefühl, da könnten wir übereinstimmen, sind in der Politik, wir müssen einfach den öffentlichen Verkehr ausbauen. Sie haben die Schweiz angesprochen, die haben eine Mobilitätsgarantie. Das heißt, in jedem Ort, der größer ist als, ich weiß jetzt nicht, wie die Einwohnerzahl ist, muss in einem bestimmten Takt zumindest ein Bus fahren etc. Und das macht natürlich einen Riesenunterschied, weil man sieht, Menschen steigen dann um, wenn sie einfacher und effizienter mit der öffentlichen Mobilität dorthin kommen, wo sie hinwollen. Und gerade in Urlaubsorten, in abgelegenen Orten kommt man nicht so gut hin. Und dieses Angebot auszubauen, das wäre ein Riesenhebel. Da geht es nicht nur um eben kleine Anreize, da geht es um Riesenanreize im Sinne des Angebots. Und das wäre wichtig, weil nur 8% der Menschen, die in Österreich Urlaub machen, kommen mit der Bahn. 75% mit dem eigenen Pkw. Und das ist etwas, wo die Politik lange Zeit irgendwie in diesem alten Denken verhaftet ist. Ja, wenn ich irgendwo Stau habe, wenn ich irgendwo zu viele Autos habe, dann baue ich halt noch eine Straße. Wir müssen wegkommen von dem, wir müssen effizientere Wege finden, wie eben Zug- und Bussysteme. Aber ich glaube, für die letzte Meile kann sich ja auch das Hotel selber was tun. Da muss nicht nur die Politik ansetzen, eben mit Shuttle-Bus-Systemen, mit Sammelbus-Ruftaxis oder was auch immer, damit man eben nicht den eigenen Pkw braucht für den Weg zum Start zur Wanderung oder so irgendwas. Nun scheint es ja bei uns so zu sein, dass eine Krise die nächste jagt. Wir kommen gerade aus der Corona-Pandemie. Jetzt läuft der Tourismus wieder ein bisschen an. Aber schon prognostizierend, Sie haben es zuerst so ein bisschen angedeutet, werden wir oder können wir davon ausgehen, dass wir in ein paar Jahren noch genauso Skifahren können wie jetzt? Nein. Ja, das ist auch völlig klar. Und ich glaube, das muss man sich auch damit beschäftigen und auch dem auch stellen. Es ist von einem Jahr zu einem Jahr natürlich die Situation anders. Aber in langfristigen Entwicklung wissen wir natürlich, dass sich das Klima auf den Tourismus in Österreich auswirkt und vor allem auf den Wintertourismus auswirken wird. Das heißt, die Saisonen werden kürzer. Das heißt, die Schneeverfügbarkeit wird weniger und wird in höhere Gebiete wandern. Das ist, glaube ich, ein Faktum, das ist unumstritten. Die Frage ist, wie gut schaffen wir, damit umzugehen und wie gut schaffen wir diesen Klimawandel, der ja vor uns steht und der kommen wird, so weit abzufedern, dass wir bei 1,5 Grad bleiben oder in einem Worst-Case-Szenario, dass er höher geht. Weil dann ist viel mehr als der Wintertourismus in Österreich in Gefahr und dann sind grundlegende Wirtschaftssysteme zu hinterfragen. Das heißt, das ist die große Herausforderung und da sind wir Verbündete, weil wir sind abhängig von unserer Umwelt, von unserer Landschaft, von den Bergen, von den Seen, damit Gäste nach Österreich kommen und damit wir ihnen für diese Zeit, wo sie da sind, eine gute Zeit bieten können. Die Krise hat gezeigt, dass das Produkt oder das Bedürfnis nach Urlaub sehr hoch ist. Die Menschen brauchen, vielleicht ist es auch ein Exit sozusagen aus den Problemen. Sie wollen einfach ein bisschen in die Landschaft, sie wollen sich gut gehen lassen. Das macht uns auch zuversichtlich, dass das Vertrauen in das Produkturlaub sehr hoch ist. Aber natürlich müssen wir uns weiterentwickeln und müssen wir uns anpassen, wohin die Reise jetzt hingeht. Wir sind uns oder Sie sind sich einig, dass die Politik natürlich gefragt ist, aber abschließende Frage noch, was kann denn jeder Einzelne von uns dazu tun oder sollte jetzt wirklich ganz konkret tun? Also natürlich gibt es die Sachen auf der Hoteliers-Ebene wie Heizschwammerl und solche Sachen. Auf unserer persönlichen Ebene kann man natürlich auch Energie sparen, kann man schauen, dass man eben das nächste Mal mit dem Zug fährt und nicht mit dem Auto. Aber, und das ist mir immer wichtig, wir stoßen alle an so systemische Grenzen. Vielleicht fährt irgendwo hin kein Zug. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, gar nicht auf erneuerbare Energien umzusteigen. Ich zum Beispiel wohne in einem Mehrparteienhaus in Wien. Da kann ich nicht einfach von der Gasheizung auf etwas Erneuerbares umsteigen. Und da ist mir ganz wichtig zu sagen, jetzt braucht es wirklich die Menschen, die Veränderungen auf einer höheren Ebene einfordern. Das heißt, politisch aktiv zu werden, Bürgerinnen, Genossenschaften zu gründen für erneuerbaren Strom, Grätzlinitiativen, zum Bürgermeister mal zu gehen und was einzufordern, dem Kanzler eine E-Mail zu schreiben oder so. Das sind wirklich wichtige Hebel, die wir jetzt alle anpacken müssen, damit eben die Politik uns die Möglichkeit gibt, überhaupt nachhaltig zu leben. Da spricht die Aktivistin, Ihr Schlusswort dazu? Ja, ich kann es nur unterstützen. Wir sehen das auch als unseren Auftrag. Wir sind ja auch eine Interessenvertretung und uns geht es ja nicht um das zu bewahren, was da ist, sondern um die Zukunft des Tourismus und der Hotellerie zu gestalten. Und dazu brauchen wir Rahmenbedingungen von der Politik, die das ermöglichen und hier in die richtigen Weichen stellen. Und da werden wir sicher gemeinsam kämpfen, vielleicht nicht bei den Heizschwammern, aber bei vielen anderen Themen sind wir sicher einer Meinung. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Diskussion und Ihren Besuch bei uns im OF3 Aktuellstudio. Frau Hogenhofer, Herr Dr. Kratzer, vielen Dank. Dankeschön. Ja, und wir bleiben beim Thema Klima. Die sogenannten Klimakleber, die sorgen ja auch in Niederösterreich für Diskussionen. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat vor wenigen Tagen härtere Strafen gefordert, wenn etwa Rettungskräfte behindert werden. Und sie hat einen Gesetzesvorschlag angekündigt, den das Land dem Bund vorlegen will. Von dort kommt jetzt allerdings eine Absage. Bundeskanzler Karl Nehammer verweist auf die bestehende Gesetzeslage und auch Strafrechtsexperten sehen keine Notwendigkeit für eine neue Regelung. Mit kleinen Handabdrücken die größtmögliche Aufmerksamkeit erreichen. Nach Jahren der erfolglosen Gespräche und Demonstrationen setzen die Klimaaktivisten der letzten Generation jetzt auf zivilen Widerstand und blockieren stark befahrene Straßen. Die Folge oft stundenlange Staus. Dass dabei auch Einsatzfahrzeuge betroffen sein können, ist den Aktivisten bewusst. Deswegen suchen wir die Aktionsorte so aus, dass da kein Krankenhaus in der Nähe ist, kein Ort, der extrem blöd wäre in dem Sinn. Und zweitens, wenn wir uns auf die Straße festkleben, sind immer in der Mitte der Fahrbahn Menschen, die nicht festgeklebt sind, die die Blockade aufmachen können für Rettungsfahrzeuge und die wir durchlassen können. Außerdem sei die Berufsrettung Wien diese Woche auch kurzfristig vorgewandt worden, wo Aktionen stattfinden. Bundeskanzler Karl Nehammer sieht in der Debatte derzeit keinen Handlungsbedarf. Wir haben viele rechtliche Möglichkeiten jetzt schon, dort wo tatsächlich Schaden eintritt, dort wo Lebensgefahr entsteht, weil Rettungsketten, Rettungsgassen nicht möglich sind, bereits da das Strafrecht im vollen Umfang auszunützen. Und auch Strafrechtsexperten sehen die Forderung nach strengeren Strafen kritisch. Wir haben hier bereits Strafbestimmungen, die Gefährdung der körperlichen Sicherheit ist eine gerichtlich strafbare Handlung. Also wenn es zu solchen Protesten kommt in Österreich, zu solchen Konsequenzen kommt von den Klimaprotesten, dann ist hier bereits eine strafrechtliche Sanktion vorhanden und es wird einer Verschärfung überhaupt nichts bringen. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat am Dienstag nach einem halbstündigen Sicherheitsgipfel strengere Strafen nach deutschem Vorbild gefordert und betont. Wir wollen, so wie wir hier stehen, eine Prüfung, ob deutsches Recht hier in Österreich übernommen werden kann. Einzelne Einsatzorganisationen distanzieren sich gegenüber dem ORF Niederösterreich von dieser Darstellung. Denn ob es Haftstrafen für Aktivisten geben soll oder nicht, sei nicht deren Thema. Als Einsatzorganisation wolle man einfach ungehindert und schnellstmöglich am Einsatzort sein. Im Büro der Landeshauptfrau zeigt man sich heute überrascht. Die Gesetzesvorlage wolle man trotzdem ausarbeiten und spätestens nächste Woche vorlegen. Bisher hat es in Niederösterreich keine solche Aktionen gegeben und sind laut den Klimaaktivisten derzeit auch nicht geplant, heißt es. Wir bleiben beim Thema und kommen thematisch nach Deutschland. Roland Adrowitzer heute hier bei uns zur Analyse im ORF 3 Aktuell Studio. In Deutschland sind ja auch gerade die Klimaaktivisten unterwegs und zwar in Nordrhein-Westfalen in Lützereut. Da soll ja vermehrt Kohle abgebaut werden und der ganze Ort abgerissen werden. Da gibt es jetzt schon Demonstrationen im ganzen Land. Und dieser Konflikt, der sorgt ja jetzt auch wirklich für Probleme bei den deutschen Grünen. Ja, das ist ein wirklich großes politisches Problem für die Grünen, weil sie politisch hinter Lützerat stehen. Lützerat ist ein kleines Dorf. In Nordrhein-Westfalen gibt es sehr viele Kohle. Ich fühle mich ja persönlich um 35 Jahre zurückversetzt. Was dort? In der Nähe, Garzweiler, das ist ein bisschen nördlich von Köln, wo sich vor 35 Jahren junger Korrespondent in Deutschland gewesen ist, hat auch ein Ort damals, einige Orte haben da verschwinden müssen wegen des Tage Abbaus, wegen des Kohle Abbaus am Tage. Damals aber hat es nicht solche Proteste gegeben? Es hat Proteste gegeben, nicht in diesem Ausmaß, aber es hat auch schon Proteste gegeben. Damals haben die Grünen insgesamt noch ganz heftig dagegen protestiert. Die Grünen waren damals erst in wenigen Jahren im Deutschen Bundestag. Mittlerweile sind sie Teil der Ampel-Koalition. Sie sind auch in Nordrhein-Westfalen gemeinsam in einer Koalition mit der CDU an der Regierung. Und das macht es für die Grünen so schwer. Sie haben diesen Beschluss Lützerat mitgetragen. Im Gegenzug wird der Kohleausstieg um acht Jahre vorgezogen von 1938 auf 2030. Und der Kompromiss war eben, und auch der deutsche Umweltminister Robert Habeck sagt im Spiegel etwa, Lützerat ist der falsche Anlass für Protest, weil das genau eben mit dem Kompromiss so getimt sei, dass das das richtige Ausmaß. Das sieht aber die grüne Basis, vor allem die grüne Jugend anders. Heute früh ist die Landeszentrale der Grünen in Düsseldorf besetzt worden von 30 Aktivistinnen und Aktivisten. Also nicht nur Lützerat ist besetzt. Dort ist eine Räumung im Gang, eine Räumung, die von der Landesregierung noch einmal, in der es sind ja auch die Grünen vertreten, in Auftrag gegeben worden ist. Wenn man das Ganze polemisch formuliert will, dann protestiert die grüne Jugend gegen etwas, was die etablierten Grünen beschlossen haben, um eine Energiepolitik zu ermöglichen, die auch vehement von den Grünen beeinflusst ist, nämlich dass die deutschen Atomkraftwerke abgeschaltet werden. Und als Ersatz dafür, wenn man nicht mehr auf russisches Gas angewiesen sein will und sein kann, sagt man, braucht man eben in einer Übergangsphase auch weiterhin Kohle zur Verstromung. Das ist für die Grünen ein wirklich heikles Thema. Aber wie kann das weitergehen, wenn sozusagen die Grünen in sich gespalten sind? Das müssen die Grünen mit sich ausmachen. Man sieht es ja auch in Österreich, was es heißt an der Regierung. Ich zitiere da immer wieder gern Wolfgang Schäuble, der gestern in Wien gewesen ist, bei der Eröffnung des neuen Parlaments. Er hat einen sehr klugen Satz gesagt, regieren ist das Rendezvous mit der Realität. Das holt die Grünen da jetzt in Lützerath ein. Dieser Ort wird zum Fanal hochstilisiert von den jungen, vorwiegenden jungen Besetzern, die sich teilweise unterirdisch stets doch angekettet haben. Die Räumung über Tage ist so gut wie abgeschlossen. Aber einige sollen sich in unterirdischen Stollen noch befinden und drohen sich dort anzuketten. Große mediale Aufmerksamkeit, eine wirklich ganz, ganz heikle politische Situation für die Grünen. Letztendlich wird Lützerath kommen. Das ist keine Frage, weil der Gesichtsverlust wäre für alle Seiten so groß. Vor allem für die Grünen, die diesem Kompromiss zugestimmt haben. Aber den politischen Preis werden sie vermutlich auf irgendeine Weise zu zahlen haben. Auch Wien ist derzeit ja Zentrum von Protesten von Grünaktivistinnen und Aktivisten. Da hat es jetzt quasi jeden Tag in dieser Woche Aktionen gegeben, wo sich Aktivistinnen und Aktivisten auch an die Straße geklebt haben. Erst heute früh wieder in der Wien-Zeile. Du wirst fast zu spät gekommen, Herr Herr. Ich bin früh genug weggefahren. Aber können denn solche Proteste wirklich etwas bewirken? Das ist ja heftig umstritten. Sehr viele sagen, sie verärgern sehr viele Menschen damit. Das wissen sie, das wollen sie aber auch nicht. Sie wollen ja polarisieren. Sie sagen nur, dadurch bekommen sie die Aufmerksamkeit. Dadurch wird es diskutiert. Mich nerven sie auch, ganz offen gesagt. Bei allem Verständnis für die Ziele. Und wenn halt wirklich Rettungskräfte behindert werden, dann habe ich wenig Verständnis. Wir haben es ja gerade gehört, die Aktivistinnen und Aktivisten behaupten, dass sie im Notfall da die Wege frei machen. Für eine Rettungskasse. Für eine Rettungskasse. Sie werden das auch nicht auf ewig durchziehen können, weil sie die Emotionen mittlerweile schon so stark sind. Aber sie haben auf alle Fälle erreicht, dass das Thema auf der Tagesordnung ist. Dass es täglich in den Medien gehört wird. Vermutlich haben sie das damit erreicht. Aber auch prominente Grüne etwa in Deutschland. Eben auch Umweltminister. Oder eben auch Robert Habeck. Die sich von derartigen Formen distanzieren. Bei uns ja auch Vizekanzler Werner Kogler, der ja auch sagt, er hält diese Proteste für überzogen. Vor allem, aber wirklich aufhören tut es sich bei der Sachbeschädigung. Also wenn Sie da von Entlüften sprechen, von Reifen, das ist fast eine Verhöhnung. Das ist gefährlich. Und dann sich die einen auch von den anderen distanzieren. Ja, ja, schon klar. Wenn es zu solchen Aktionen kommt, ist man davon distanziert. Dafür habe ich null Verständnis. Das ist auch Sachbeschädigung. Das ist ja auch strafrechtlich. Das wird auch geahndet. Das wird auch geahndet. Eine andere Frage ist, die Diskussion braucht man schärfere Strafen. Ich glaube nicht, dass es der Fall ist. Also nicht das Strafrecht. Das Strafrecht ist ein, ich bin ja selbst irgendwann einmal, habe ich eben studiert. Das Strafrecht ist das schärfste Mittel, das ein Staat hat. Mit dem soll man sehr behutsam und sehr sorgfältig umgehen. Anlassgesetzgebung ist nie gut, obwohl immer alles irgendwo eine Anlassgesetzgebung ist. Auch das neue Antikorruptionsgesetz ist eine Anlassgesetzgebung nach Ibiza. Ein Strafrechtsexperte hat in unserer Sendung gestern dazu gesagt, der zivile Ungehorsam lässt sich nicht durch Strafen abschrecken. Genau, so ist es. Und der Bundeskanzler, wir haben ja gerade gehört, der Bundeskanzler ist der Meinung, dass schärfere Strafen im Moment nicht notwendig sei, im Gegensatz zu seiner Wahlkämpfe in der niederösterreichischen Parteifreundin Johanna Mikl-Leitner. Man soll aber die bestehenden rechtlichen Möglichkeiten ausnutzen. Und noch einmal, alles was in Richtung von Gefährdung von Menschenleben geht, ist abzulehnen. Bei allem Verständnis und nicht herunterzuspielen die Bedeutung und auch wahrscheinlich die Dramatik der Situation. Die Protestaktionen sollen weitergehen. In Deutschland gehen sie weiter. In Deutschland gehen sie weiter. Es ist eine echte Machtprobe des Staates mit vorwiegend jungen Aktivistinnen und Aktivisten, noch einmal, das macht es in dem Fall halt so heikel, dass die Grünen diesen Beschluss mitgetragen haben und mittragen. Das ist für sie das politische Problem. Gesamtgesellschaftlich wäre wohl auch hier nur ein überparteilicher Konsens wünschschwerter möglich, aber wir wissen, wie schwer das ist. Spannend in vielerlei Hinsicht. Danke, Roland, für deine wieder sehr interessante Analyse. Und wir kommen damit wieder ins Ausland. Im Kampf um die ostukrainische Stadt Soledar sollen innerhalb eines Tages mehr als 100 russische Soldaten gefallen sein. Das sagt der ukrainische Gouverneur der Region Soledar und die wenige Kilometer entfernte Stadt Bachmut sind weiter heftig umkämpft. Aber nach Angaben des ukrainischen Präsidenten weiter unter ukrainischer Kontrolle. Aber beide Seiten berichten von Toten. Die berüchtigte pro-russische Wagner-Gruppe, eine Einheit von Söldnern, hatte zuvor die komplette Einnahme Soledars verkündet. Der ukrainische Präsident dementiert. Die ukrainischen Soldaten würden weiterhin die Stellung halten und den Russen große Verluste zufügen. Beide Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Im Krieg Russlands gegen die Ukraine zeigt sich also einmal mehr, wie sehr Russland mittlerweile zu einem diktatorischen Willkürstaat geworden ist. Rekrutierung von Soldaten und die Freilassung aus dem Gefängnis wird privater Gewalt überlassen. Ausgeübt von der berüchtigten Söldnertruppe Wagner, die in den Kämpfen gegen die Ukraine mitmischt. Und geführt von einem Putin-Vertrauten, der die Macht über Leben und Tod von Menschen bekommen hat, ohne sich dabei an die Gesetze halten zu müssen. Soledar ist heiß umkämpft, auch bezüglich Propaganda. Ukrainische Soldaten halten die Stadt angeblich weiterhin unter Kontrolle. Die Wagner-Gruppe brüstet sich jedoch, damit sie eingenommen zu haben. Dieses Foto ihres Gründers Yevgenin Prigoshin inmitten seiner Männer in der lokalen Salzmine und seine Botschaften sollen als Beweise dienen. Prigoshin, früher als Putins Koch bekannt, ist nun Oberbefehlshaber von geschätzten 50.000 Söldnern. Er gilt als äußerst brutal. Dieser Töre soll er grauenvoll hinrichten lassen und auch seine Rekrutierungsmethoden in Gefängnissen sind umstritten. Das ist eine wirklich mächtige Armee, die zu einem guten Teil aus verurteilten Straftätern besteht. Sie unterliegt keinen Gesetzen und handelt rein nach Absprache zwischen Putin und Prigoshin. Prigoshin verteidigt und lobt die ehemaligen Gefangenen an der Front. Sie haben Russland beschützt. Sie verdienen von der Gesellschaft daher den höchsten Respekt. Viele davon werden nach ihren Einsätzen auch tatsächlich begnadigt. Prigoshin strebt offenbar ein hohes Amt im Kreml an. Mit mutmaßlichen Erfolgen wie in Solidar versucht er sich dafür zu qualifizieren. Doch bei der russischen Armee macht er sich damit keine Freunde. Tschechien steht vor einer wichtigen politischen Entscheidung der Präsidentschaftswahl. In zwei Wahlrunden, nämlich heute bis morgen und von 27. bis 28. Jänner wird entschieden, wer das künftige Staatsoberhaupt sein wird. Und wir gehen jetzt live zu unserem Korrespondenten Ernst Gellix nach Prag. Schönen guten Tag. Guten Tag. Herr Gellix, wer hat denn die größten Chancen auf das Präsidentenamt? Ja, die Umfragen sprechen von einem Dreikampf und zwar zwischen dem ehemaligen Ministerpräsidenten, dem rechtspopulistischen Ministerpräsidenten des Landes, André Babisch. Er hat von 2017 bis 21 regiert, ist 68 Jahre alt. Dann ein Armeegeneral, ein pensionierter Armeegeneral mit 61 Jahren. Sein Name ist Petr Pavel. Ihm werden wohl die besten Chancen eingeräumt. Und an dritter Stelle in den Umfragen liegt die frühere Rektorin der Agraruniversität in Brünn. Die einzige Frau unter den Kandidaten, nämlich die 44-jährige Danusche Nerudova. Alle drei, so sagen die Umfragen, kommen zwischen 20 und 30 Prozent. Die Demoskopen sind aber nicht einig, wer es von diesen drei in die Stichwahl schafft. Das können sie nicht prognostizieren. Das Rennen ist sehr knapp. Wie gesagt, ein Dreikampf. Und es wird, ja, Samstag wird feststehen, wer es von den dreien geschafft hat. Alle anderen fünf Kandidaten bleiben laut Umfragen unter 10 Prozent, haben keine Chance. Und daher wird es dann, weil eben niemand der Kandidaten 50 Prozent der Stimmen erreicht, wird es in zwei Wochen eine Stichwahl zwischen den beiden Stimmen stärksten Kandidaten geben. Die ideologischen Verankerungen dieser drei Kandidaten, die sind natürlich auch unterschiedlich. Und sie bilden auch die Struktur der tschechischen Gesellschaft ab. Wie polarisiert ist die Gesellschaft in Tschechien denn? Also an sich würde ich sagen, dass die tschechische Gesellschaft nicht sonderlich polarisiert ist. Wer wirklich polarisiert hat, ist der bisherige Staatspräsident Milos Seemann. Vor allem die Amtsführung in der zweiten Amtszeit in den letzten fünf Jahren ist höchst umstritten. Kritiker werfen ihm vor, dass er die Verfassung ausgereizt hat. Er ist auch immer wieder aufgefallen, entweder mit launigen Bonements oder mit vulgären Kraftausdrücken. So etwa hat er über einen Premierminister gesagt, dass er den Charme eines Gurkenglases hätte. Seine Aussagen waren eines Präsidenten nicht immer würdig. Doch Milos Seemann ist sehr krank. Er leidet an Diabetes und Neuropathie. Und er hat auch Schwierigkeiten mit dem Gehen, teilweise auch mit dem Sprechen. Das heißt, dass er seine Amtszeit endet, wird auch ihm sehr recht sein, weil er nicht mehr vom Gesundheitszustand in der Lage ist, ein Staatspräsident dieses Landes zu sein. Er bleibt noch bis März. Das heißt, polarisiert hat er, der künftige Präsident oder die Präsidentin, hat dann die Aufgabe, sozusagen das Land, zu einen ist vielleicht übertrieben, aber ein Präsident dann doch für alle zu sein, während Seemann nur einen Teil des Landes wirklich voll hinter sich hatte. Nach Schätzungen sollen noch bis zu einem Fünftel der Wählerinnen und Wähler noch unentschieden sein. Worauf kann es denn jetzt noch ankommen? Ja, manche Demosgruppen sprechen sogar von einem Drittel der Wähler, die immer noch unentschlossen sind. Es kommt jetzt eigentlich auf nichts mehr an. Der Wahlkampf ist zu Ende. Die Wahllokale öffnen um 14 Uhr. Den Kandidaten bleibt nur noch, sich niederzusetzen und Tee zu trinken und abzuwarten. Also da ist jetzt nichts mehr drinnen. Dann sage ich vielen Dank, Ernst Gellix, für diese Live-Informationen aus Prag. Dankeschön. In der Causa rund um Geheimakten, die in einem früheren Büro von Joe Biden aufgetaucht sind, hat US-Justizminister Garland jetzt einen unabhängigen Sonderermittler eingesetzt. Es geht um vertrauliche Dokumente aus der Zeit, in der Biden der Vize von Barack Obama war und die Bidens Anwälte jetzt selbsttätig zurückgegeben haben. Bidens unmittelbarer Vorgänger Donald Trump ist in einem ähnlichen Fall verwickelt. Bei ihm wurden zuvor 10.000 Geheimdokumente gefunden. Bei Trump war allerdings eine Hausdurchsuchung dafür notwendig. Neben diesem Sportwagen, einer Corvette, die Joe Biden im Wahlkampf stolz präsentiert, haben seine Anwälte in der Garage seines Privathauses auch Geheimdokumente aus seiner Zeit als Vizepräsident gefunden, wie Biden nun selbst bestätigt. Meine Corvette ist in einer abgesperrten Garage, nicht auf offener Straße. Die Leute wissen, dass ich Geheimdokumente ernst nehme. Schon vor zwei Monaten sind in Bidens ehemaligem Privatbüro in Washington Geheimakte gefunden worden. Diese seien dem Nationalarchiv übergeben worden. Man habe das Justizministerium informiert, heißt es aus dem Weißen Haus. Die Republikaner sind empört. An zwei Orten wurden Geheimdokumente gefunden. Und erst jetzt nach der Kongresswahl kommt das an die Öffentlichkeit, sagt der Sprecher des Repräsentantenhauses. Der Justizminister ernennt nun einen Sonderermittler, wie er mitteilt. Robert Herr, einen ehemaligen, noch von Präsident Trump nominierten Staatsanwalt. Man sei zuversichtlich, dass eine Prüfung ergeben werde, dass die Dokumente versehentlich verlegt wurden, sagt eine Sprecherin des Weißen Hauses. Und in den USA gibt es jetzt gegen den Abgeordneten George Santos Rücktrittsaufrufe. Sein zusammengedichteter Lebenslauf ist selbst manchem seiner Parteikollegen, den Republikanern, zu viel. Santos hat da etwa Universitäten oder berufliche Stationen angegeben, mit denen er in Wirklichkeit nie zu tun gehabt hat. Darüber hinaus wird ihm vorgeworfen, Gelder für seinen Wahlkampf missbräuchlich verwendet zu haben. George Santos, neues Mitglied des Repräsentantenhauses, hat jetzt Gegner in beiden Parteien, weil er nicht nur über seine Ausbildung und seine Berufserfahrung gelogen hat. Als ich bei Citigroup begonnen habe, sagten sie, ich bin wirklich klug. Sondern auch behauptete Jude zu sein, seine Mutter bei den Anschlägen des 11. September verloren zu haben und aus einer Familie zu kommen, die vor den Nazis fliehen musste. Verfolgung ist uns nicht fremd. Mein Großvater ist aus der Ukraine nach Belgien geflohen und 1940 weiter nach Brasilien. Zu viele Lügen für die Parteispitze seines Wahlbezirkes im Bundesstaat New York. Sie nennt ihn eine Schande, einen notorischen Lügner, einen internationalen Witz. Man fühle sich durch ihn nicht mehr vertreten. Im Namen der Republikaner des Bezirks Nassau fordere ich seinen sofortigen Rücktritt. Er sei nicht verurteilt, so die Parteispitze. Entscheiden müssen die Wähler in zwei Jahren, also nach Ende seiner Amtszeit. Man ist unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen ist. Auch Santos selbst will nicht zurücktreten. Trotz aller Lügen, es ist die Mathematik, die gegen einen Rückzug spricht. Zu knapp ist die Mehrheit der Republikaner, als dass sie auch nur auf einen einzigen Sitz verzichten könnten. Lisa Marie Presley ist tot. Das einzige Kind von Elvis Presley ist im Alter von 54 Jahren unerwartet gestorben. Medien haben zuvor berichtet, dass die Musikerin gestern früh leblos in ihrem Haus aufgefunden worden ist. Davor soll sie einen Herzstillstand erlitten haben. Kurze Zeit später ist sie dann in einem Krankenhaus in Los Angeles gestorben. Lisa Marie Presley wird 1968 als erstes und einziges Kind von Elvis und Priscilla Presley geboren. Schon früh in ihrem Leben sorgt sie für Schlagzeilen. Am bekanntesten ist wohl ihre anderthalbjährige Ehe mit dem King of Pop Michael Jackson. Insgesamt viermal war Presley in ihrem Leben verheiratet. Als Tochter des King of Rock'n'Roll versucht sie sich auch an einer Musikkarriere und veröffentlicht insgesamt drei Musikalben. Ihren letzten öffentlichen Auftritt hat Presley vergangenen Dienstag am Rande der Golden Globes. Gemeinsam mit ihrer 77-jährigen Mutter Priscilla sitzt sie am Tisch von Oswin Butler, der für die Darstellung ihres Vaters Elvis den Golden Globe für den besten Schauspieler gewinnt. Lisa Marie Presley hinterlässt drei Töchter. In Afghanistan hat es in den vergangenen zehn Tagen zwei Anschläge gegeben. Anfang Jänner am Militärflughafen in Kabul und diese Woche hat es einen Selbstmordanschlag vor dem Außenministerium gegeben. Die Taliban machen auch dafür den IS verantwortlich. Ein Überblick von Teresa Kulowitsch. Zwei Anschläge, Dutzende Tote und Verletzte. So die traurige Bilanz der vergangenen zwei Wochen in Afghanistan. Anfang Jänner eine Explosion am Militärflughafen in Kabul. Am Mittwoch sprengt sich ein Selbstmordattentäter vor dem Außenministerium in Kabul in die Luft. Zu letzterem Anschlag bekennt sich die Terrorgruppe Islamischer Staat. Die im Land regierenden Taliban machen den IS aber auch für den ersten Anschlag verantwortlich. Beide radikal-islamische Gruppen sind verfeindet. Es kommt immer wieder zu Spannungen und Kämpfen. Angespannt ist die Lage im Land derzeit ohnehin. Afghanistan steckt in einer humanitären Krise. 6,6 Millionen Menschen sind von extremem Hunger bedroht. Obwohl die Taliban bei ihrer Machtübernahme im August 2021 versprochen hatten, moderner und offener sein zu wollen, schränken sie seither systematisch die Rechte von Frauen ein. Zuletzt wurden Frauen von Universitäten ausgeschlossen. Auch jene, die für NGOs arbeiten, mussten ihre Tätigkeit aufgeben. Zurück nach Österreich. Das Parlament am Wiener Ring ist wieder eröffnet. Und im Rahmen der Eröffnung kommt jetzt erneut Kritik an Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka von der ÖVP. Stein des Anstoßes ist wieder das goldene Klavier, das Sobotka im Parlament hat aufstellen lassen. Die Miete dafür kostet 3000 Euro im Monat. Sobotkas erste Stellvertreterin Doris Bures von der SPÖ kritisiert das und Sobotkas Amtsführung allgemein im ZIB2-Interview scharf. Die Parlamentseröffnung ist feierlich ohne Störungen über die Bühne gegangen. Doch im ZIB2-Interview lässt Doris Bures von der SPÖ ihrem Unmut über den Nationalratspräsidenten freien Lauf. Wissen Sie, ich glaube genau das ist ja der Fehler in den letzten Jahren auch gewesen, dass im Parlament der Präsident sehr willkürliche und eigenmächtige Entscheidungen getroffen hat. Als Symbol der Kritik steht das um 3000 Euro im Monat angemietete goldene Klavier im Mittelpunkt. Das Symbol dieses vergoldeten Klaviers ist ja auch deshalb so ein negatives, weil es so zeigt ein wenig die Empathielosigkeit gegenüber Menschen, die in Zeiten der Teuerung es schwer haben, alle Monate über die Runden zu kommen. Also es war der falsche Weg, der hier eingeschlagen wurde. Die Diskussion der Abwahlmöglichkeit des Parlamentspräsidenten will Boris aber nicht führen. Eine Lex Sobotka sei nicht erforderlich angesichts aller untadeliger Präsidenten in der Zweiten Republik. Jetzt gibt es Nachwehen eines parlamentarischen Beschlusses aus der Zeit der Corona-Pandemie, als koste es, was es wolle, noch das Regierungsmotto war. Die Hilfszahlungen an Unternehmen waren nicht immer treffsicher. Deswegen beginnt die zuständige Bundesagentur COFAG jetzt damit, zu viel bezahlte Förderungen zurückzuverlangen. Dabei geht es vor allem um Geld, das Geschäfte, Restaurants oder Hotels bekommen haben, weil sie geschlossen hatten, aber trotzdem Miete oder Pacht zahlen mussten. Bernd Querfeld betreibt in Wien mehrere Traditionskaffeehäuser. Das Geld für die Rückforderungen der Covid-19-Unternehmenshilfen hat er schon von Anfang an zur Seite gelegt. Ich schätze knapp unter 500.000 Euro gehen wieder zurück an den Steuerzahler letztendlich und an die Steuerzahlerin. Dabei geht es um die Frage, muss ein Unternehmer für ein Geschäftslokal die volle Miete oder Pacht bezahlen, wenn es während eines Corona-Lockdowns geschlossen ist? Nach mehreren Gerichtsurteilen ist jetzt klar, nein, der Vermieter muss die Miete reduzieren. Beihilfen dürfen daher nicht dafür verwendet werden, während des Lockdowns die volle Miete zu zahlen. Die COFAG sieht sich deswegen jetzt genau an, ob Beihilfen zurückgezahlt werden müssen. Große Unternehmen, die pro Lockdown-Monat mehr als 12.500 Euro Beihilfe für Miete oder Pacht bekommen haben, prüft die COFAG nun noch einmal. Kleine Unternehmen müssen Beihilfen nur zurückzahlen, wenn sie zum Beispiel vom Vermieter auch Geld zurückbekommen haben. Wie viel das den Steuerzahlern bringen wird, kann die COFAG derzeit noch nicht sagen. Klar ist aber, es kommt viel Arbeit auf sie zu und auch Rechtsstreitigkeiten. Zu viel Geld auszahlen oder vermeintlich zu viel Geld auszahlen und das dann unter schwierigen Bedingungen wieder zurückfordern, da kann man sich vorstellen, das ist wie beim Privaten, wenn ich Geld bekomme, das ich nach drei, vier Jahren wieder zurückzahlen muss, vielleicht ist es gar nicht mehr da. Das alles hätte man einfacher haben können, kritisiert der Kaffeehausbetreiber, wenn, wie von vielen gefordert, die Regierung schon beim ersten Lockdown ganz klar festgelegt hätte, dass Mieten und Pachten reduziert werden müssen. Es ist jetzt ganz kurz vor zwölf Uhr. Zwei Stunden sind wir heute noch für Sie da. Was am Nachmittag wichtig ist, das präsentiert Ihnen heute wieder mein Kollege Rainer Reitzhammer und er ist jetzt auch schon hier im Studio. Hallo Rainer. Hallo Elisabeth. Freitag ist ja immer der Tag, wo es auch eine ganz wichtige Rubrik gibt hier in ÖF3 aktuell. Richtig, Vilsmeiers Freitag. Für jede Woche wird der Politologe Peter Vilsmeier für uns das innenpolitische Geschehen einordnen. Und da geht es diese Woche vor allem um die Ergebnisse der Regierungsklausur und um die Wahl in Niederösterreich. Und dann wird es bei euch auch noch um Medienpolitik gehen heute. Ja, unser Kollege Stefan Kappbacher von Ö1 kommt zu uns und wir werden über die Finanzierungskrise des ORF sprechen und über die personellen Umstrukturierungen beim Magazin Profil. Das und mehr dann heute Nachmittag. Vielen Dank Rainer. Und bevor Rainer Reitzhammer jetzt übernimmt, verabschiede ich mich an dieser Stelle von Ihnen und Sie sehen jetzt noch die wichtigsten Nachrichten vom Tag im Überblick. In Lützerath im deutschen Nordrhein-Westfalen dürften sich nach der Räumung des Camps von Klimaaktivistinnen zwei von ihnen in einem unterirdischen Tunnel unter dem Dorf verschanzt haben. Am Mittwoch hatte die Polizei damit begonnen, das Camp zu räumen. Die Aktivistinnen haben es aufgeschlagen, nachdem der Kohlekonzern RWE die BewohnerInnen von Lützerath umgesiedelt hatte, um auf die Braunkohlevorkommnisse in der Erde zugreifen zu können. In der Causa rund um die gefundenen Geheimakten bei US-Präsident Joe Biden hat US-Justizminister Garland jetzt einen unabhängigen Sonderermittler eingesetzt. Die vertraulichen Dokumente aus seiner Zeit als Vizepräsident unter Barack Obama wurden in seinem ehemaligen Privatbüro und seiner Garage gefunden. Man habe sie freiwillig dem Nationalarchiv übergeben und kooperiere mit dem Justizministerium, sagen die Anwälte des Präsidenten. Wetterextreme fordern derzeit Dutzende Tote in den USA. An der Westküste in Kalifornien sorgen Schnee- und Wassermassen für Verwüstung. Im Südosten ziehen tödliche Wirbelstürme übers Land. Besonders betroffen ist der Bundesstaat Alabama. Es gibt bereits mehr als zwei Dutzend Opfer. Hunderttausende Haushalte sind von der Stromversorgung abgeschnitten oder zerstört. Viele Straßen sind gesperrt. Lisa Marie Presley, die einzige Tochter von Elvis Presley, ist im Alter von 54 Jahren unerwartet gestorben. Als Todesursache wird ein Herzstillstand vermutet. Ihren letzten Auftritt hatte sie am Rande der Golden Globes vergangenen Dienstag. Gemeinsam mit ihrer Mutter ist sie bei den Golden Globes anwesend, wo aus dem Butler für die Darstellung von Elvis prämiert wird. Gestern ist das Parlament am Wiener Ring wiedereröffnet worden. Den Festakt haben wir hier in ORF 3 übertragen. So festlich die Stimmung da am Nachmittag gewesen ist, am Abend in der ZIP 2 gab es dann doch wieder kritische Töne. Und zwar von der zweiten Nationalratspräsidentin Doris Buris von der SPÖ in Richtung des Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka von der ÖVP. Stein des Anstoßes ist wieder jenes goldene Klavier gewesen, das Sobotka im Parlament hat aufstellen lassen. Die Miete dafür kostet ja 3000 Euro im Monat. Für Buris ein Symbol für die mangelhafte Amtsführung des Nationalratspräsidenten. Die Parlamentseröffnung ist feierlich ohne Störungen über die Bühne gegangen. Doch im ZIP 2 Interview lässt Doris Buris von der SPÖ ihrem Unmut über den Nationalratspräsidenten freien Lauf. Wissen Sie, ich glaube genau das ist ja der Fehler in den letzten Jahren auch gewesen, dass im Parlament der Präsident sehr willkürliche und eigenmächtige Entscheidungen getroffen hat. Als Symbol der Kritik steht das um 3000 Euro im Monat angemietete goldene Klavier im Mittelpunkt. Das Symbol dieses vergoldeten Klaviers ist ja auch deshalb so ein negatives, weil es so zeigt ein wenig die Empathielosigkeit gegenüber Menschen, die in Zeiten der Teuerung es schwer haben, alle Monate über die Runden zu kommen. Also es war der falsche Weg, der hier eingeschlagen wurde. Die Diskussion der Abwahlmöglichkeit des Parlamentspräsidenten will Buris aber nicht führen. Eine Lex Sobotka sei nicht erforderlich angesichts aller untadeliger Präsidenten in der Zweiten Republik. Das Parlament ist also rundum erneuert und bald soll es auch neue Regeln geben für Abgeordnete und solche, die es werden wollen. Nämlich in Form eines verschärften Antikorruptionsstrafrechts. Damit wird künftig der Kauf eines Mandats verboten. Politiker oder Beamte, die für eine Position kandidieren und für den Fall ihrer Kür Versprechungen gegen Zuwendungen abgeben, machen sich dann strafbar. Und auch für Vereine mit Kontakten zur Politik wird es strengere Regeln geben. Antikorruptionsexperten wie der Jurist Martin Kreutner sprechen von einem wichtigen und positiven Schritt. Kritik kommt von der Opposition. Da haben wir es wieder, das Ibiza-Video. Nun wirkt es Jahre später über ein vorgestelltes Antikorruptionsgesetz in die österreichische Gesetzgebung hinein. Die Korruption ist Gift für unsere Demokratie. Korruption bedeutet nämlich, dass Menschen, die Macht und Geld haben, sich auf eine missbräuchliche Weise gewisse Vorteile verschaffen können. Denn als Spitzenkandidat der FPÖ für die Nationalratswahl 2017 hat Heinz-Christian Strache vorsorglich unerlaubte Versprechungen gemacht. Und zwar was die Vergabe von Staatsaufträgen betrifft. Das ist bisher nur Amtsträgern verboten, künftig auch jenen, die Amtsträger werden wollen. Auch den Verkauf eines Nationalratsmandats soll es gegeben haben, ukrainische Oligarchen hätten laut Berichten Millionenbeträge bezahlt, um einen Mittelsmann in die Reihen der FPÖ ins Parlament zu bekommen. Ermittelt wurde nicht, der Kauf ist nicht strafbar. Das soll sich jetzt für Landtagsmandate, Nationalratsmandate und EU-Mandate ändern. Solchen Gesetz gibt es dann nur in Österreich. Mit dieser Verschärfung des Korruptionsstrafrechts schließen wir hier eine Lücke und wir schaffen das strengste Antikorruptionsgesetz der Welt. Der Bundespräsident hat noch im Oktober, Stichwort, das darf doch alles nicht wahr sein, den Verlust des Vertrauens in die Demokratie beklagt und solch ein Gesetz gefordert. Bei der Parlamentseröffnung gibt es sich zufrieden. Die Ministerinnen Ed Stadler und Sadic haben ein interessantes kleines Paket von sechs Punkten vorgestellt. Ich glaube, das sind wichtige Schritte auf dem Weg im Kampf gegen die verschiedenen Arten von Korruption. Die SPÖ beklagt, dass FPÖ-Korruption verboten, aber ÖVP-Korruption nicht angetastet werde. Die FPÖ glaubt, das neue Gesetz würde nur die ÖVP treffen und die Neos meinen, Ibiza wäre auch mit diesem Gesetz weiterhin möglich. Heute empfängt Bundespräsident Alexander Van der Bellen seinen Amtskollegen aus der Schweiz, Alain Berset. Während dieses Besuchs in Wien wird Berset auch mit Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Gesundheitsminister Johannes Rauch sprechen. Gleich aber gibt er eine gemeinsame Pressekonferenz mit dem österreichischen Bundespräsidenten. Bis dahin möchte ich noch kurz mit Roland Adrowitzer über diesen Besuch sprechen. Roland, ganz salopp gefragt, was führt denn den Schweizer Bundespräsidenten nach Wien? Die Tradition, dass der Schweizer Bundespräsident immer seinen ersten Auslandsbesuch beim ebenfalls neutralen und befreundeten Nachbarn in Wien absolviert. Die Schweiz wechselt ja jährlich den Bundespräsidenten. Einer der sieben Bundesräte, Bundesrätinnen, also die Schweizer Minister, übernimmt immer doch für ein Jahr lang dann die Funktion des Staatsoberhauptes. Jetzt ist Alain Bersetan ein sozialdemokratischer Westschweizer Politiker. Wie gesagt, immer aus Höflichkeits- und auch aus Traditionsgründen führt die erste Auslandsreise nach Österreich. Das Verhältnis zwischen Österreich und der Schweiz ist also gut, aber wie sieht es eigentlich mit der Schweiz und der EU aus? Hätte es da nicht ein Rahmenabkommen geben sollen? Es ist komplizierter. Das Rahmenabkommen ist im Vorjahr gescheitert, vor allem von Schweizer Seite aus schweizer innenpolitischen Gründen. Die Schweiz ist ja sehr stark assoziiert mit der Europäischen Union. Sie kann nie Mitglied werden wegen dieser komplizierten Struktur, wegen der Kantonstruktur, dass in der Schweiz ja fast alle Gesetze und Gesetzesvorhaben, Volksabstimmungen unterwerfen werden müssen. Das wäre mit der Übernahme von EU-Recht nicht kompatibel. Aber die Schweiz sucht seit Jahrzehnten eine immer engere Bindung an die Europäische Union. Sie ist mit dem Binnenmarkt eng verwoben durch zahllose Abkommen und ist auch Teil des Schengen-Raums, obwohl nicht Mitglied der Europäischen Union. Aber für die vollständige Ratifizierung dieses Rahmenabkommens hätte die Schweiz auch bereit sein müssen, die umfassenden Arbeitnehmer Niederlassungsrichtlinien der Europäischen Union zu übernehmen. Und das war aus schweizer innenpolitischen Gründen nicht möglich. Jetzt sucht man wieder nach neuen Wegen Österreich, steht aber da immer sehr an der Seite der Schweiz. Der Krieg in der Ukraine hat dazu geführt, dass sich einige Dinge im Westen grundlegend geändert haben. Länder wie Schweden oder auch Finnland denken darüber nach, die Neutralität aufzugeben und der NATO beizutreten. Die Schweiz steht vermutlich wie kein anderes Land der Welt für Neutralität. Aber hat es dort auch Diskussionen gegeben, das hinter sich zu lassen? Nein, die Schweizer Neutralität ist so noch viel wesentlich mehr verankert als unsere. Wir haben ja erst unsere, seit 1955 die Schweiz in Wahrheit, seit den napoleonischen Kriegen ist die Schweiz neutral. Es ist ja doch eine ganz andere, viel stärker bewaffnete Neutralität als wir. Diese Diskussion, bei uns hat ja auch der Bundeskanzler gleich einmal die Diskussion für beendet erklärt. Du hast das zu Recht gesagt, dass Schweden und Finnland, ehemals neutrale Staaten, jetzt sogar Mitglieder der NATO werden wollen. Innerhalb der Europäischen Union bleiben es nur mehr vier neutrale Staaten über drei Inseln, Irland, Malta und Zypern. Und Österreich, wir wurden einmal von einem vergangenen Papst als die Insel der Seligen bezeichnet, die wir auch nicht mehr sind. Die Diskussion ist aber auch, vor allem in Irland, denkt jetzt doch nicht an einen NATO-Beitritt, aber an mehr Übernahme von Verbindlichkeiten, mehr Teilnahme an internationalen, gemeinsamen europäischen Sicherheitsoperationen nach. Das tut die Schweiz nicht. Die Schweiz setzt ganz klar auf ihre eigene, bis an die Zähne bewaffnete Neutralität. Das muss man auch sagen, wesentlich mehr Mittel als in Österreich werden in der Schweiz für die Verteidigung aufgewendet. Die Schweiz hat eine unglaublich starke Luftverteidigung zum Beispiel, nicht zu vergleichen mit unseren 15-Euro-Fightern. Und auch an sich hat der Wehrdienst in der Schweiz einen viel höheren Stellenwert als bei uns. Also die Schweiz denkt nicht daran, ihre Neutralität aufzugeben, die sie aber auch ein wenig anders sieht. Vielen Dank für diese Einordnung, Roland Adrowitzer. Wie ich jetzt gerade höre, können wir aufgrund von Tonproblemen bei der Signalübertragung die Pressekonferenz des Bundespräsidenten mit seinem Schweizer Amtskollegen jetzt leider nicht zeigen. Die wichtigsten Aussagen davon, die sehen Sie aber dann später in der Sendung. Und wir wechseln jetzt das Thema. Gestern ist das Parlament am Ring nach vier Jahren Umbauzeit wiedereröffnet worden. Fünf Jahre lang war der 140 Jahre alte Bau von Theophil Hansen saniert worden. Denn gekostet hat das mehr als 400 Millionen Euro. Bei der Wiedereröffnung ist viel von einem Neustart gesprochen worden. Die Übersiedlung ins sanierte Haus solle auch zu einem neuen Stil in diesem Haus führen, damit die Politik wieder Vertrauen gewinnt. Tatsächlich ist das Image des Parlaments in Umfragen so schlecht wie noch nie in der Zweiten Republik. Am Rande erklingt er zum ersten Mal. Jener goldverzierte Flügel, der nun auf Wunsch von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka im frisch renovierten Parlament steht. 23 Karat Gold schmücken den Flügel. Ähnlich pompös ist auch der Festakt zur Einweihung des neuen alten Parlaments. Die Wiener Sängerknaben singen, die Philharmoniker spielen. Und hochrangige Gäste aus dem In- und Ausland sind gekommen. Der ehemalige Präsident des Deutschen Bundestages, Wolfgang Schäuble, mahnt die Abgeordneten, populistische Vereinfachungen zu vermeiden. Während die Volksvertreter drinnen feiern, protestieren draußen Kinderorganisationen und Klimaschützer. Sie fordern mehr Beachtung im Hohen Haus für ihre Anliegen. Den meisten Passanten wird im Parlament zu viel gestritten. Die Menschen und Politiker würden natürlich auch gut dazu beitragen, wenn sich die auch ein bisschen renovieren würden und sich nach den Regeln halten. Ich denke mir, es geht um die besten Ideen und nicht nur, dass man schaut, dass man selber am besten dasteht. Ja, mein Wunsch wäre es schon, dass eben persönliche Angriffe unterbleiben und dass ordentlich gearbeitet wird. Hausherr Wolfgang Sobotka selbst schlägt durchaus selbstkritische Töne an. Unsere Demokratie wird getragen von wechselseitigem Respekt. Lassen wir uns von dieser Wirkung des Hauses in unserem politischen Agieren leiten und begleiten. Viel wird gesprochen über Respekt und Streit im Parlament. Ich möchte wirklich eine Lanze brechen dafür, dass Debatte in einer Demokratie, und das nennen manche Streit, notwendig ist. Weil es braucht Widerspruch. Manchmal gehen halt die Emotionen mit jemandem durch, aber auch das ist Teil einer lebhaften Diskussion. Also ich denke, wir haben das ganz gut im Griff. Freundin muss man dafür nicht sein, aber selbstverständlich ist ein respektvoller Umgang, der auch der Demokratie und dem Haus würdig ist, zentral für diese Auseinandersetzung. Das Gemäuer jedenfalls erstrahlt in neuem Glanz. Um die 400 Millionen Euro hat die Sanierung gekostet und fünf Jahre gedauert. Am auffälligsten ist die neue Glaskuppel über dem Nationalratssaal. Eine Sanierung von Grundauf war schon deshalb nötig, weil das Parlamentsgebäude viel erlebt hat. 1883 wird sein Bau fertiggestellt. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs wird vor dem Parlament die Republik ausgerufen. Nach dem Zweiten Weltkrieg muss es saniert werden, nachdem Bombeneinschläge das Parlament schwer beschädigt haben. Als das Hohe Haus anschließend wiedereröffnet wird, tanzen die Menschen davor, vor Freude sogar Walzer. Solche Freudentänze vor dem Parlament sind ausgeblieben. Freudentänze will man angesichts des geringen Vertrauens, das die Menschen in Österreich derzeit in die Politik haben, auch nicht aufführen. Laut dem aktuellen Demokratiemonitor des Marktforschungsinstituts SORA sind es nur noch 30 Prozent, die denken, dass das politische System gut funktioniert. Damit die Menschen dieses System aber zumindest schon früh verstehen lernen, gibt es die Demokratiewerkstatt. Eine Einrichtung des Parlaments für junge Menschen zwischen 8 und 19 Jahren, die ihnen die Themen Demokratie und Parlamentarismus vermitteln sollen. Wie das geht, das möchte ich jetzt mit Leopold Lukmeier besprechen, der die Abteilung Demokratiebildung in der Direktion des österreichischen Parlaments leitet. Schönen guten Tag. Guten Tag, Herr Reitner. Kinder im Alter von 8 Jahren werden sich wahrscheinlich jetzt nicht automatisch für Demokratie oder Parlamentarismus interessieren. Wie schaffen Sie es denn, Menschen in einem so jungen Alter für diese Themen zu begeistern? Ja, Sie haben recht, also Sie interessieren sich nicht a priori dafür. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, sobald man Sie auf richtige Art und Weise kontaktiert damit, sind Sie sehr schnell in dem Thema drinnen, können sich etwas vorstellen und können den Workshop gut ausarbeiten. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass gerade 8- bis 10-Jährige ein sehr waches Verständnis für demokratische Fragen haben. Und wie Sie selber schon gesagt haben, unsere Angebote reichen bis 19 Jahre. Wir haben weizen verschiedene Angebote, wo wir uns mit der Europäischen Union, wo wir uns mit Politikern auseinandersetzen, die in unsere Workshops kommen. Und unser heuriger Schwerpunkt wird sein, und das haben wir im vorigen Beitrag auch aus dem Mund des Präsidenten gehört, wird Respekt sein. Denn das ist etwas, was bei den Jugendlichen sehr gut ankommt. Denn Jugendliche nehmen den Parlamentarismus über die Medien wahr und nehmen ihn auch wahr als Streit. Und wir versuchen das umzuwandeln. Demokratie ist nicht Streit, sondern Dialog. Es ist miteinander zu sprechen, es ist miteinander zu agieren, sich einzumischen und miteinander Probleme zu lösen. Das ist unser Ziel. Jetzt sind das Themen, die nicht nur wichtig sind für Kinder und Jugendliche. Viele Erwachsene beschäftigen sich auch nicht mit Demokratie oder zumindest nicht besonders intensiv. Wie kann man denn den Menschen vermitteln, dass dieses politische System für sie wichtig ist? Dafür haben wir sehr viele Angebote auf dem Gebiet der Führungen. Alle Österreicher und alle Gäste sind eingeladen, ins Parlament zu kommen und an Führungen teilzunehmen, die wir zu den unterschiedlichen Themen anbieten, wo auch demokratische Prinzipien vermittelt werden. Aber natürlich auch das Haus, das ja wirklich gelungen ist, hergezeigt wird. Und ich glaube, wenn man Menschen damit fasziniert, wie ihr Haus, wo das Herz der Demokratie schlägt, wie das aufgestellt ist und wie dort gearbeitet wird, dann überträgt sich das auch auf dergene Einstellung. Das ist ja auch ein erklärtes Ziel, dass das Hohe Haus jetzt noch mehr Menschen offen steht. Aber inwiefern unterscheidet sich das Angebot von vor fünf Jahren vor den Renovierungsarbeiten? Muss man jetzt unterscheiden, ob Sie das Angebot für Erwachsene meinen oder für Jugendliche. Für Erwachsene unterscheidet es sich dadurch, dass wir alle unsere Angebote für Erwachsenen, die Führungen mit universitärer Hilfe und mit universitären Studien neu aufgestellt haben, neu aufgearbeitet haben. Dadurch sind die Führungen völlig anders geworden. Für die Jugendlichen bedeutet es auch, dass wir das Angebot ausgeweitet haben. Und wir machen einen ganz wesentlichen Schritt hinaus. Gestern am Abend, der letzte Punkt nach der Eröffnung des Parlaments, war die Verabschiedung von Parlament on Tour. Das sind vier Container, wo Parlamentarismus und Demokratie sehr niederschwellig und selbsterklärend und interaktiv erklärt wird. Und dieses Parlament on Tour ist gestern auf die Reise gegangen in die erste Landeshauptstadt, nach Eisenstadt, weil Börders Burgenland aktuell den Vorsitz, der Herr Günther Kovac, den Vorsitz im Bundesrat hat. Und wir werden von Landeshauptstadt zu Landeshauptstadt touren, gleichzeitig die Demokratie, die Ideen der Demokratie und des Parlamentarismus dort hinbringen und auf der anderen Seite natürlich einladen, nach Wien ins Hohe Haus dieses zu besuchen. Jetzt haben gestern, wir haben es vorhin im Beitrag gesehen, während des Festakts zur Neueröffnung vor der Tür unterschiedliche Menschen protestiert. Kinderorganisationen, KlimaschützerInnen, die wollen, dass ihre Anliegen im Hohen Haus mehr Gehör finden. Das Parlament heißt im üblichen Sprachgebrauch auch die Volksvertretung. Warum fühlen sich viele Menschen offenbar nicht vertreten? Ich habe diese Leute gesehen und ich habe auch mit ihnen gesprochen. Und man muss dazu sagen, es waren sehr friedliche Demonstrationen. Und das Demonstrationsrecht ist ja ein unverhandelbares Recht der Menschen. Und insofern ist es auch richtig. Natürlich, die Demokratie ist in Österreich eine repräsentative Demokratie. Es wäre vielleicht der richtige Schritt, wenn diese Leute sich in den politischen Parteien, mit den politischen Parteien engagieren und dort ihre Anliegen zur Sprache bringen und auch dort ihren Einfluss geltend machen. Ich glaube, da kann man schon etwas bewirken. Aber Demonstrationen sind eine tolle Sache und sind ein unverhandelbares Recht der Bevölkerung. Bei der Neueröffnung des Parlaments gestern hat Wolfgang Schäuble, ehemals Präsident des Deutschen Bundestags, eine Rede gehalten. Und er hat eine interessante Sache gesagt. Er meinte, Demokratie sei per se Krise, nie voraussetzungslos, nie selbstverständlich. Wissen Sie, was er damit gemeint hat? Ja, ich glaube schon, dass ich weiß, was er damit gemeint hat. Aber ich glaube, dass das Wort Krise in diesem Fall überbewertet wird. Ich glaube, die Krise besteht vor allem in einem Dialog. Und die Zeiten ändern sich. Das haben wir gerade in den letzten Jahren sehr auf viele Weise erleben müssen. Und der Dialog ändert sich dabei auch. Und ich glaube, wenn der Dialog insofern in die Krise kommt, dass er sich immer wieder neu aufstellt, dann ist es eine gute Sache. Und ich glaube auch, dass Herr Wolfgang Schäuble das so gemeint hat. Oder um es etwas umgangssprachlicher zu formulieren, beim Reden kommend leid zu. Also, Leopold Lugmeier, vielen Dank für den Besuch hier bei mir. Herr Reithoff, ich sage danke für die Einladung. Die Brau-Union erhöht ihre Bierpreise. Gleich dazu mehr. Davor sehen Sie einige wichtige Meldungen im Überblick. In Lützerath im deutschen Nordrhein-Westfalen dürften sich nach der Räumung des Camps von Klimaaktivistinnen zwei von ihnen in einem unterirdischen Tunnel unter dem Dorf verschanzt haben. Am Mittwoch hatte die Polizei damit begonnen, das Camp zu räumen. Die Aktivistinnen haben es aufgeschlagen, nachdem der Kohlekonzern RWE die BewohnerInnen von Lützerath umgesiedelt hatte, um auf die Braunkohlevorkommnisse in der Erde zugreifen zu können. In der Causa rund um die gefundenen Geheimakten bei US-Präsident Joe Biden hat US-Justizminister Garland jetzt einen unabhängigen Sonderermittler eingesetzt. Die vertraulichen Dokumente aus seiner Zeit als Vizepräsident unter Barack Obama wurden in seinem ehemaligen Privatbüro und seiner Garage gefunden. Man habe sie freiwillig dem Nationalarchiv übergeben und kooperiere mit dem Justizministerium, sagen die Anwälte des Präsidenten. Wetterextreme fordern derzeit dutzende Tote in den USA. An der Westküste in Kalifornien sorgen Schnee- und Wassermassen für Verwüstung. Im Südosten ziehen tödliche Wirbelstürme übers Land. Besonders betroffen ist der Bundesstaat Alabama. Es gibt bereits mehr als zwei Dutzend Opfer. Hunderttausende Haushalte sind von der Stromversorgung abgeschnitten oder zerstört. Viele Straßen sind gesperrt. Lisa Marie Presley, die einzige Tochter von Elvis Presley, ist im Alter von 54 Jahren unerwartet gestorben. Als Todesursache wird ein Herzstillstand vermutet. Ihren letzten Auftritt hatte sie am Rande der Golden Globes vergangenen Dienstag. Gemeinsam mit ihrer Mutter ist sie bei den Golden Globes anwesend, wo Austin Butler für die Darstellung von Elvis prämiert wird. Bier wird teurer, und zwar in vielen Lokalen und auch im Handel. Denn der größte heimische Bierproduzent, die Brau-Union, erhöht ihre Preise. Ein großes Bier könnte im Wirtshaus schon bald um die 5 Euro kosten. Das sorgt vor allem an den Stammtischen für Gesprächsstoff. Lokal Augenschein in einem Wirtshaus in Helmonds-Öd. Auch hier haben sich die neuen Bierpreise schon herumgesprochen. Wenn ich Biertrinker bin, kann ich schon 5 Euro ausgeben dafür. Es wird schließlich und endlich alles teurer. Und ein echter Biertrinker wird sich kaum davon abhalten lassen, dass er sein Bier trinkt. Wirt Roland Döberl hat am Vormittag erst die Speisekarte geändert. Wir haben sonst irrsinnig viele Ralförer da und die merken das natürlich gleich, wenn ein Bier jetzt nicht mehr 4,10 oder 4,20 kostet, sondern 40, 50 Cent mehr. Wenn es unter 5 Euro bleibt, wird es fast noch funktionieren. Aber wenn wir dann einmal in der Speisekarte stehen, haben wir ein halbes Bier, 5 Euro, dann kann es schon ein bisschen happig werden. Im Betrieb von Wirtesprecher Thomas Mayer-Stockinger in Ansfelden ist für die Gäste hingegen klar. Ich gebe bei 6 Euro aus, ich gebe bei 7 Euro aus, wenn ich eins trinken will, ist mir das ziemlich egal, was es kostet. Wenn es teurer wird, ja, dann trinken wir halt weniger. Aber in Österreich ist es so, dass ein Bier ein Grundnahrungsmittel ist und kein Alkohol ist. Denken wir, wenn man 5 Euro und so was zahlt, dann muss man schon nachdenken. Wenn das weiter steigt, wird man sich ein halbes Bier bestellt. Um 9,5 Prozent erhöht die Brau-Union ihre Preise. Es ist die zweite Erhöhung innerhalb eines halben Jahres. In einem schriftlichen Statement heißt er dazu, Wir versuchen laufend Kostensteigerungen durch interne Einsparungen und erhöhte Effizienzmaßnahmen aufzufangen. Aber angesichts der stark steigenden Rohstoff-, Logistik- und Energiekosten müssen wir einen Teil der gestiegenen Kosten durch eine Preisanpassung in der Gastronomie sowie auch im Lebensmittelhandel kompensieren, um auch künftig Beständigkeit und bestehende Qualität sichern zu können. Nicht verständlich noch über 7 Prozent im September, jetzt nur einmal fast 10 Prozent. Also das sind massive Erhöhungen, wenn man sich den FKV-Abschlüsse anschaut, sind bei Weitem weg von diesen Preiserhöhungen. Oder auch als Argument Energiekosten. Da gibt es dankensweiter Weise der Bundesregierung einen Energiekostenzuschuss. Alternativen gibt es für die Wirte kaum. Man könne nur vom Fassbier auf das etwas günstigere Bier aus Flaschen umsteigen oder den Lieferanten wechseln. Wobei die Gäste eben sehr sensibel sind. Biermarke ist einer stolz und von daher ist natürlich auch für die Gastronomen vor Ort, wenn man eine Biermarke wechselt. Gar kein Bier mehr wird es künftig im Linzer Promenadenhof geben. Das Gebäude soll zwei Jahre lang generalsaniert werden. Oskar Deutsch ist als Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien wiedergewählt worden. Seit 2012 ist Deutsch mittlerweile im Amt. Der Wirkungsbereich der Israelitischen Kultusgemeinde Wien umfasst nicht nur die Bundeshauptstadt, sondern auch Niederösterreich, die Steiermark, das Burgenland und Kärnten. Meine Kollegin Elisabeth Vogel hat heute mit dem neuen alten Präsidenten gesprochen und ihn gefragt, welcher großer Anliegen er sich in seiner neuen Amtsperiode annehmen möchte. Die Herausforderungen unserer Gemeindemitglieder sind die gleichen Herausforderungen, die der österreichischen Gesellschaft. Inflation betrifft uns alle und ich möchte unsere Gemeinde durch diese schwierigen, ausfordernden Zeiten einfach gut durchbringen und speziell den Leuten helfen, denen es bei uns nicht so gut geht. Ja, die Teuerung, die trifft ja derzeit alle, eben auch die jüdische Gemeinde, wie Sie sagen, aber warum die denn besonders? Ja, nicht besonders. Wir sind ein Teil der österreichischen Gesellschaft und das ist ein Abbild. Wir sind keine große Gemeinde, wir sind 8000 Leute, aber es ist auch bei uns die Armen, die Leute, die bis jetzt arm waren, denen geht es auch nicht besser und die Mittelschicht oder einige Leute, viele Leute der Mittelschicht, denen geht es auch schlechter. Also sehe ich die Kultusgemeinde da mitzuhelfen, dass es den Leuten halbwegs gut gehen soll. Und wie können Sie das konkret tun? Wir haben das bereits im Jahr 2022 begonnen, zwei Beispiele. Wir haben am Schulbeginn eine Schulaktion gemacht, wo wir Leuten oder Kindern, deren Eltern sich ein Schulstartpaket, Kugelscheiber oder was man alles braucht, nicht leisten kann, haben wir unterstützt, haben wir Geld gegeben, haben wir Gutscheine verteilt. Wir haben zu Chanukka, den Mindestpensionisten der Kultusgemeinde, 100 Euro gegeben pro Person. Und Ähnliches planen wir auch im Jahre 2023. Das klingt sehr gut. Etwas, das uns alle auch betrifft, ist natürlich auch der Krieg in der Ukraine. Viele Menschen flüchten von dort zu uns. Und Ihre Gemeinde, die jüdische Gemeinde, hat 1000 Flüchtlinge bei sich aufgenommen. Einige sind auch Mitglieder geworden. Was geschieht denn jetzt mit denen? Das entscheiden sie selber. Man muss sich vorstellen, in erster Linie sind hier Frau, Mütter mit ihren Kindern. Und viele von ihnen haben ihre Ehegatten, ihre Väter noch in der Ukraine. Viele von ihnen wissen nicht, ob ihre Wohnungen, die sie haben, nicht zerbombt wurden usw. Und das müssen die entscheiden. Können und wollen die zurück in die Ukraine. Oder wie schon immerhin 200 Leute haben bereits die Mitgliedschaft in der Kultusgemeinde erhalten. Wollen die anderen hierbleiben. Mich würde es sehr freuen. Das heißt, es ist noch nicht sicher. Einige wollen sicher hierbleiben und andere möglicherweise, wenn sich die Lage verändert, wieder zurück in ihre Heimat. Ja, ich glaube, dass die das selber nicht wissen. Ich kann das auch wirklich nicht einschätzen. Ich kann auch nicht einschätzen, wenn Putin weiter bombardiert und nicht weitere jüdische und nicht jüdische Flüchtlinge, da will man ja keinen Unterschied machen, nach Europa kommen werden. Also, das Ganze ist ja noch nicht gegessen. Das ist ja alles noch, und das alle 600 Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt. Das ist leider noch nicht zu Ende. Leider noch nicht zu Ende. Immer wieder, und das ist auch nicht sehr schön, gibt es bei uns in Österreich Antisemitismusvorfälle. Jetzt meine Frage an Sie. Wie haben Sie schon Daten diesbezüglich, wie es im vergangenen Jahr ausgeschaut hat, ob das mehr geworden sind oder doch vielleicht weniger? Nein, das Antisemitismus steigt überall. In Österreich, in ganz Europa und eigentlich in der ganzen Welt. Wir haben Daten für das erste Halbjahr 2022. Da ist der Antisemitismus ein bisschen untergegangen. Da sind weniger Vorfälle uns gemeldet worden. Wie das im gesamten Jahr ist, weiß ich nicht. Aber wichtig ist, dass man hier in Österreich, aber überall versteht, dass Antisemitismus ein No-Go ist. Und dass es nur möglich ist, dieses Krebsgeschwür von Antisemitismus zu bekämpfen, indem nicht nur die Politik, sondern die gesamte Zivilgesellschaft, Juden, Nichtjuden, alle dagegen aufstehen und Zivilcourage zeigen. Und wenn zum Beispiel in der Straßenbahn jemand sich antisemitisch äußert, würde es mich sehr freuen, und das wäre eben so, ich sage Zivilcourage, freuen, wenn einer dagegen aufsteht und sagt, nein, das ist in Österreich verbirgt. Und in diese Richtung müssen wir alle arbeiten. Also interpretiere ich Sie richtig, nicht wegschauen, sondern hinschauen und etwas tun dagegen. Genauso ist es. Und dann können wir den Antisemitismus einschränken. Besiegen werden wir ihn lieben. Es ist Freitag und das bedeutet hier in ORF 3 aktuell, dass der Politologe Peter Filzmeier das politische Geschehen der Woche für uns einordnet. Und diesmal geht es um die Regierungsklausur, die Wahl in Niederösterreich und das Parlament. Schönen guten Tag, Herr Professor Filzmeier. Schön, dass Sie wieder hier bei mir im Studio sind. Einen schönen Freitagmittag. Es ist schön, wieder hier zu sein nach der Weihnachtspause. Die Regierung hat sich diese Woche zur Klausur getroffen. Es ging darum, ein Zeichen zu setzen. Wir können und wollen noch etwas gemeinsam erreichen in dieser Legislaturperiode. Ist es gelungen, dieses Signal zu senden? Es war das strategische Ziel, bei der Kommunikation der Regierungsklausur zu signalisieren, wir sind geschlossen und wir arbeiten auch zusammen bis zum plangemäßen Wahltermin im Herbst 2024. Also es wird keine vorgezogenen Neuwahlen geben. Wenn das das Ziel war, ist die klar auf der Hand liegende Folgefrage, was ist die Zielgruppe? Und das waren natürlich nicht Anhänger anderer Parteien. Diese zu überzeugen wäre vergebliche Liebesmüge gewesen. Es waren auch nicht Medien und Journalisten, denn die wissen, dass Regierungsklausuren auch eine kommunikative Inszenierung sind, sondern es ging an die eigenen Reihen, diese Botschaft. Das beginnt auf der Ministerebene, denn auch da muss klar sein, das sind auch noch meine Arbeitspartner für die nächsten eineinhalb oder ein Dreivierteljahre. Das waren aber auch Länder und Teilorganisationen, die nicht ausschauen sollen, weder bei der ÖVP noch bei den Grünen. Und das waren vor allem viele kleinere Funktionärinnen und Funktionäre auf der dritten, vierten, fünften Ebene. Hier ist es gelungen, diese Botschaft auszusenden der Geschlossenheit. Allerdings hat dieser Erfolg des Gelingens ein Zeitablaufdatum. Denn ÖVP und Grüne liegen derzeit bei Umfragen in Summe bei 30 Prozent, also jenseit jedweder Mehrheitschance. Und selbst wenn sie sich verbessern bis zum Wahltag, was gut möglich ist, dann ist man immer noch nicht beim Bereich 50 Prozent plus. Und da ist es dann nur eine Frage der Zeit, bis die eine oder andere Regierungspartei ausschert und sich nach Alternativen umsieht. Kurz noch zu den Inhalten, da ging es einerseits auf die Zukunft gerichtet um das Klimaschutzgesetz. Da sind die Vorstellungen der Grünen viel weitreichender als jene der ÖVP. Und da geht nicht so viel aktuell weiter. Das zweite war das Antikorruptionsgesetz, wo man tatsächlich etwas Neues erreicht hat, auch Verschärfungen eingeführt hat. Nur darf die Regierung nicht erwarten, dass sie dafür bejubelt wird. Denn das ist doch eine Selbstverständlichkeit, dass sie nicht sparen können und 100.000 Euro dann zusammenkratzen, um sich ein Mandat zu kaufen. Ja, da sollte klar sein, dass es unter Strafe steht. Und da muss man sich fragen, warum kommt man da erst jetzt drauf. Und doch muss man sagen, die Regierung scheint ambitioniert zu sein, aber oft gelingt es ihr nicht so ganz, das zu vermitteln. Diese Woche war ja auch Bundeskanzler Karl Nehammer zu Gast in der Zeit im Bild 2 bei Martin Thür. Welchen Eindruck hat dieser Auftritt vermittelt? Das Interview von Martin Thür mit Bundeskanzler Nehammer hat in sozialen Medien einige Aufregung verursacht, wobei der jeweilige politische Standpunkt sehr offensichtlich die Perspektive bestimmt hat. Wer Bundeskanzler Nehammer als Politiker schon immer, früher als Innenminister nicht mochte, ablehnte, scharf kritisierte, der fand auch seinen Auftritt in der Zeit im Bild 2 ganz furchtbar. Vor allem, weil er zu emotional gewesen wäre, weil er den Interviewer persönlich offensiv angegriffen hat und weil er wenig Neues gesagt hat, sondern eher bisherige Regierungsarbeit gelobt hat. Umgekehrt, diejenigen, die ÖVP-Anhänger sind und oder Martin Thür und den ORF vielleicht nicht mögen, die fanden ihn sehr gut und die fanden die Fragestellungen viel zu kritisch und unbotmäßig. Als Analytiker sehe ich das viel gelassener. Das war das typische Schema eines konfrontativen Interviews, wo Interviewer, der vor allem auf die Zukunft gerichtet Fragen stellen wollte, in seiner Rolle war. Und der Kanzler, der eine positive Bilanz auch von allem bisher ziehen wollte, in einer anderen Rolle. Das Spannende war nur, was richtig war, dass der Bundeskanzler Nehammer tatsächlich persönlich den Interviewer kritisiert hat. Und das war ein Wechsel in eine Opferrolle der ÖVP und von sich selbst. Die bösen Medien würden ja für ein Negativ-Image verantwortlich sein und Dinge falsch oder verzerrt darstellen, kennen wir eigentlich eher von der Freiheitlichen Partei. Ich stelle mich ganz rechts zur rechten Wand und auf dieser Seite kann dann niemand mehr neben mir stehen. Und alles, was auf der anderen Seite steht, sind dann die bösen Linken. Kennen wir von der ÖVP so nicht, denn erstens will sie sich ja selbst als Mitte-Partei auch verstehen. Und zweitens, wenn man selbst wegen Medienkorruption im Gespräch ist, dann nur auf die Medien zu schimpfen, ist auch eine neue Strategie. Manche haben den Kanzler in diesem Gespräch jedenfalls als angespannt wahrgenommen. Und vielleicht ist das ja der Fall, weil der Wahlkampf in Niederösterreich jetzt wirklich offiziell begonnen hat. Da steht für die ÖVP einiges auf dem Spiel, dass sich die Absolute noch einmal ausgeht. Das glauben mittlerweile nur noch wenige. Wenn das so wäre, wer würde dafür verantwortlich gemacht werden? Natürlich gibt es den menschlichen Faktor und der steht auch Bundeskanzlern zu. Und in der Tat ist die ÖVP und damit auch der ÖVP-Bundesparteichef Karl Nehammer angespannt vor der Niederösterreich-Wahl. Denn in Niederösterreich gibt es rund 1,3 Millionen Wahlberechtigte, obwohl die Zweitwohnsitzer diesmal gar nicht dabei sind. Das ist in etwa ein Fünftel aller österreichischen Wahlberechtigten. Also keine Partei und insbesondere nicht die Kanzlerpartei ÖVP kann eine bundespolitische zumindest Signal- und Symbolwirkung leugnen. Und da nach allen Umfragen, die bisher öffentlich zugänglich sind, die ÖVP, also konkret die Niederösterreichische Volkspartei, die absolute Mehrheit im Mandaten eher nicht halten wird können, steigt natürlich der Druck auf den Kanzler. Jede Wette natürlich, dass in allen Bundesparteizentralen schon jetzt die Kommunikation vorbereitet wird für den Wahlabend. Da wird man bei der ÖVP natürlich auch betonen, das wäre eine Landeswahl. Nur die unterschiedlichen Rahmenbedingungen, sollte diesmal das Ergebnis schlechter sein, liegen ja auf der Hand. Bei der letzten Wahl 2018 hat kurz davor Sebastian Kurz, nämlich die Nationalratswahl klar gewonnen, die ÖVP auf weit über 30 Prozent geführt im Bund. Jetzt kratzt man an der 20-Prozent-Marke entlang, dass hier die Niederösterreichische Volkspartei mehr Probleme als Vorteile von der Bundespartei hat derzeit. Das liegt auf der Hand und das war beim letzten Mal anders. Also eine Mitschuld an den Verlusten der Bundespartei ist sicher gegeben. Gut, die absolute wird es wohl nicht mehr werden, aber trotzdem ist die ÖVP Niederösterreich mit Abstand die stärkste Kraft. Haben denn die anderen Parteien bei dieser Wahl überhaupt wirklich etwas zu gewinnen? Nun, nicht Wählerstimmen und Mandate, aber auch etwas gibt es zu gewinnen, was unterschätzt wird immer noch in der öffentlichen Debatte, nämlich Landesräte. Und da geht es um eine andere absolute Mehrheit für die ÖVP und diese zu brechen wäre der wirkliche Erfolg aller anderen Parteien. In Niederösterreich gibt es, wie sonst nur noch in Oberösterreich, das sogenannte Proportsystem. Hat nichts mit Postenschacher zu tun, sondern in der Landesverfassung ist festgeschrieben, ab einem bestimmten Stimmenanteil bekommt eine Partei automatisch Regierungssitze zugesprochen. Man braucht für einen Landesrat oder eine Landesrätin mindestens so knapp 10 Prozent der Stimmen. Insgesamt gibt es neun Regierungsmitglieder, Landeshauptfrau schon eingerechnet und derzeit stellt die ÖVP sechs von diesen neun, hat also eine Zweidrittelmehrheit. Wenn sie einen Landesratsposten nur verlieren sollte, hat sie mit fünf von neun immer noch die absolute Mehrheit. Das heißt, was es für die anderen Parteien zu gewinnen gäbe, wäre die ÖVP auf vier Regierungsmitglieder zu drücken, denn dann kann sie dort nicht mehr mit Regierungsbeschlüssen das Land regieren. Das geschieht viel mehr als mit Beschlüssen im Landtag. So viele Gesetze gibt es da in einem Jahr nicht, die im Landtag beschlossen werden. Und das ist vor allem die große Frage für Grüne und NEOS. Die liegen in Umfragen bei sechs, sieben Prozent derzeit und das würde nicht genug sein, um auch Landesratsposten zu bekommen. Wenn sie also das eine oder andere Prozentpünktchen nur dazu gewinnen, freut sich vielleicht der eine oder andere Abgeordnete dieser genannten Parteien, dass man tatsächlich jetzt da im Landtag sitzt, aber der wirklich große Preis für die kleineren Parteien wäre ein Regierungssitz mehr. Die FPÖ hat den wahrscheinlich, den wird sie zulegen, aber auch nur, wenn die ÖVP unter diese absolute Mehrheitsgrenze kommt, ist es wirklich was wert. Kommen wir jetzt zum Schluss zurück nach Wien. Das Hohe Haus am Ring ist gestern wieder eröffnet worden. Das Parlament gilt ja als Zentrum der Demokratie und des politischen Diskurses. Aber welchen Stellenwert hat es eigentlich, wenn die Abgeordneten der Regierungsparteien eigentlich fast immer die Parteilinie mittragen und Regierungsbeschlüsse umsetzen? Sie haben genau das Problem beschrieben und dieses Problem ist unabhängig davon bestehend, ob man in Ausweichquartieren und Containern der Umgebung der Wiener Ringstraße gehaust und getagt und gearbeitet hat, wie in den letzten fünf Jahren oder ob man jetzt, wie seit 130 Jahren, wieder im Stammhaus auf der Wiener Ringstraße direkt ist. Das Dilemma ist, das Parlament beschließt laut Verfassung die Gesetze. Formal tut es das auch, aber die politische Entscheidung, welches Gesetz beschlossen wird, fällt fast nie im Parlament. Im historischen Verlauf, große Mehrheit der Gesetze geht auf sogenannte Regierungsvorlagen zurück. Das heißt, die Koalitionspartner vereinbaren etwas, beauftragen dann eine Abteilung, ein Ministerium, einen Gesetzesentwurf zu schreiben. Dieser wird im Ministerrat beschlossen und dem Parlament übermittelt und allzu oft nur durchgewinkt. Oder Gesetze kommen im vorparlamentarischen Raum so zustande, dass die Bundesregierung mit den Sozialpartnern, also Kammern und Gewerkschaften oder auch den Bundesländern und deren Wünschen einen Deal schließt. Und wiederum ist das Parlament dann nur die Durchwinkstation. Das hat Gründe, dass die Abgeordneten hier wenig emanzipatorisch sind, denn sie sind natürlich, wie Sie gesagt haben, auf Parteilinie. Man muss das auch sein, denn die einzige Möglichkeit, in den Nationalrat zu kommen, ist ja, dass ich bei einer Wahl auf der Parteiliste stehe. Wenn ich das nicht tue, kann ich der beliebteste Politiker auf der ganzen Welt und zumindest in Österreich sein. Ich werde nicht im Nationalrat sein. Und auch nachher bei der laufenden Arbeit hat man als einzelner Abgeordneter ein kleines Budget für vielleicht einen Mitarbeiter, zwei Halbtagsmitarbeiter, MitarbeiterInnen, die ich mir mit anderen Abgeordneten teile. Die müssen aber dann von der Reise über die Büroorganisation bis zur Pressearbeit alles machen. Und die sollen dann noch Gesetze schreiben. Das funktioniert nicht. Wo es Ressourcen gibt, das ist in den Clubs der politischen Parteien im Parlament. Dann sind die Abgeordneten aber wieder abhängig. Es müssen sich also die Parlamentsabgeordneten von der nicht ganz unberechtigten Vorstellung lösen, dass sie nur Erfüllungsgehilfen der Regierung sind, zumindest bei den Regierungsparteien. Spannend können sie mitunter aber schon sein, die Debatten im Hohen Haus. Wir hoffen auch, dass das Interesse am Parlamentarismus hoch bleibt. Denn ORF3 wird zum Parlamentssender und wir übertragen künftig live und exklusiv alle wichtigen Nationalrats- und Bundesratssitzungen. Vielen Dank für den Besuch im Studio, Peter Filsmeier. Wenn das kein Grund ist, dass sich die Parlamentarier mehr bemühen, dann weiß ich nicht, was ein Grund sein sollte. Ich bedanke mich auch. Das sehen wir auch so. Vielen Dank. Und vor wenigen Minuten ist die Meldung gekommen, dass Finanzminister Magnus Brunner von der ÖVP nach einem Unfall im Krankenhaus liegt. Brunner sei gestern Abend mit dem E-Scooter gestürzt, sein Zustand sei aber stabil. Das hat sein Büro der Austria-Presseagentur mitgeteilt. Und wir machen jetzt einen Blick ins Ausland. Wir kommen jetzt in die Ukraine zu einem Bericht unseres Korrespondenten Christian Wehrschütz. Er hat die Tochterfirma eines österreichischen Herstellers von Kornspitzen in der Ukraine besucht und sich angesehen, wie es der Firma in Kriegszeiten geht und wie die russischen Angriffe sich auf die Produktion ausgewirkt haben. Es waren die ersten Kriegsweihnachten, die die Ukraine seit Ende des Zweiten Weltkrieges vor mehr als 70 Jahren erleben musste. Gefeiert wurden sie im Jänner, denn auch die Ukraine ist ein überwiegend orthodoxes Land. An Festtagen steigt in der Regel der Konsum von Brot und Gepäck, zu Ostern genauso wie zu Weihnachten. Zu den Herstellern von Backmischungen zählt diese Tochter einer Firma aus Oberösterreich, die seit mehr als 15 Jahren in der Ukraine besteht. Zum Sortiment zählen Stollen und natürlich der Kornspitz, der in der Ukraine mit 25 Cent deutlich billiger ist als in Österreich. Die Backmischung für den Kornspitz kaufen wir in Österreich. Was das Roggenbrot betrifft, so kaufen wir die Germ in Österreich. Auch zum Unterschied von Österreich machen wir hier ein Halbfabrikat, weil das deutlich die Vorbereitungszeit für das Brot verkürzt und den technischen Aufwand vereinfacht. Gerade jetzt, wenn der Strom oft fehlt, wo viele Menschen ausgereist sind und Fachkräfte fehlen, erleichtert das deutlich die Herstellung in den Bäckereien und Betrieben. Dank eines eigenen Generators läuft die Produktion weitgehend stabil, doch die Kosten sind dadurch höher. Teurer wurden auch Transport und Rohstoffe. Versucht wird, mehrere Lieferanten zu beschäftigen und längerfristig einzukaufen. Trotzdem musste die Firma die Preise für ihre Produkte anheben. Immer wenn es eine Krise gibt oder als der Krieg im Jahre 2014 begann, geht die Produktion des Premium-Sortiments zurück. Die Kunden greifen zu mittleren oder niedrigeren Angeboten. Das sind die einfacheren Brotsorten wie Weißbrot oder Mischbrot. Teurere Sorten treten in den Hintergrund. Krieg und russische Besatzung hinterlassen noch weitere Spuren. Was die Produktion für die Ukraine betrifft, so ist die Erzeugung um 20 Prozent geringer. Außerdem haben wir vor dem Krieg Teile unserer Produkte exportiert, und zwar nach Weißrussland, Polen und auch die Slowakei. Weißrussland ist jetzt als Markt ausgeschlossen, während Polen sehr schwierig ist, weil die Schlangen an der Grenze groß sind und es Probleme mit dem Transport gibt. Daher exportieren wir nun nicht dorthin. Auch das beeinflusste unsere Produktion um ein Minus von 10 bis 15 Prozent. Trotz allem glaubt die Direktorin an die Zukunft der Ukraine und des Marktes. Und auch die 30 Mitarbeiter haben dem Betrieb in sehr schwieriger Zeit die Treue gehalten. Im Ukraine-Krieg zeigt sich wieder, wie sehr Russland mittlerweile zu einem diktatorischen Willkürstaat geworden ist. Rekrutierung von Soldaten und die Freilassung aus dem Gefängnis wird privater Gewalt überlassen. Ausgeübt von der berüchtigten Söldnertruppe Wagner, die in den Krieg gegen die Ukraine mitmischt. Geführt wird sie von einem Putin-Vertrauten, der die Macht über Leben und Tod von Menschen bekommen hat, ohne sich dabei an die Gesetze halten zu müssen. Soledar ist heiß umkämpft, auch bezüglich Propaganda. Ukrainische Soldaten halten die Stadt angeblich weiterhin unter Kontrolle. Die Wagner-Gruppe brüstet sich jedoch, damit sie eingenommen zu haben. Dieses Foto ihres Gründers Yevgenin Prigoshin inmitten seiner Männer in der lokalen Salzmine und seine Botschaften sollen als Beweise dienen. Prigoshin, früher als Putins Koch bekannt, ist nun Oberbefehlshaber von geschätzten 50.000 Söldnern. Er gilt als äußerst brutal. Dieser Töre soll er grauenvoll hinrichten lassen und auch seine Rekrutierungsmethoden in Gefängnissen sind umstritten. Das ist eine wirklich mächtige Armee, die zu einem guten Teil aus verurteilten Straftätern besteht. Sie unterliegt keinen Gesetzen und handelt rein nach Absprache zwischen Putin und Prigoshin. Prigoshin verteidigt und lobt die ehemaligen Gefangenen an der Front. Sie haben Russland beschützt. Sie verdienen von der Gesellschaft daher den höchsten Respekt. Viele davon werden nach ihren Einsätzen auch tatsächlich begnadigt. Prigoshin strebt offenbar ein hohes Amt im Kreml an. Mit mutmaßlichen Erfolgen wie im Solidar versucht er sich dafür zu qualifizieren. Doch bei der russischen Armee macht er sich damit keine Freunde. Im Ukraine-Krieg zeigt sich wieder, wie sehr Russland mittlerweile zu einem diktatorischen Willkürstaat geworden ist. Rekrutierung von Soldaten und die Freilassung aus dem Gefängnis wird privater Gewalt überlassen. Ausgeübt von der berüchtigten Söldnertruppe Wagner, die in den Krieg gegen die Ukraine mitmischt. Geführt wird sie von einem Putin-Vertrauten, der die Macht über Leben und Tod von Menschen bekommen hat, ohne sich dabei an die Gesetze halten zu müssen. Solidar ist heiß umkämpft, auch bezüglich Propaganda. Ukrainische Soldaten halten die Stadt angeblich weiterhin unter Kontrolle. Die Wagner-Gruppe brüstet sich jedoch, damit sie eingenommen zu haben. Dieses Foto ihres Gründers Yevgenin Prigoshin inmitten seiner Männer in der lokalen Salzmine und seine Botschaften sollen als Beweise dienen. Prigoshin, früher als Putins Koch bekannt, ist nun Oberbefehlshaber von geschätzten 50.000 Söldnern. Er gilt als äußerst brutal. Dieser Töre soll er grauenvoll hinrichten lassen und auch seine Rekrutierungsmethoden in Gefängnissen sind umstritten. Das ist eine wirklich mächtige Armee, die zu einem guten Teil aus verurteilten Straftätern besteht. Sie unterliegt keinen Gesetzen und handelt rein nach Absprache zwischen Putin und Prigoshin. Prigoshin verteidigt und lobt die ehemaligen Gefangenen an der Front. Sie haben Russland beschützt. Sie verdienen von der Gesellschaft daher den höchsten Respekt. Viele davon werden nach ihren Einsätzen auch tatsächlich begnadigt. Prigoshin strebt offenbar ein hohes Amt im Kreml an. Mit mutmaßlichen Erfolgen wie im Solidar versucht er sich dafür zu qualifizieren. Doch bei der russischen Armee macht er sich damit keine Freunde. Über die Einsatzgruppe der sogenannten Wagner-Sölder hat meine Kollegin Elisabeth Vogel heute Vormittag mit dem Politikwissenschaftler Andreas Heinemann-Grüder gesprochen. Zu Beginn hat sie ihn gefragt, ob die ostukrainische Stadt Solidar von russischen Söldnern jetzt erobert wurde oder nicht. Kiew bestreitet das nämlich. Die Wagner-Gruppe soll kompensieren für die Verluste, die Russland seit August letzten Jahres erlitten hat. Wir treten hier in eine neue Phase des Kriegsgeschehens, nämlich dass anstelle des Einsatzes von Distanzwaffen, mit denen also die Infrastruktur der Ukraine angegriffen worden ist, es jetzt um Häuserkämpfe geht. Das heißt um den Kampf um Städte wie Barmut und Solidar. Und die Verantwortung darüber wird jetzt an diese paramilitärische private Söldnerarmee Wagner übergeben. Wer sind denn diese Wagner-Söldner überhaupt? Die Wagner-Söldner sind zum Teil ältere Kämpfer, die schon an den beiden Tschetschenienkriegen teilgenommen haben. Die Gruppe ist entstanden 2014, als es um den Separatismus im Donbass in der Ukraine ging. Sie sind eine von den vielen, sagen wir mal, irregulären bewaffneten Gruppen, die Russland geschaffen hat, um diesen Separatismus zu fordern. Sie haben dann später in Syrien gekämpft, auch in Libyen, in Mali jetzt in der Zentralafrikanischen Republik. Das sind ehemalige Spezialkräfte, Luftlandetruppen vom Militärgeheimdienst, dem russischen GRU. Aber jetzt eben auch seit Sommer letzten Jahres rekrutierte Strafgefangene, die sozusagen im Gegenzug dafür, dass sie kämpfen, Strafnachlass bekommen oder nicht mehr in den Straflagern sein müssen. Und für welches Ziel kämpfen diese Soldaten? Wagner ist von Anfang an eine kommerzielle Militärfirma gewesen, die vor allen Dingen die Profitinteressen von dem Unternehmer Prigorschen bedienen soll. Insofern ist Plündern, Ausbeuten von Bodenschätzen immer Teil der Kampflogik von Wagner gewesen, auch in Syrien, in Afrika. Und so jetzt auch in Solidar, wo sie eine der Salzminen unter Kontrolle bekommen wollen. Sie sind bestimmt auch nationalpatriotisch eingestellt. Der Kommandeur Utkin ist bekennender Nazi, hat auch entsprechende Runen eintätowiert auf seinem Körper. Also zumindest ein Teil der Wagner-Gruppe ist eigentlich eher Anhänger der Nazi-Ideologie, die sie ja vermeintlich auf der ukrainischen Seite bekämpfen sollen. Das ist paradox. Und um welches weitere Ziel geht es Ihnen da? Es kann ja wohl nicht nur die Plünderung im Vordergrund stehen, oder? Es geht letztlich darum, den Einfluss dieser Gruppe auch im politischen System Russlands zu stärken. Das heißt, auch mehr Einfluss auf die Politik des Nationalen Sicherheitsrates zu bekommen, vielleicht auch mehr Aufträge noch zu bekommen. Es ist so eine Vermischung aus politischen, militärischen und wirtschaftlichen Interessen. Manche sagen Prigorschen, dem Eigentümer von Wagner auch nach, dass er politische Ambitionen hat. Das halte ich für eher unwahrscheinlich, dass er die durchsetzen kann. Aber es ist Ausdruck dessen, dass eine Art von Parallelstaat entstanden ist. Also ein Doppelstaat. Es gibt sozusagen die regulären Sicherheitsorgane und dann gibt es irreguläre. Und deren Einfluss nimmt im russischen politischen System zu. Sie sind Ausdruck einer Radikalisierung. Und sie sind Ausdruck dessen, dass Putin quasi Gefangener seiner deklarierten Ziele ist. Und mit der Gruppe Wagner jetzt seine ursprünglichen Ziele doch noch erreichen will. Weil Sie jetzt Putin ansprechen, in welcher Verbindung stehen denn die Söldner mit der russischen Spitze? Auf der einen Seite sind sie abhängig von der Logistik, von den nachrichtendienstlichen Erkenntnissen, von der Bewaffnung, von der Bereitstellung von Munitionen. Das heißt, all das ist nicht selber generiert, sondern das wird vom russischen Generalstab, von der russischen Armee bereitgestellt. Insofern sind sie einerseits Durchführungsorgan, auf der anderen Seite sind sie auch Konkurrent. Weswegen also auch das Militär immer wieder sozusagen die Eingemächtigkeiten der Gruppe Wagner kritisiert hat, auch schon in Syrien, weil sie dann auch die Siege sich selbst zuschreiben und das dem Prestige der Armee schadet. Also es ist kein spannungsfreies Verhältnis, sondern zum Teil eben auch Konkurrenz. Weil Sie jetzt auch die Waffen angesprochen haben, immer mehr westliche Staaten wollen ja jetzt schweres Kriegsgerät in die Ukraine liefern. Welchen Einfluss kann das denn auf den weiteren Kriegsverlauf haben? Ja, also die schweren Waffen sind natürlich dazu da, den Nachschub der russischen Seite zu treffen. Sie sollen auch dazu dienen, mal die Lufteingriffe oder den Schutz vor den Lufteingriffen der Russen zu stärken, vor allen Dingen aber auch die russische Logistik im Hinterland treffen zu können. Die schweren Waffen werden für diesen Häuserkampf eine sehr geringe Bedeutung haben, weil da werden eher Handfeuerwaffen zum Einsatz kommen, gepanzerte Transportfahrzeuge, vielleicht auch Hubschrauber. Aber der Städtekampf unterscheidet sich von diesen schweren Waffen, mit denen man die Russen sozusagen in ihrem Nachschub und in ihrer Luftangriffsfähigkeit treffen will. Aber wie gefährlich können denn etwa diese Panzer- und Waffenlieferungen sein für eine mögliche weitere Eskalation des Ukraine-Kriegs in Richtung eines Kriegs der NATO gegen Russland? Dieses Argument wird schon seit geraumer Zeit vorgetragen. Letztlich geht es darum, die Ukrainer zu ertüchtigen, zu ermächtigen, so viel wie möglich von dem eroberten Gebiet zurückzubekommen, um sie in eine Verhandlungsposition zu bringen, bei der sie nicht kapitulieren muss. Also insofern sind die schweren Waffen eigentlich auch eine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, nämlich um Russland in eine Ecke zu drängen, wo sie letztlich auch politische Kompromisse machen müssen. Insofern, die Gefahr einer Eskalation hin zu einem Atomkrieg halte ich mittlerweile für gering, auch wenn Putin mehrfach mit dem Atomkrieg und Eskalation diesbezüglich gedroht hat. Aber ich glaube, die sind sich angesichts der Stärke der Ukraine auch bewusst, was die Kosten einer Eskalation mit der NATO wären, der werden sie aus dem Wege gehen. Heute empfängt Bundespräsident Alexander Van der Bellen seinen Amtskollegen aus der Schweiz, Alain Berset. Während dieses Besuchs in Wien wird Berset auch mit Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Gesundheitsminister Johannes Rauch sprechen. Vorher aber haben die beiden Präsidenten eine gemeinsame Pressekonferenz gegeben und Ausschnitte daraus wollen wir Ihnen jetzt zeigen. Die Schweiz hat eine interessante zweijährige Periode vor sich, nämlich als Mitglied des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. Österreich, wenn alles gut geht mit den Abstimmungen, wird es einige Jahre später tun. Wir sind sehr dankbar, dass im Rahmen eines Diplomaten-Austauschs auch Österreich an ihren Erfahrungen im Sicherheitsrat direkt partizipieren kann. Kurz noch die Schweiz und die Europäische Union. Die Fragen in diesem Zusammenhang begleiten uns jetzt seit mindestens zehn Jahren. Sie wissen nämlich an, dass das sogenannte institutionelle Rahmenabkommen vorläufig nicht mehr zur Verhandlung steht. Das ändert aber nichts daran, dass die Schweiz in verschiedener Hinsicht die Europäische Union braucht und die Europäische Union die Schweiz braucht. Das gilt für verschiedene Gebiete. Für mich persönlich gilt das ganz besonders im Forschungsbereich, in der Kooperation, in der Forschung. Ich finde es persönlich unerträglich, dass die Schweiz mit den besten Universitäten der Welt, muss man schon sagen, mit der EPFL in Lausanne oder der ETH in Zürich oder der Universität Zürich, von Horizon Europe, von dem Forschungsprogramm der Europäischen Union derzeit ausgeschlossen ist. Nicht ausgeschlossen, aber doch, habe ich in Erinnerung, letztes Jahr, ich erzähle das hier, weil das ein interessantes Schlaglicht auf die Situation wirft, Die Schweizer Universitäten haben rund 20 Forschungsprogramme, meiner Erinnerung nach, genehmigt bekommen. Und als es zur Auszahlung kam, hat Brüssel die Auszahlung verweigert, weil die Schweiz ist ein Drittstaat und nicht mehr im Forschungsverbund der Europäischen Union. In dieser Situation hat Bern die Auszahlung übernommen, aber das kann ja kein Dauerzustand sein. Wir brauchen diese Universitäten, das sind auch zwar Schweizer Universitäten, aber das Personal, das dort forscht, ist natürlich international. Es werden auch jede Menge Österreicher und Österreicherinnen dabei sein. Es geht da nicht um Schweizer, um eine rein Schweizer Angelegenheit, das geht uns alle an. Also, wir werden, Österreich wird alles tun, um auch auf dieser Ebene das Verhältnis zwischen der Union und der Schweiz zu verbessern, in normale Bahnen zu legen. Es liegt in unserem beiderseitigen Interesse. Ich möchte das noch einmal betonen. Lieber Herr Percé, lieber Herr Bundespräsident, the floor is yours. Ja, sehr geehrter Herr Bundespräsident, lieber Herr van der Bellen, ist heute mir sehr, heute hier in Wien zu sein. Vielen Dank für diesen sehr warmen Empfang hier in Wien, eine große Freude. Das ist auch eine große Tradition für die Schweiz, diese Tradition des Erstbesuchs. Die haben wir immer festgehalten. Und das ist übrigens auch während der Pandemie der Fall gewesen. Und wir danken auch sehr, sehr dafür. Und es ist einfach ein Ausdruck dafür, dass wir haben zwei Länder, die eine sehr enge Verbundenheit haben. Wir haben auch sehr starke Partnerschaften entwickelt, strategisch, diese strategische Partnerschaft, die wir vor zwei Jahren vereinbart haben. Und seitdem hat sich diese Dynamik noch weiterentwickelt. Sie hat noch zugelegt. Und vielen Dank, Herr Bundespräsident, dafür. Und auch Gratulation zur Wahl. Wir haben etwas Gemeinsames. Wir sind für das zweite Mal Bundespräsident. Bei mir dauert es aber nur ein Jahr. Schon bald am Ende. Das ist eine andere Situation. Und ich glaube, dass diese enge Verbundenheit und diese Freude, auch hier zu sein und uns wieder mal zu treffen, hat es nicht nur mit Respekt zu tun. Aber wir mögen uns. Ja, stimmt. Österreich und der Schweiz. Wir mögen uns. Und wir haben da sehr, sehr, sehr gute und sehr tiefe, sehr vertiefe Kontakte immer wieder gehabt. Wir sind, meine Damen und Herren, in einer Situation, die nicht zu vergleichen ist, mit was wir erlebt haben vor fünf Jahren. In der Zwischenzeit, es gab die Covid-Pandemie. Es war die schlimmste, die stärkste Gesundheitskrise seit 100 Jahren. Auch eine Probe für unsere Institutionen, für unsere Demokratien. Es gab den Anfang der Krieg in Ukraine. Es gibt auch die Fragen mit Migrationsfragen, Energiefragen. Ich weiß, die Steuerung ist auch in Österreich wie in der Schweiz ein großes Thema. Und in diesem Kontext ist es besonders wichtig, dass wir mit oder im Rahmen unserer Institutionen weiterarbeiten, dass wir alles tun, um eine gewisse Stabilität zu erzielen, dass wir auch Zukunftsperspektiven geben können für unsere Bevölkerung, aber auch, dass wir, wo wir es können, in unsere Tätigkeiten helfen können, Wege zu finden, auch auf die multilaterale Ebene, aber auch bilateral, nicht nur unter uns, aber auch, wir haben eine Rolle zu spielen auf dem Kontinent. Sowohl Österreich als die Schweiz haben Sie die Neutralität, die uns mal verbindet, auch erwähnt. Und ich glaube, es ist besonders wichtig, dass wir das auch im Auge haben, in diesen sehr getrübten Zeiten, sehr unstabilen Zeiten. Und in diesem Kontext ist es besonders gut, dass wir uns wieder mal mehr persönlich begegnen können. Ich meine, ich habe das auch an Bundespräsident Van Derbeeren vorhin gesagt, ich meine, nach zwei Jahren mit dieser Videokonferenz, ich konnte das nicht mehr, oder? Und wir sind nicht so als Menschen geboren, wir sind nicht als, würde ich sagen, soziale Tiere da, um nur per Video mal miteinander zu diskutieren. Wir brauchen diese Kontakte und noch einmal sehr herzlichen Dank für diesen Empfang. Haben Sie Europa erwähnt? Das ist für uns ein sehr wichtiges Thema. Beziehung zwischen Europa und der Schweiz. Wir hatten auch ein Thema, das wir angesprochen haben. Wir sind der Meinung, dass diese Beziehung ist von zentraler Bedeutung für die Schweiz, aber sie ist sehr wahrscheinlich auch von großer Bedeutung für die Europäische Union selbst. Wir haben sehr viele Partnerschaften zusammen und wir sind ja auch umgekehrt eine wichtige Partnerin für die EU. Und wir teilen auch Werte. Wir haben gemeinsame Werte auf dem Kontinent immer wieder geteilt. Und wir möchten, wir wollen unbedingt diese Partnerschaft weiterentwickeln. Wie Sie es wissen, es laufen im Moment Sondierungen, Gespräche mit der EU. Das funktioniert gut, es geht vorwärts. Und es wird einfach für uns die Herausforderung sein, ein gutes Resultat für beide Seiten zu erzielen. Und dann auch eine stabile Entwicklung in der Schweiz, weil wir wissen schon, dass es wird auch eine große Debatte geben dazu und auch sehr wahrscheinlich eine Volksabstimmung. Aber es geht vorwärts und mit gutem Rhythmus, Tempo und eine gute Richtung. Ganz konkret ist klar auch, Sie haben es auch erwähnt, Herr Bundespräsident, die Schweiz ist auch Teil des europäischen Forschungs- und Innovationsraums. Und dass die Schweiz an Programme wie Horizon oder Erasmus Plus teilnehmen kann, ist für uns von zentraler Bedeutung. Nichts Persönliches, aber auch für unsere Institutionen, für unsere Studentinnen und Studenten, für die Leute, die einfach in dieser Institution arbeiten, weil es geht um die gemeinsame Zukunft des Kontinentes. Wir brauchen eine starke Wissenschaft, wir brauchen eine starke Institution, um nur diesen Beispiel zu erwähnen. Und wenn die Schweiz ausgeschlossen wird, das ist auch für alle, auch für unsere Partner in Europa einfach kontraproduktiv. Und ich stelle erneut, erfreut fest, dass Österreich diese Auffassung teilt. Vielen Dank für diese Worte und ich habe mich auch heute für das entsprechende Engagement bedankt. Vielen Dank für diese Unterstützung, die uns helfen wird in den nächsten Zeiten. Der russische Krieg gegen die Ukraine war auch ein Thema in unserem Gespräch. Wir haben uns auch ausgetauscht über das Engagement und die Position unserer Länder. Wie der Bundespräsident es erwähnt hat, die Schweiz hat auch die Sanktionen mitgetragen. Die Schweiz trägt auch die EU-Sanktionen gegen Russland mit. Und es ist absolut vereinbar mit der Neutralität. Neutralität darf nie Gleichgültigkeit bedeuten. Das ist da selbstverständlich klar. Und in diesem Sinn haben wir auch diese Sanktionen mal mitgetragen. Aber wir haben auch eine besondere Rolle mit der Schweiz, mit das internationale Genf, mit unserem Engagement für Friedenprozesse, für Mediationen. Es gibt auch diese Konferenz in Lugano, die stattgefunden hat im letzten Juli. Ein sehr wichtiger Moment. Und es sind wirklich Elemente, wo wir beitragen können. Mit einem sehr starken Element um Multilateralismus, wenn ich das so erwähnen darf. Der UN-Sicherheitsrat ist schon jetzt seit elf, zwölf Tagen eine Realität für die Schweiz. Wir haben einen Sitz genommen und werden uns engagieren, im Rahmen von was wir können, von was wir wissen, mit unseren Erfahrungen und Fähigkeiten in diesem Rahmen, um auch mit Österreich und mit anderen Ländern zusammenarbeiten zu können. Und auch in diesem Sinn, ich habe es auch erwähnt, Herr Bundespräsident, wir haben gestern noch einen Besuch gemacht bei den multilateralen Wien, sagen wir das so, oder? Bei der OSZE, die auch eine sehr wichtige Organisation ist für die Schweiz. Und haben wir da die Fragen der europäischen Sicherheit auch diskutieren können. Zwei Alpenrepubliken, zwei Präsidenten. Alexander Van der Bellen trifft seinen Schweizer Amtskollegen Alain Berset. Roland Atrowitzer, der ist noch gar nicht so lange im Amt. In der Schweiz dauert die Legislaturperiode eines Bundespräsidenten nur ein Jahr. Warum eigentlich? Das haben sich die Schweizer so gegeben, diese Bestimmung. Das ist in der Schweizer Verfassung. Das spart natürlich Geld. Es wird immer wieder als Vorbild auch hingestellt, etwa in Österreich oder in Deutschland. Aber es hat in jedem Land eine andere Tradition. Die Schweiz hat ja auch nur sieben Minister. Diese sieben Bundesräte, Bundesrätinnen, die über Jahrzehnte nach dieser Standardformel, dieser Schweizer Geheimformel verteilt gewesen ist, aufgeteilt auf die verschiedenen politischen Parteien. Und die Schweizer Volkspartei hat dann diese goldene Formel irgendwann aufgebrochen. Aber es ist in der Schweiz eben Tradition, dass einer der Minister, der Ministerinnen, dann auch immer für ein Jahr den Bundespräsidenten, dann immer das wechselt dann durch. Alain Berset hat gesagt, er ist bereits zum zweiten Mal jetzt an der Reihe. Das heißt, er muss schon länger als sieben Jahre Mitglied der Schweizer Regierung sein. Alexander von der Bellen ist auch zum zweiten Mal, allerdings zum zweiten Mal direkt gewählt. Wir mögen uns, hat er gesagt. Also die Schweiz und Österreich, daran besteht ja auch kein Zweifel. Und die Schweiz und Österreich haben ja sehr viele gemeinsame Interessen von Migration über Neutralität. Das war auch sehr interessant, was er ja da gesagt hat. Der Schweizer Bundespräsident, weil es gibt ja auch in Österreich immer sehr viele Stimmen, politisch und vor allem in den sozialen Medien, dass jetzt diese Sanktionen, die Österreich mitträgt, gegen Russland wegen des brutalen Angriffskriegs in der Ukraine nicht mit der Neutralität vereinbar sein. Das sagt der Schweizer Bundespräsident, dessen Land eine viel längere Tradition in der Neutralität hat als Österreich und auch eine viel wehrhaftere Neutralität. Er sagt, Neutralität ist nie Gleichgültigkeit und daher sind die Sanktionen sehr wohl damit vereinbar. Eine sehr interessante Aussage der Schweizer Bundespräsidenten. Vieles von dem, was du gerade über das politische System in der Schweiz erzählt hast, klingt für österreichische Ohren ein bisschen ungewöhnlich, aber es gibt eben auch Parallelen. Das ist eine sehr starke direkte Demokratie, die viel, viel stärker ausgeprägt ist als in Österreich. Es muss ja praktisch fast jedes Thema einer Volksabstimmung, Befragung unterworfen werden, entweder in den einzelnen Kartonen oder gleich auf ganz Schweizer Eppe-Bundesebene. Und dann sind die beiden Länder aber doch wieder vergleichbar. Wenn man jetzt schaut, wie Österreich und wie die Schweiz mit der aktuellen Wirtschaftskrise umgehen, wie hoch ist denn zum Beispiel die Inflation in der Schweiz? Sie ist deutlich niedriger als im Euro-Raum und das führt ja auch immer wieder zur Kritik am Euro. Das hat aber im Wesentlichen zwei Ursachen. Die Schweiz, und das ist in Österreich ein Tabuthema Atomenergie, die Schweiz beginnt sich zur Atomenergie. Die Schweiz betreibt fünf Atomkraftwerke und hat die Wasserkraft in einem noch viel stärkeren Ausmaß als Österreich ausgebaut. Das heißt, sie ist da viel autarker in der Energieproduktion und ist daher weniger als Österreich auf Energieimporte angewiesen. Das drückt einen Teil der Inflation. Und die Schweizer Erzeugerpreise sind, weil sie nicht die EU-Stützungen haben. Die Schweizer Erzeugerpreise sind höher. Das heißt, die Preise sind daher nicht so stark gestiegen wie im Euro-Raum als Folge dieser gestiegenen Inflation wegen der enormen Verteuerung der Energiekosten in Europa. Das wird bei vielen Kritikern oder EU-Kritikern immer wieder gesagt, schau, die werden wir halt nicht beigetreten, so wie die Schweiz, dann stünden wir besser da. Da kann man auch klar wieder sagen, nein. Man konnte die Position Österreichs vor 30 Jahren, als wir der damaligen EG später in EU beigetreten sind, nicht vergleichen mit jener der Schweiz. Die Schweiz ist viel stärker durch ihre multilateralen Konzerne verbunden gewesen. Und eben die Schweiz könnte auch niemals Mitglied der Europäischen Union werden, eben wegen dieser ständigen Zwangs, alle möglichen Themen ständig Volksabstimmungen zu unterwerfen. Das wäre mit der Übernahme des EU-Rates nicht vereinbar. Aber andererseits, man arbeitet da sehr eng zusammen. Interessant war mir auch neu, dass die Schweiz nicht an diesen europäischen Forschungsinitiativen gemeinsam teilhaben kann. Die Schweiz ist wirklich mit ihren sensationellen Universitäten, vor allem die ETH in Zürich, ganz klar, dass die da in einen europäischen Forschungsverbund hineingehört. Und das sind schon Themen, wo auch Österreich, der Schweiz da behilflich sein kann. Der Schweizer Bundespräsident hat ganz klar gesagt, weil ja die Anbindung an die Europäische Union so ein großes Thema ist, die EU ist von zentraler Bedeutung für die Schweiz nun auch. Hunderttausende Arbeitsplätze sind von der Europäischen Union abhängig. Die Schweizer Chemieindustrie, die Schweizer Pharmaindustrie, es gibt viele Partnerschaften mit Firmen, mit Unternehmen in der Europäischen Union. Und deshalb glaube ich, wir haben gemeinsame Werte, die es zu verteidigen gilt. Zu diesen Werten gehört eben auch, dass man sich an Sanktionen gegen einen brutalen Aggressor beteiligt. Wo wir gerade über Nachbarländer und ihre Präsidenten sprechen, auch in Tschechien wird ab heute ein neuer Präsident gewählt. Was steht denn bei dieser Wahl auf dem Spiel? Es ist schon sehr spannend. Es treten da drei Persönlichkeiten. Es treten viel mehr Kandidaten an. Aber es haben nur drei reelle Chancen, in 14 Tagen in eine Stichwahl zu kommen. Es sind zwei Männer und eine Frau. Keiner von ihnen werden heute und morgen die Wahl findet, wie in Tschechien üblich, an zwei Halbtagen statt. Ab heute 14 Uhr bis morgen Mittag, der erste Wahlgang. Morgen Abend wird man die ersten Ergebnisse kennen. Und dann in 14 Tagen werden die beiden stimmenstärksten Kandidaten oder die Kandidatin da gegeneinander antreten. Das sind drei Persönlichkeiten, die fast gegensätzlicher nicht sein könnten. Das ist zum einen der ehemalige Premierminister, ein Milliardär André Babisch, ein Populist, ein Rechtspopulist, der aber sehr viele Anhänger hat, auch aus seiner Zeit als Premierminister. Er hat das Image des Selfmade-Milliardärs erst gerade erst freigesprochen worden von einem Korruptionsvorwurf. Da ging es um EU-Förderprojekte. Das hilft ihm. Es hat ihn vor wenigen Tagen Emmanuel Macron empfangen. Das haben die anderen Kandidaten gar nicht gutiert. Sie haben gemeint, da mischt sich der französische Präsident quasi in den tschechischen Wahlkampf ein. Der zweite, Petr Pavel, ist ein hochdekorierter ehemaliger Berufsoffizier. Er war Generalstabschef in der tschechischen Republik und auch auf europäischer Ebene. Er war einer der dranghöchsten Offiziere. Ein sehr schneidiger Mann, der sehr viele Anhänger hat und der eher so für Law and Order steht. Und dann eine sehr ungewöhnliche Kandidatin, die eher das Gegenteil repräsentiert. Sie wäre dann die erste Frau im Amt, wenn sie gewillt wird. Danusche Nerudova, die ehemalige Rektorin der Universität Brünn, die für ein liberales Tschechien steht, eine tschechische Republik. Sie ist vor allem die Stimme der Jungen. Sie ist auch noch verhältnismäßig jung, erst 44 Jahre alt. Und zwei dieser drei Kandidaten werden morgen Abend überbleiben. Wobei vermutlich Babisch nach den bisherigen Umfragen im ersten Wahlgang vorne sein dürfte. Aber bis jetzt in allen Umfragen wird prophezeit, dass er gegen wen immer, sowohl gegen Peter Pavelach als auch gegen Danusche Nerudova, in einem zweiten Wahlgang unterliegen könnte, würde. Aber die Entscheidung liegt wie immer bei den Wählerinnen und Wählern. Eine sehr spannende Wahl, die Ernst Gellix für uns beobachtet. Bin schon sehr gespannt. Und morgen Abend wissen wir dann, wer sozusagen ins Finale kommt. Wer ins Finale kommt, ja. Es ist ein Zeitenwechsel auch in der tschechischen Politik. Weil bisheriger Präsident Milos Seemann ja sehr polarisierend gewesen ist, wie es uns auch Ernst Gellix heute erzählt hat, der eher so ein Politiker der alten Schule war, der auch noch herüberreicht aus den kommunistischen Zeiten der tschechischen Republik. Und der, der eher mit nicht immer ganz salonfähigen Auftritten sich bemerkbar gemacht hat. Auf alle Fälle bricht da in unserem Nachbarland sicherlich eine neue politische Zeit an. Rikander von der Bellen wird schon sehr gespannt sein, wenn er da in Kürze im kommenden Jahr in Prag besuchen kann oder als Besucher aus Prag in Wien empfangen kann. Und auch wir sind, wie du sagst, gespannt. Vielen Dank für diese Analyse, Roland Atrowitzer. Es ist jetzt fast 15 Minuten nach 1 und folgende Themen sehen Sie noch bei uns in der letzten Stunde. Kurzbericht. Die Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz sind abgeschlossen. Wie es nun weitergeht, erfahren Sie bei uns in ORF3 aktuell. Anklage. Der österreichische Schauspieler Florian Teichtmeister muss sich wegen Besitzes von China-Pornografie vor Gericht verantworten. Doublecheck. Niederösterreich-Wahl, ORF-Finanzierung und die neuen Strukturen im Magazin Profil. Zu diesen Themen ist Stefan Kappaha live im Studio. Er war Fernsehkommissar, spielt in vielen Kinofilmen und ist auf den großen Bühnen des Landes zu Hause. Jetzt muss sich Florian Teichtmeister in Wien wegen des mutmaßlichen Besitzes von Kinderpornografie verantworten. Die Polizei hat bei einer Hausdurchsuchung Unmengen an Material gefunden und beschlagnahmt. Die Rede ist von rund 58.000 Fotos, Videos und anderen Mediendateien, die Teichtmeister besessen haben soll. Ins Rollen gebracht hat den Fall die Lebensgefährtin des Schauspielers, berichtet Christian Hoffmann. Seit mehr als 20 Jahren steht Florian Teichtmeister auf den großen Bühnen des Landes und in zahlreichen Film- und Kinoproduktionen vor der Kamera. In rund drei Wochen, am 8. Februar, wird sich der Wiener vor Gericht verantworten müssen. Teichtmeister muss sich wegen Besitzes kinderpornografischer Dateien verantworten. Laut Anklage soll der Schauspieler im Zeitraum von Anfang 2008 bis August 2021 pornografische Darstellungen Minderjähriger, hauptsächlich aus dem Darknet, verschafft und besessen haben. Konkret geht es um knapp 60.000 Mediendateien, hauptsächlich um Fotos, die die Polizei auf zahlreichen Computern, Festplatten und Speicherkarten sichergestellt hat, und zwar auf 22 Datenträgern. In dem Psychiatrischen Gutachten im Auftrag der Staatsanwaltschaft Wien, das der Zeit im Bild vorliegt, ist zu lesen. Es ist daher zu erwarten, dass die tatsächliche Zahl gespeicherter Dateien mit kinderpornografischen Inhalten noch größer ist. Seine damalige Lebensgefährtin hatte im Sommer 2021 einschlägige Bilder an die Polizei übergeben. Daraufhin gab es die umfangreiche Hausdurchsuchung in seiner Wohnung. In dem Gutachten gibt der Angeklagte Florian Teichtmeister an. Mir hat diese Illegalität einen Kick gegeben, an meine Grenzen geführt. Leider habe ich die Kontrolle darüber verloren. Er selbst habe nie Minderjährige angerührt. Laut Ermittlungsakt wurden auch keine Spuren einer Weitergabe der kinderpornografischen Materialien gefunden. Sehr wohl aber soll der Schauspieler zum Teil selbst Minderjährige fotografiert und dann Collagen angefertigt haben mit Sprechblasen, mit pornografischen Inhalten. Der Teichtmeister sei folgeständig, sagt einer seiner Anwälte, Michael Rami, im Ö1-Mittagsjournal. Der Teichtmeister wird sich im gerichtlichen Hauptverfahren schuldig bekennen. Er war im gesamten Ermittlungsverfahren geständig, hat immer mit den Behörden kooperiert und befindet sich seit zwei Jahren in psychologischer Behandlung, mit deren Hilfe es ihm gelungen ist, seine seelischen Probleme aufzuarbeiten, die ihn zum Besitz der besagten Dateien gebracht hatten. Florian Teichtmeister ist bekannt aus TV-Serien, ist Ensemble-Mitglied am Burgtheater und ist zuletzt für seine Rolle im österreichischen Film Corsage hochgelobt worden. Der Film findet sich auch auf der Shortlist der Oscar-Nominierungen. Im Fall einer Verurteilung drohen ihm bis zu zwei Jahre Haft. Der ORF nimmt die Vorwürfe sehr ernst und wird bis zur gerichtlichen Klärung Abstand von Herstellung und Ausstrahlung von Produktionen mit Florian Teichtmeister nehmen. Dass der Schauspieler vor Gericht muss, das steht also fest. Beim ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz könnte es auch so weit kommen. Da steht die letzte Entscheidung aber noch aus. In seinem Fall um mögliche Falschaussagen hat die Staatsanwaltschaft jetzt die Ermittlungen abgeschlossen. Ein Vorhabensbericht ist auf dem Weg zur Oberbehörde und zum Waisenrat. Ob der ehemalige Kanzler wegen seiner mutmaßlichen Falschaussagen im Untersuchungsausschuss angeklagt wird, oder ob die Staatsanwaltschaft eine Einstellung plant, ist dem Aktenstück, das dem ORF vorliegt, nicht zu entnehmen. Wohl aber, dass ein Vorhabensbericht unterwegs ist rund um Fragen wie war Sebastian Kurz bei der Reform der Staatsholding eingebunden, bei der Bestellung von Thomas Schmidt, bei der Auswahl der Aufsichtsräte, bei seiner Befragung im Ibiza-Untersuchungsausschuss im Juni 2020 habe Kurz seine Rolle heruntergespielt und falsche Aussagen getätigt, lautet der Vorwurf. Chatprotokolle, die danach aufgetaucht sind, lassen laut Justiz aber den Schluss zu, dass Kurz sehr wohl involviert war. Das sagt auch Thomas Schmidt in seinen Einvernahmen. Kurz hat eine Falschaussage stets bestritten. Sein Anwalt Werner Suppern sagt gegenüber dem ORF, rund 30 Zeugen hätten bestätigt, dass Kurz keinen Einfluss auf Personalentscheidungen in der ÖBAG genommen habe. Er sehe allem sehr gelassen entgegen. Gelassen kann ÖBB-Finanzvorstand Arnold Schiefer sein. Sein Verfahren wegen falscher Zeugenaussage im Ausschuss ist eingestellt. Einige wichtige Meldungen des Tages sehen Sie jetzt im Nachrichtenüberblick. Schauspieler Florian Teichtmeister muss sich ab Februar wegen des Besitzes kinderpornografischer Inhalte vor Gericht verantworten. Auf einem Datenträger seien laut Staatsanwaltschaft 58.000 Dateien gefunden worden. Nach Angaben seines Anwalts ist Teichtmeister geständig. Er soll die Fotos zwischen 2008 und 2021 aus dem Darknet heruntergeladen haben. In Lützerath im deutschen Nordrhein-Westfalen dürften sich nach der Räumung des Camps von Klimaaktivistinnen zwei von ihnen in einem unterirdischen Tunnel unter dem Dorf verschanzt haben. Am Mittwoch hatte die Polizei damit begonnen, das Camp zu räumen. Die Aktivistinnen haben es aufgeschlagen, nachdem der Kohlekonzern RWE die BewohnerInnen von Lützerath umgesiedelt hatte, um auf die Braunkohlevorkommnisse in der Erde zugreifen zu können. In der Causa rund um die gefundenen Geheimakten bei US-Präsident Joe Biden hat US-Justizminister Garland jetzt einen unabhängigen Sonderermittler eingesetzt. Die vertraulichen Dokumente aus seiner Zeit als Vizepräsident unter Barack Obama wurden in seinem ehemaligen Privatbüro in seiner Garage gefunden. Man habe sie freiwillig dem Nationalarchiv übergeben und kooperiere mit dem Justizministerium, sagen die Anwälte des Präsidenten. Wetterextreme fordern derzeit dutzende Tote in den USA. An der Westküste in Kalifornien sorgen Schnee- und Wassermassen für Verwüstung. Im Südosten ziehen tödliche Wirbelstürme übers Land. Besonders betroffen ist der Bundesstaat Alabama. Es gibt bereits mehr als zwei Dutzend Opfer. Hunderttausende Haushalte sind von der Stromversorgung abgeschnitten oder zerstört. Viele Straßen sind gesperrt. Lisa Marie Presley, die einzige Tochter von Elvis Presley, ist im Alter von 54 Jahren unerwartet gestorben. Als Todesursache wird ein Herzstillstand vermutet. Ihren letzten Auftritt hatte sie am Rande der Golden Globes vergangenen Dienstag. Gemeinsam mit ihrer Mutter ist sie bei den Golden Globes anwesend, wo Austin Butler für die Darstellung von Elvis prämiert wird. Stefan Kappacher ist Innenpolitik-Redakteur im aktuellen Dienst der ORF-Radios und gestaltet das Medienmagazin Doublecheck auf Ö1. Mit ihm möchte ich jetzt über aktuelle Entwicklungen in der Medienbranche sprechen. Schönen guten Tag, Herr Kappacher. Hallo. Beginnen wir gleich im eigenen Haus. ORF-Generaldirektor Roland Weismann spricht davon, dass sich der ORF in der größten Finanzierungskrise des öffentlich-rechtlichen Rundfunks befinde. Wie ist es denn dazu gekommen? Ja, der ORF, der spürt wie alle anderen Medienunternehmen auch die extreme Teuerung, die wir derzeit haben, besonders bei den Energiepreisen. Das schlägt voll durch. Die Kosten haben sich verfünffacht in diesem Bereich, heißt es, im Haus. Dazu kommen sinkende Werbeerlöse und GIS-Abmeldungen, also Abmeldungen von der GIS-Gebühr. Das reißt in den kommenden drei Jahren, also 2024 bis 2026, ein Loch in das ORF-Budget im Ausmaß von rund 300 Millionen Euro. Das ist sehr dramatisch. Das hat Generaldirektor Roland Weismann dem Stiftungsrat im Dezember mitgeteilt. Er hat über diese Lage informiert. Und die Lage ist auch deswegen besonders besandt, weil der ORF seit Jahren schon spart. Es sind immerhin 900 Stellen abgebaut worden. Es gibt laufend reale Gehaltskürzungen für die Mitarbeiter und es laufen auch andere Sparmaßnahmen weiter. Welche Vorschläge gibt es denn nun, um diese Finanzierungslücke schließen zu können? Ganz konkrete Finanzierungsmodelle will die Geschäftsführung im Februar dem Stiftungsrat, das ist das Aufsichtsgremium des ORF, vorlegen. Im laufenden Jahr soll es sich noch ausgehen mit einem ausgeglichenen Budget. Und wie es dann 2024 weitergeht, das ist auch aus einem anderen Grund offen. Die Regierung muss nämlich die ORF-Finanzierung neu ordnen, auf neue Beine stellen. Das ist ein Auftrag des Verfassungsgerichtshofs. Der hat das in einem Erkenntnis verfügt. Und er sagt, dass auch Personen, die ORF-Angebote am Handy und am Laptop konsumieren, dass die auch Gebühren zahlen müssen. Und das soll bis Ende dieses Jahres sichergestellt werden, dass das auch passiert. Wie das geschieht, darüber sind sich ÖVP und Grüne nicht einig. Es gibt da mehrere Möglichkeiten, dass man die Gießgebühr ausweitet, eben auch auf internetfähige Geräte. Und das würde dann in Wirklichkeit jeden treffen, weil jeder hat im Prinzip ein Handy. Eine weitere Möglichkeit ist eine Haushaltsabgabe, die auch jeder Haushalt zahlen müsste. Oder die dritte Möglichkeit, eine Budgetfinanzierung. Erschwert wird eine Lösung dieser Frage dadurch, dass die ÖVP-Medienministerin Susanne Raab jetzt weitere strukturelle Einsparungen vom ORF fordert. Also sie will da einen Kassasturz. Das ist bei der ÖVP immer ein Alarmzeichen, wenn dieses Wort fällt. Weil dann wird das sehr politisch. Da steckt eine gewisse Absicht dahinter. Und Raab verknüpft das mit der Neuordnung der Finanzierung des ORF. Und man kann davon ausgehen, dass da ein heftiges Dauziehen stattfinden wird. Und im schlimmsten Fall geht das zu Lasten des Programmangebots aus, weil kein anderer Ausweg besteht und da gekürzt werden muss. Neben finanziellen Schwierigkeiten wird der ORF derzeit aber auch von Vorwürfen der politischen Einflussnahme erschüttert. Zuletzt wurde da dem niederösterreichischen Landesdirektor Robert Ziegler vorgeworfen, er hätte nicht die nötige Distanz zur Politik gewahrt. Eine Kommission soll jetzt aufklären, was an diesen Vorwürfen dran ist. Wer ist in dieser Kommission und wie geht die vor? Der Vorsitzende der Kommission ist Gerhard Draxler. Der war früher Informationsdirektor des ORF und er war auch Landesdirektor in Kärnten. Also er kennt das Haus in- und auswendig. Er ist jetzt schon länger in Pension. Ich habe für Doublecheck mit ihm länger gesprochen und den Eindruck gewonnen, dass er es sehr ernst meint mit dieser Untersuchung. Die Befragungen von betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die laufen schon. Sie haben diese Woche begonnen. Draxler sagt, der Schaden für den ORF durch diese Affäre, der sei enorm. Und es gehe da an die Grundfesten des ORF, weil es um das Vertrauen des Publikums in unsere Arbeit geht. Und Draxler meint auch, es könnte ein Flächenbrand entstehen. Also das würde drohen, der auch andere Landesstudios erfasst, wenn man hier nicht eine saubere Aufarbeitung dieser Vorwürfe macht. Für mich, also aus meiner Sicht, sind Garanten dafür, dass das passiert, auch andere Mitglieder der Kommission, unter anderem Ö1-Info-Chefin Gabi Waldner und ORF-Report-Chef Wolfgang Wagner. Das sind journalistische Vollprofis mit einer hohen Integrität. Das Ergebnis der Arbeit der Kommission soll übrigens in der Woche nach der Niederösterreichischen Landtagswahl präsentiert werden. Und dann muss ORF-Chef Weißmann entscheiden, was er daraus macht. Bewegte Zeiten für den ORF. Turbulent geht es aber auch beim Printmagazin Profil zu. Da bleibt derzeit kein Stein auf dem anderen. Begonnen hat es damit, dass Christian Reiner sich als Chefredakteur nach 25 Jahren zurückziehen wird. Was ist danach passiert? Christian Reiner ist übrigens nicht ganz freiwillig gegangen. Außerdem hat es schon in den Jahren davor immer wieder Ablösegerüchte um seine Person gegeben. Denn das Profil, das schreibt seit Jahren Verluste. Es wurde im Kurierkonzern, da gehört es dazu, das Profil, auch stiefmütterlich behandelt zuletzt. Die digitale Transformation, also die Präsenz im Internet, die hat man überhaupt verschlafen. Aber nicht erst jetzt, sondern schon vor Jahrzehnten in Wahrheit. Und das ist jetzt der Versuch, das Ruder doch noch herumzureißen. Wir haben für Doublecheck getitelt Neuerfindung oder Untergang. Und das ist nicht übertrieben. Zwei Jahre hat der neue Geschäftsführer Richard Gasl Zeit, diese Neuerfindung, das Profil auch umzusetzen. Oder eben zu beweisen, dass es mit dieser Neuerfindung klappt. Der hat die 37-jährige Anna Thalhammer als neue Chefredakteurin geholt von der Tageszeitung Die Presse. Das ist ein klarer Generationswechsel. Was Thalhammer konkret machen wird, darauf sind alle neugierig. Auch ihre eigenen künftigen Leute in der Profilredaktion. Was man Thalhammer jedenfalls nicht absprechen kann, das ist der Mut, den sie hat. Und das ist eine Herkulesaufgabe, die sie da übernommen hat. Richard Gasl, den Sie schon erwähnt haben, wird eine Doppelfunktion jetzt einnehmen. Als stellvertretender Chefredakteur des Kurier und als Geschäftsführer des Profil. Und das finden manche problematisch. Warum eigentlich? Zunächst, Gasl gilt ja als Macher. Er ist ehrgeizig und er hat immer als der logische Nachfolger von Kurier-Chefredakteurin Martina Salomon gegolten. Grasl dürfte diesen Plan auch noch nicht ganz aufgegeben haben. Und da ist es hilfreich, wenn man weiter einen Fuß in der Kurier-Redaktion hat. Das erklärt zum einen die Doppelrolle. Problematisch ist die deshalb, weil hier einfach zwei Welten in einer Person vermengt werden. Zusammenstoßen, könnte man auch sagen. Diese Welten sollten eigentlich durch eine Firewall getrennt sein. Nämlich Anzeigengeschäft hier, redaktionelle Berichterstattung dort. Das ist immer schon das Grundprinzip von gutem und sauberem Journalismus gewesen. Ein Chefredakteur, der gleichzeitig schauen muss, dass Geld hereinkommt, der kann leicht in einen Interessenskonflikt geraten. Und darum geht es. In anderen Ländern wäre das überhaupt undenkbar, solche Doppelfunktionen. Bei uns gibt es das auch bei der Tageszeitung die Presse, bei der kleinen Zeitung, bei den Vorarlberger Nachrichten. Und dort sind auch die Chefredakteure, eben Geschäftsführer. Dass Grasl diese beiden Rollen auf Kurier und Profil aufteilt, macht die Sache nicht wirklich besser. Um all diese Themen, über die wir gerade gesprochen haben, wird es heute noch ausführlicher in Doublecheck gehen. Zu hören ab 19.05 Uhr in Ö1 und danach natürlich im Internet oder über die App Sounds. Stefan Kappacher, vielen Dank für den Besuch hier bei mir im Studio. Sehr gern. Der ehemalige grüne Gesundheitsminister Rudolf Anschober will nun mit einer Allianz Bundesländer und Regierung unter Druck setzen, mehr für den Klimaschutz zu unternehmen. In diesem Halbjahr muss etwas geschehen, sonst sei es zu spät. In Wien haben sich heute wieder AktivistInnen der Last Generation auf die Straße geklebt. Auf einer vielbefahrenen Kreuzung am Wiener Naschmarkt kleben sich heute früh AktivistInnen am Zebrastreifen fest. Während die Polizei die Protestierenden von der Straße holt, stellt unweit davon der ehemalige grüne Minister Anschober seine Klimainitiative vor. Gemeinsam mit WWF, Greenpeace und Prominenten nimmt er sich vor, In den nächsten acht Wochen an die neuen Landeshauptleute und die Bundesregierung zu appellieren, rasch die sieben wichtigsten Maßnahmen für Energiewende und Klimaschutz umzusetzen. Das muss im ersten Halbjahr 2023 gelingen. Für die KlebeaktivistInnen haben die Proponenten der Initiative viel Sympathie, betonen sie, aber die wichtigste Forderung nach Tempo 100 auf der Autobahn findet sich nicht im Petitionstext. Die Forderungen sind auf einer höheren Ebene, die wir formuliert haben, aber darunter gibt es natürlich im Detail sehr, sehr viele Maßnahmen, die gesetzt werden müssen. Temporreduktion auf den Straßen wäre eine sehr schnell umsetzbare und sehr effektive Maßnahme. Zwölf Aktivisten werden heute vorübergehend festgenommen. 51 Festnahmen waren es über die ganze Woche. Österreich ist ein Tourismusland. Vor allem der Wintertourismus spielt eine große Rolle bei uns. Doch genau die Skigebiete sind es, die immer öfter in die Kritik geraten, weil sie sehr viel Energie benötigen. Angesichts des Klimawandels ist der Skitourismus für viele KlimaaktivistInnen nicht mehr zeitgemäß. Wir zeigen Ihnen gleich ein Gespräch der Leiterin des Klimaschutzvolksbegehrens und des Generalsekretärs der österreichischen Hoteliersvereinigung. Davor ein kurzer Überblick von Ronny Tafferner. Es sind Bilder, die polarisieren. Diese Woche kleben sich KlimaaktivistInnen der sogenannten letzten Generation auf Straßen in Wien fest und blockieren den Frühverkehr. Diese Aktionen seien notwendig, um auf die Dringlichkeit der Klimakrise hinzuweisen, sagen die AktivistInnen. Wir wollen Menschen aufrütteln wie der Feueralarm auf einer brennenden Erde. Und es ist eine Schande, dass es notwendig ist, so weit zu gehen, dass es notwendig ist, dass sich Lehrlinge, ÄrztInnen gemeinsam an die Straßen kleben, damit diese Bevölkerung endlich aufwacht und realisiert, in was für eine unvorstellbare Katastrophe wir hier schlittern. Und auch diese Bilder polarisieren. Künstlich geschaffene Schneeteppiche, die sich über eine grüne Landschaft rollen. Die Rekordtemperaturen Anfang Jänner zwingen manche Skigebiete sogar dazu, ihre Skilifte für Wanderinnen und Wanderer zu öffnen, weil der Schnee fehlt. Und damit müssten Skigebiete auch in Zukunft rechnen, so die Expertin. Der Wintertourismus in Österreich wird sich jederzeit verändern. Wenn man von den Klimamodellen ausgeht, müssen wir uns darauf einstellen, dass die Reduktion der Schneetage im Ausmaß von mehreren Wochen bis zur Mitte dieses Jahrhunderts stattfinden wird. BetreiberInnen von Skigebieten bemühen sich in den vergangenen Tagen darauf hinzuweisen, dass Skifahren im Vergleich zu Flugreisen ins Ausland viel weniger CO2-Emissionen verursacht. Allerdings zeigt auch eine Studie des Umweltbundesamts, rund die Hälfte der Emissionen eines Skiurlaubs entstehen bei der An- und Abreise. Fest steht, wenn der Klimawandel weiter voranschreitet, wird Skifahren in Österreich in immer weniger Skigebieten möglich sein. Daher eint KlimaaktivistInnen und TourismusvertreterInnen dann doch ein Ziel, den Klimawandel zu stoppen. Über dieses Thema hat heute meine Kollegin Elisabeth Vogel mit der Klimaaktivistin und Autorin Katharina Rogenhofer und mit dem Generalsekretär der österreichischen Hoteliervereinigung Markus Grazer gesprochen. Zu Beginn wird Rogenhofer gefragt, ob sie jetzt damit zufrieden sei, dass der Klimaaktivismus vermehrt Aufmerksamkeit bekäme. Also auf jeden Fall gehört das Thema auf die Tagesordnung, weil so wie wir bei Corona gesehen haben, so wie wir bei anderen Krisen sehen, gibt es da eine Krise, wo die Gesellschaft sich ändern muss, wo aber auch vor allem PolitikerInnen und Gesetze sich ändern müssen. Und man hat während Corona gesehen, dass die Aufmerksamkeit extrem runtergegangen ist. Und jetzt braucht es, glaube ich, den gesellschaftlichen Druck, wie wir es bei Fridays for Future gesehen haben, damit auf anderen Ebenen eben zum Beispiel gesetzlich was vorangeht. Und da braucht es echt Aufmerksamkeit, da braucht es Medien, da braucht es Menschen, die auf die Straße gehen, Menschen, die das einfordern. Und deswegen ist das natürlich ein wichtiger erster Schritt. Jetzt haben wir gerade gesehen, der Skitourismus steht jetzt auch immer mehr in der Kritik. Wie stehen Sie da dazu? Natürlich ist es auf der einen Seite sehr traurig. Ich war selber in Vorarlberg und da sieht man die weißen Bänder auf der grünen Wiese und man denkt sich, wo sind wir gelandet? In welchem dystopischen Film, wo wir auf einmal irgendwie beschneien müssen und dann nur noch so weiße Bänder runterhaben. Und ein bisschen finde ich es auch zynisch, weil eben viele Leute so hart Energie einsparen und dann pulvern wir quasi die Energie dann auf der anderen Seite wieder raus in Form von Kunstschnee. Aber was ich mir denke, ist eigentlich viel mehr, wie können wir überhaupt noch in Zukunft Tourismus machen? Und das ist großteils abhängig von der Politik. Weil wenn wir nichts ändern, dann steuern wir in Österreich bis zum Ende des Jahrhunderts auf eine Erwärmung von 5 Grad zu. Bei 5 Grad gibt es in den meisten Skigebieten gar keinen Schnee mehr und da müssen wir uns wahrscheinlich über andere Probleme wie Ernährungssicherheit und so weiter und so fort Gedanken machen. Das heißt, auf der obersten Ebene, auf Ebene der Politik, muss da was passieren, damit Skifahren überhaupt noch irgendwie möglich ist und im besten Fall aber auch in anderer Form Tourismus betrieben werden kann. Eben die Anreise war ein Thema, dass das anders gestaltet werden kann. Herr Dr. Kratzer, wenn Sie das jetzt hören, haben Sie da vielleicht auch ein schlechtes Gewissen, weil natürlich durch den Tourismus sehr viel Energie auch verbraucht wird, was da gerade vor allem auch in den Skigebieten passiert? Schlechtes Gewissen, glaube ich, brauchen wir im Tourismus jetzt nicht per se zu haben. Da muss man auch die Fakten sprechen lassen. Der österreichische Tourismus verbraucht 1,5, 1,6 Prozent der Energie in Österreich und schafft damit 7,5 Prozent Wertschöpfung. Das heißt, der Tourismus ist ja mit ein Verursacher des Klimawandels weltweit. Reisen und Mobilität ist ein großer Faktor für CO2-Emissionen. Das müssen wir wissen. Aber gleichzeitig müssen wir auch wissen, dass gerade der österreichische Tourismus schon sehr lange versucht, sehr nachhaltig zu agieren. versucht, mit vielen Maßnahmen energieeffizienter zu arbeiten, Energie einzusparen oder sogar unabhängig oder energieautark zu werden. Da gibt es sehr viele Projekte. Das heißt, wir sind genauso Betroffener. Genauso haben wir das Anliegen einer Zukunft in Österreich, in der man arbeiten, leben und nach vorne schauen kann. Und der Tourismus soll hier ein wichtiger Baustein hier in Zukunft sein. Und ja, wir sind in einer Transformation und müssen uns hier auf diese Gegebenheiten einstecken. Faktum ist natürlich, gerade in den Skigebieten müssen Hotels gebaut werden, es müssen Pisten gemacht werden, es müssen Böden versiegelt werden. Das ist natürlich alles nicht sehr umweltfreundlich. Da muss man auch sehen, der Wintertourismus, wenn man beim Skitourismus bleiben hat, hat vor 40, 50, 60 Jahren anders ausgeschaut, als er heute ist und wird in 40, 50 Jahren völlig anders ausschauen, als er heute ist. Das heißt, wir sind mit diesen Prozessen auch darauf zu reagieren, wie sich die Umwelt verändert, sind gewohnt, uns hier anzupassen. Und völlig klar ist, dass ein neues Erschließen von Skigebieten, große neue Hotelprojekte eigentlich nicht mehr an der Tagesordnung stehen. Es gibt Qualitätsverbesserungen, es gibt Weiterentwicklung in Hotels, vielleicht breiter vom Angebot zu werden und auch das Hinrechnung zu tragen, dass vielleicht Skifahren in vielen Regionen nicht mehr möglich ist. Und das ist die Herausforderung für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Trotzdem fragen sich natürlich viele auch immer wieder, ist es nötig, diese Schneekanonen? Kann man nicht auf das natürliche Wetter quasi warten? Muss es eine Sitzheizung geben in Liften? Wie stehen Sie da dazu? Ist das überhaupt nicht mehr zeitgemäß? Also ich glaube schon, dass gerade eben diese langfristige Perspektive, heutzutage müssen viele Gebiete eben beschneien. Wir haben keinen Schnee mehr, gerade um Weihnachten herum. Und da ist die Frage, wie entwickeln wir uns langfristig weiter. Und gerade der Tourismus, wenn man eben darüber redet, Skigebiete auch zusammenzulegen. Es war irgendwann mal im Gespräch, irgendwelche Gipfel abzusprengen oder so. Das ist eine Umweltkatastrophe im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube, da muss man schauen, wie können wir zusammen einen Weg gehen, der schon noch, natürlich, ich will auch Urlaub machen in Österreich. Ich gehe super gern wandern etc. Aber da müssen wir schauen, wie können wir einen Tourismus der Zukunft gestalten, der eben nicht so viel Energie verbraucht, der nicht alles außen beheizen muss, der nicht viele Klimaanlagen braucht und der nicht so viel Fläche verbraucht. Und ich glaube, da gibt es schon einen Weg. Also es gibt ja auch KlimawissenschaftlerInnen, die mit dem Tourismus zusammenarbeiten. Aber so wie es jetzt ist, kann es auf keinen Fall weitergehen. Wenn die Stromversorgung in den Skigebieten oder für die Skigebiete aus erneuerbarer Energie kommen würde, könnten Sie dem dann etwas abgewinnen? Ja und nein, natürlich ist es ein Fortschritt. Aber das, was die Wissenschaft zeigt, ist, dass wir zumindest 40 Prozent unserer Energie auch einsparen müssen. Wir können nicht quasi eins zu eins ersetzen. Und dann pulvern wir natürlich noch immer, was weiß ich, mit Schneekanonen heizen draußen, haben Heizschwamm mal draußen stehen. Das muss sich ändern, diese Überenergie, die wir verbrauchen, nämlich diese Luxusenergie, die müssen wir auch einsparen, damit wir überhaupt alles ersetzen können mit Erneuerbaren. Und da kluge Einsparungen zu finden, ist einerseits Sache der Politik, aber sicher auch in jedem einzelnen Betrieb wichtig zu schauen, wo kann ich denn Reduktionen an Energieverbrauch haben. Wo könnten Sie sich das vorstellen, gerade was die Hotels auch betrifft? Da gibt es wirklich sehr, sehr viele Maßnahmen, wo wir auch schon sehr intensiv daran die letzten Jahre die Hotellerie begleiten. Wir haben 2019 unseren ganzen Kongress unter das Thema Nachhaltigkeit gestellt und seitdem mit einer Initiative Zeichensätzen, Best Practices mit Kooperationen mit Firmen und so weiter auf mehrere Säulen fokussiert. Das eine ist natürlich, das Beste ist die Energie, die ich nicht verbrauche. Das heißt Energieeinsparungen, Energie reduzieren. Das andere ist natürlich, von fossilen Brennstoffen nach nachhaltige Energiequellen umzustellen und gleichzeitig energieeffizienter in den Betrieben zu werden. Das geht um Einsparungsmaßnahmen, da geht es um Steuerungs-, Energiemonitoringssystemen in den Betrieben und da geht es um eine Vielzahl von Themen, Wasserverbrauch zu reduzieren und ähnliche Themen. Wir haben stark den Puls in Richtung Plastikvermeidung. Wir haben jetzt ein Projekt mit dem Klimaministerium zum Thema Klimateller, das heißt nachhaltiges Speiseangebot, vegane Speiseangebote, Verzicht auf Fleisch, auf der Speisekarte und ähnliche Themen. Das heißt die Palette und die Maßnahmen sind da sehr vielfältig, sehr viele kleine Bausteine. Die großen Hebel, das muss man auch, ich glaube die Diskussion über Heizschwammerl, über Beschneiung, das ist eine. Eine sehr emotionale, aber das sind nicht die großen Hebel. Die großen Hebel ist die Mobilität, das Anreisen in Österreich oder auch der private Verkehr, Großindustriebetriebe, wo Energie verbraucht wird und ich glaube wir müssen den Fokus auch auf große Hebeln legen, bevor wir uns in Diskussionen dort verstricken, wo wir eigentlich fast keinen Hebel haben, um was zu bewegen in Österreich. Weil Sie das jetzt ansprechen und wir haben es ja zuerst auch in dem Beitrag gehört, dass es so ist, dass der meiste Energieverbrauch eigentlich bei der Anreise passiert. Da gibt es eben diese Studie des Bundesumweltamts. Die Emissionen kommen zu, die Hälfte der Emissionen entstehen bei der An- und Abreise, 18 Prozent beim Skibetrieb selbst und 32 Prozent bei der Beherbergung. Aber müsste es dann nicht eigentlich so sein, dass Sie viel mehr zum Beispiel für Zugreisen werben müssten? Ja, da gibt es auch viele Aktionen bis hin günstigere Nächtigung, wenn ich mit Zug anreise. Da gibt es auch Piloten, da gibt es viele Betriebe, die das auch wirklich umsetzen und machen. Das Thema ist ganz einfach, dass hier noch das Angebot fehlt. Wir müssen da einfach noch weiter ausbauen, vor allem diese letzte Meile zwischen entlegenen Tälern, zwischen Hotels und so weiter vom Bahnhof her, die Menschen hier dementsprechend zu transportieren. Und ich glaube, das ist, glaube ich, wirklich die Megaaufgabe in Österreich, ein Mobilitätskonzert ähnlich wie in der Schweiz zum Beispiel zu schaffen, wo ich noch stärker auf Bahn setze oder auch dann mit anderen Mobilitätsangeboten in Regionen, Elektrobusse und anderen Angeboten hier die Menschen shutteln kann. Aus Ihrer Erfahrung, auch als Klimaaktivistin, ist so etwas realistisch, dass man die Menschen wirklich dazu bringt, nicht mehr mit dem Auto zu fahren, nicht mehr mit dem Flugzeug zu kommen, sondern zu Fuß zu gehen, mit der Bahn zu fahren? Ich glaube, es ist dann unrealistisch, wenn ich wirklich nur ganz kleine Anreize setze, wo die großen Hebel liegen. Und da habe ich das Gefühl, da könnten wir übereinstimmen sind in der Politik. Wir müssen einfach den öffentlichen Verkehr ausbauen. Sie haben die Schweiz angesprochen, die haben eine Mobilitätsgarantie. Das heißt, in jedem Ort, der größer ist als, ich weiß jetzt nicht, wie die Einwohnerzahl ist, muss in einem bestimmten Takt mindestens ein Bus fahren etc. Und das macht natürlich einen Riesenunterschied, weil man sieht, Menschen steigen dann um, wenn sie einfacher und effizienter mit der öffentlichen Mobilität dorthin kommen, wo sie hinwollen. Und gerade in Urlaubsorten, in abgelegenen Orten kommt man nicht so gut hin. Und dieses Angebot auszubauen, das wäre ein Riesenhebel. Da geht es nicht nur um eben kleine Anreize, da geht es um Riesenanreize im Sinne des Angebots. Und das wäre wichtig, weil nur 8% der Menschen, die in Österreich Urlaub machen, kommen mit der Bahn. 75% mit dem eigenen Pkw. Und das ist etwas, wo die Politik lange Zeit irgendwie in diesem alten Denken verhaftet ist. Ja, wenn ich irgendwo Stau habe, wenn ich irgendwo zu viele Autos habe, dann baue ich halt noch eine Straße. Wir müssen wegkommen von dem. Wir müssen effizientere Wege finden, wie eben Zug- und Bussysteme. Aber ich glaube, für die letzte Meile kann sich ja auch das Hotel selber was tun. Da muss nicht nur die Politik ansetzen, eben mit Shuttle-Bus-Systemen, mit Sammelbus-Ruftaxis oder was auch immer, damit man eben nicht den eigenen Pkw braucht für den Weg zum Start, zur Wanderung oder so irgendwas. Nun scheint es ja bei uns so zu sein, dass eine Krise die nächste jagt. Wir kommen gerade aus der Corona-Pandemie. Jetzt läuft der Tourismus wieder ein bisschen an. Aber schon prognostizierend, Sie haben es zuerst so ein bisschen angedeutet, können wir davon ausgehen, dass wir in ein paar Jahren noch genauso Skifahren können wie jetzt? Nein, das ist auch völlig klar. Ich glaube, das muss man sich auch damit beschäftigen und dem auch stellen. Es ist von einem Jahr zu einem Jahr natürlich die Situation anders. Aber in langfristigen Entwicklung wissen wir natürlich, dass sich das Klima auf den Tourismus in Österreich auswirkt und vor allem auf den Wintertourismus auswirken wird. Das heißt, die Saisonen werden kürzer, das heißt, die Schneeverfügbarkeit wird weniger und wird in höhere Gebiete wandern. Das ist, glaube ich, ein Faktum, das ist unumstritten. Die Frage ist, wie gut schaffen wir, damit umzugehen und wie gut schaffen wir diesen Klimawandel, der ja vor uns steht und der kommen wird, so weit abzufedern, dass wir bei 1,5 Grad bleiben oder in einem Worst-Case-Szenario, dass er höher geht. Weil dann ist viel mehr als der Wintertourismus in Österreich in Gefahr und dann sind grundlegende Wirtschaftssysteme zu hinterfragen. Das heißt, das ist die große Herausforderung und das sind wir Verbündete, weil wir sind abhängig von unserer Umwelt, von unserer Landschaft, von den Bergen, von den Seen, damit Gäste nach Österreich kommen und damit wir ihnen für diese Zeit, wo sie da sind, eine gute Zeit bieten können. Die Krise hat gezeigt, dass das Produkt oder das Bedürfnis nach Urlaub sehr hoch ist. Die Menschen brauchen, vielleicht ist es auch ein Exit sozusagen aus den Problemen. Sie wollen einfach ein bisschen in die Landschaft, sie wollen es sich gut gehen lassen. Das macht uns auch zuversichtlich, dass das Vertrauen in das Produkturlaub sehr hoch ist. Aber natürlich müssen wir uns weiterentwickeln, müssen wir uns anpassen, wohin die Reise jetzt hingeht. Wir sind uns oder Sie sind sich einig, dass die Politik natürlich gefragt ist, aber abschließende Frage noch, was kann denn jeder Einzelne von uns dazu tun oder sollte jetzt wirklich ganz konkret tun? Also natürlich gibt es die Sachen auf der Hoteliersebene wie Heizschwammel und solche Sachen. Auf unserer persönlichen Ebene kann man natürlich auch Energie sparen, kann man schauen, dass man eben das nächste Mal mit dem Zug fährt und nicht mit dem Auto. Aber, und das ist mir immer wichtig, wir stoßen alle an so systemische Grenzen. Vielleicht fährt irgendwo hin kein Zug, vielleicht haben wir die Möglichkeit gar nicht, auf erneuerbare Energien umzusteigen. Ich zum Beispiel wohne in einem Mehrparteienhaus in Wien, da kann ich nicht einfach von der Gasheizung auf etwas Erneuerbares umsteigen. Und da ist mir ganz wichtig zu sagen, jetzt braucht es wirklich die Menschen, die Veränderungen auf einer höheren Ebene einfordern. Das heißt, politisch aktiv zu werden, Bürgerinnen-Gemeinschaften zu gründen für erneuerbaren Strom, Grätzle-Initiativen, zum Bürgermeister mal zu gehen und was einzufordern, dem Kanzler eine E-Mail zu schreiben oder so. Das sind wirklich wichtige Hebel, die wir jetzt alle anpacken müssen, damit eben die Politik uns die Möglichkeit gibt, überhaupt nachhaltig zu leben. Da spricht die Aktivistin, Ihr Schlusswort dazu? Ja, ich kann es nur unterstützen. Wir sehen das auch als unseren Auftrag. Wir sind ja auch eine Interessenvertretung und uns geht es ja nicht um das zu bewahren, was da ist, sondern um die Zukunft des Tourismus und der Hotellerie zu gestalten. Und dazu brauchen wir Rahmenbedingungen von der Politik, die das ermöglichen und hier in die richtigen Weichen stellen. Und da werden wir sicher gemeinsam kämpfen, vielleicht nicht bei den Heizschwammern, aber bei vielen anderen Themen sind wir sicher einer Meinung. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Diskussion und Ihren Besuch bei uns im OF3-Aktuell-Studio. Frau Hogenhofer, Herr Dr. Kratzer, vielen Dank. Dankeschön. Schwere Vorwürfe erheben renommierte KlimaforscherInnen gegen den US-Ölkonzern ExxonMobil. Das Unternehmen habe schon seit den 1970er Jahren detailliert über die globale Erwärmung durch den Ausstoß von Treibhausgasen Bescheid gewusst, heißt es. Trotzdem habe man in diesem Zusammenhang jahrzehntelang systematisch alles heruntergespielt. Die Vorwürfe gegen ExxonMobil sind massiv. Interne Erhebungen des Unternehmens hätten schon seit 45 Jahren deutlich gezeigt, wie groß die Bedrohung durch die menschengemachte Erderwärmung werden könne. Trotzdem habe der Ölkonzern bewusst deren Folgen immer wieder in der Öffentlichkeit relativiert und damit den eigenen Daten widersprochen. Das sagen ForscherInnen und Forscher der Harvard University und des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung im renommierten Fachjournal Science. Schon Ende der 1970er Jahre habe eine firmeninterne Prognose gezeigt, dass die Nutzung fossiler Brennstoffe eine durch Kohlendioxid verursachte Rekordwarmzeit verursachen würde, heißt es. Schon in der Vergangenheit war ExxonMobil mit ähnlichen Vorwürfen konfrontiert. Diesmal sind sie allerdings besonders detailliert. Mehrere Gerichtsverfahren beschäftigen sich bereits damit, ob der Konzern gewusst hat, welche Klimaschäden seine Produkte anrichten können. Das Unternehmen weist alle Anschuldigungen zurück. Geld an den Staat und an die Steuerzahler zurückzahlen, das müssen auch jene Unternehmen, die durch die Energiekrise hohe Gewinne eingefahren haben. Eines davon ist die OMV. Der heimische Öl- und Gaskonzern rechnet damit, 150 Millionen Euro an Übergewinnsteuer für das abgelaufene zweite Halbjahr zahlen zu müssen. Die Energiepreise sind im abgelaufenen Jahr davon galoppiert und haben das Leben von uns allen teurer gemacht. Profitiert haben die Energiekonzerne. Sie müssen jetzt eine Steuer auf diese sogenannten Zufallsgewinne zahlen. Für die OMV sind das 150 Millionen Euro für das zweite Halbjahr 2022. Mag angesichts der Milliardengewinne wenig klingen, tatsächlich versteuert die international tätige OMV aber nur die Produktion im Weinviertel. Und das Raffinerie-Geschäft in Österreich heißt es von dem Konzern. Und Stichwort Raffinerie, der Unfall in Schwächert schlägt sich jetzt mit einem Versicherungswert von 175 Millionen Euro zu Buche. Zur Erinnerung, nach einem schweren Zwischenfall im Juni ist die Raffinerie bis Oktober ausgefallen. Diesel ist unter anderem knapp geworden. Dreimal musste die staatliche Ölreserve angezapft werden. Sie muss bis März wieder von der OMV befüllt werden. Das James-Webb-Weltraumteleskop liefert immer wieder atemberaubende Bilder aus dem All. Vor kurzem wurde eine neue Entdeckung gemacht. Ein sogenannter Exoplanet, ein um einen Stern kreisender Planet außerhalb unseres Sonnensystems. Er ist ähnlich groß wie unsere Erde und relativ nah, zumindest für Weltallverhältnisse. Der Blick in die Sterne war noch nie so tief und detailreich wie dieses Foto von den Säulen der Schöpfung, knapp 7000 Lichtjahre entfernt. Ganz so weit musste das James-Webb-Weltraumteleskop dieses Mal nicht blicken. Ungefähr 41 Lichtjahre von der Erde entfernt, also verhältnismäßig nah, entdeckt das Weltraumteleskop seinen ersten Exoplaneten. Die Unterbrechung des Lichtes durch den Planeten habe seine Existenz bestätigt. Der steinige Exoplanet habe laut NASA fast exakt dieselbe Größe wie unsere Erde, sei allerdings auch um einige hundert Grad heißer. LHS 475 b, so der Name, kreist um einen sogenannten roten Zwerg, einen Stern. Die ForscherInnen wollen nun die Atmosphäre dieses Exoplaneten genauer erforschen. Einige wichtige Meldungen des Tages sehen Sie jetzt noch bei uns im Überblick. Schauspieler Florian Teichtmeister muss sich ab Februar wegen des Besitzes kinderpornografischer Inhalte vor Gericht verantworten. Auf einem Datenträger seien laut Staatsanwaltschaft 58.000 Dateien gefunden worden. Nach Angaben seines Anwalts ist Teichtmeister geständig. Er soll die Fotos zwischen 2008 und 2021 aus dem Darknet heruntergeladen haben. In Lützerath im deutschen Nordrhein-Westfalen dürften sich nach der Räumung des Camps von KlimaaktivistInnen zwei von ihnen in einem unterirdischen Tunnel unter dem Dorf verschanzt haben. Am Mittwoch hatte die Polizei damit begonnen, das Camp zu räumen. Die AktivistInnen haben es aufgeschlagen, nachdem der Kohlekonzern RWE die BewohnerInnen von Lützerath umgesiedelt hatte, um auf die Braunkohlevorkommnisse in der Erde zugreifen zu können. In der Causa rund um die gefundenen Geheimakten bei US-Präsident Joe Biden hat US-Justizminister Garland jetzt einen unabhängigen Sonderermittler eingesetzt. Die vertraulichen Dokumente aus seiner Zeit als Vizepräsident unter Barack Obama wurden in seinem ehemaligen Privatbüro in seiner Garage gefunden. Man habe sie freiwillig dem Nationalarchiv übergeben und kooperiere mit dem Justizministerium, sagen die Anwälte des Präsidenten. Wetterextreme fordern derzeit Dutzende Tote in den USA. An der Westküste in Kalifornien sorgen Schnee- und Wassermassen für Verwüstung. Im Südosten ziehen tödliche Wirbelstürme übers Land. Besonders betroffen ist der Bundesstaat Alabama. Es gibt bereits mehr als zwei Dutzend Opfer. Hunderttausende Haushalte sind von der Stromversorgung abgeschnitten oder zerstört. Viele Straßen sind gesperrt. Lisa Marie Presley, die einzige Tochter von Elvis Presley, ist im Alter von 54 Jahren unerwartet gestorben. Als Todesursache wird ein Herzstillstand vermutet. Ihren letzten Auftritt hatte sie am Rande der Golden Globes vergangenen Dienstag. Gemeinsam mit ihrer Mutter ist sie bei den Golden Globes anwesend, wo Austin Butler für die Darstellung von Elvis prämiert wird. Das war unser Nachrichtenüberblick und einen Rückblick auf die heutige Sendung wage ich jetzt noch mit Roland Adrowitzer, unserem Experten des Tages. Roland, für Joe Biden wird es ungemütlich. Da sind Geheimdokumente bei ihm gefunden worden. Wie ist denn der aktuelle Stand? Wird ihm das zum Verhängnis werden? Es ist auf alle Fälle peinlich, weil Biden hat seinerzeit, wie diese Unterlagen bei Trump gefunden wurden, Sie haben gesagt, wie kann so etwas passieren, wie kann so etwas sein, dass ein Präsident Geheimakten mitnimmt. Der Fall Trumps ist schwerwiegender als jener Bidens. Trotzdem ist es peinlich, ein Wasser auf die Mühlen der Republikaner gefundenes Fressen für Trump, der sofort gesagt hat, da kommt jetzt auch die Razzia vom FBI bei ihm wie bei mir. Und sofort der Ruf nach dem Sonderermittler, dem Justizminister Merrick Garland auch nachgekommen ist, um jeglichen Anschein der Parteilichkeit von sich zu weisen. Es ist ein renommierter Jurist zum Sonderermittler gemacht worden, Robert Herr. Er war von Trump eingesetzter Bezirksstaatsanwalt in Maryland. Also man kann wirklich nicht sagen, dass das jemand ist, der Biden oder seiner Administration nahe steht. Es sind die beiden Fällen, wie gesagt, nicht ganz vergleichbar. Dennoch am Anfang, den ersten Teil hat man auch verstehen können, dass es in einem versperrten Schrank irgendwo in einem Büro gefunden wurde. Aber jetzt auch die geheimen Akten in der Garage von Biden neben seiner schönen Corvette, das ist schon eine schlimme Peinlichkeit. Biden wollte in Kürze seine Wiederkandidatur verkünden, weil auch die jüngsten Wirtschaftsdaten gut sind. Die Inflation sinkt in den Vereinigten Staaten. Es ist natürlich, diese Affäre kommt zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Es ist heute bei uns in der Sendung einige Male um Präsidenten gegangen. Jeder Mann, der dieses Amt in der Schweiz ausfüllt, ist gerade zu Besuch in Österreich. Worum genau geht es bei diesem Staatsbesuch? Alain Percé, in der Schweiz, im Gegensatz zu Österreich oder Deutschland, kein vom Volk oder von einer Bundesversammlung gewählter Bundespräsident, sondern einer der sieben Bundesräte, Frauen und Männer, die sieben Minister. Es gibt nicht mehr in der Schweiz, das ist die Schweizer Zauberformel. Wird immer auch mit einem Jahr, ein Jahr lang zum Bundespräsidenten, zur Vertretung des Landes nach außen beauftragt. Jetzt Alain Percé, ein Sozialdemokrat aus der Westschweiz, aus der französischen Schweiz, der, wie alle seine Bundespräsidenten, traditionell seinen ersten Auslandsbesuch beim Nachbarn in Österreich macht. Er hat gesagt, wir mögen uns, wir mögen einander, heißt eigentlich korrekt, sprachlich korrekt, aber er ist ja auch Westschweizer, muss er es nicht so genau wissen. Nein, also es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten, natürlich der beiden Alpenrepubliken, sowohl etwas Themen der Alpenüberschreitung, der Verkehr, aber jetzt auch das gemeinsame Mittragen der Sanktionen gegen Russland, wo auch er heute sehr deutlich gesagt hat, Neutralität heißt nicht Gleichgültigkeit. In Österreich gibt es auch immer wieder sehr viele in der Politik und in den sozialen Medien, die die Legitimität der Sanktionen als neutrales Land in Frage stellen. Und ein Land, das viel länger neutral ist als Österreich, hat sich jetzt da gar nicht ganz ausdrücklich dazu bekannt. Und es geht natürlich auch immer wieder um das Verhältnis der Schweiz zur Europäischen Union. Im Vorjahr ist ja dieses Rahmenabkommen gescheitert. Die Schweiz hat von sich aus gesagt, wir verfolgen das nicht weiter, weil aus innenpolitischen Gründen die Implementierung dieser Niederlassungsfreiheit, der europäischen Niederlassungsfreiheit in der Schweiz aus Schweizer Sicht nicht möglich gewesen wäre. Dennoch ist man bemüht auf allen Ebenen, weil man ja natürlich wirtschaftlich ganz stark verflochten ist mit der EU, da weiterzukommen und da ist Österreich ein Partner. Dann ganz kurz noch zum Schluss, weil wir schon zum Ende unserer Sendezeit hinkommen. Die Schweiz hat gerade einen neuen Präsidenten bekommen und Tschechien wählt ab heute einen. Was heißt ab heute? Heute und morgen. In Tschechien wählt man an zwei Halbtagen nacheinander. Das ist zur Tradition. Es wird aber morgen keiner, es gibt drei aussichtsreiche Kandidaten, zwei Männer, eine Frau. Keiner von den alle drei werden um die zwischen 25 und 30 Prozent zugetraut. Es wird im ersten Wahlgang keinen Sieger mit absoluter Mehrheit geben. Es wird eine Stichwahl in zwei Wochen geben. Jeder der drei, jede, jeder der drei hat die Chance, in diese Stichwahl zu kommen. Drei völlig unterschiedliche Persönlichkeiten. Auf der einen Seite André Babisch, ehemaliger Premierminister, Rechtspopulist, Milliardär. Dann Peter Pavel, ein ehemaliger Berufsoffizier, auch auf höchsteuropäischer Ebene. Und eine Frau, eine verhältnismäßig junge Frau. Dann Ushe Nerudova, die Ex-Rektorin der Universität Brünn, die vor allem die Favoritin der Jungen ist. Das wird erwartet im ersten Wahlgang vielleicht Babisch vorne, aber im zweiten könnte er von beiden besiegt werden. Genau wissen wir es in zwei Wochen. Dann wissen wir mehr. Vielen Dank für diese Zusammenfassung des heutigen Tages und die heutigen Analysen. Roland Atrowitz. Gerne. Das war ORF 3 aktuell für heute und für diese Woche. Wir kommen am Montag wieder um 9.30 Uhr und bringen Sie vier Stunden durch den Vormittag und den frühen Nachmittag. Für heute darf ich mich von Ihnen verabschieden. Haben Sie noch einen schönen Tag und ein entspanntes Wochenende. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017